Perfekt, so, moin, servus, moin, hallo an alle, herzlich willkommen, oh, warte mal, ihr müsst, warte, immer ein Stück von der Tür sehen, oder? Ist besser, ist sicherer dann. Okay, moin, hallo an alle, äh, herzlich willkommen, Freitagabend, schön, dass ihr alle da seid, ähm, ich hab Bock, Leute, ich hab Bock, es ist Freitag, ähm, das Wetter in Greifswald ist sehr dürftig, ähm, aber gut, wir machen das Beste draus, und, ähm, ja, herzlich willkommen an alle, schön, dass ihr da seid. Wer ist denn alles da, Leute, alle mal, alle mal ein fettes Hallo reinchatten, oder ein Moin, oder wie man bei euch Hallo sagt, wie sagt man bei euch Hallo, moin an alle, ähm, ja, wir, äh, machen heute Frankfurt Apron, das wird super, super gut, hallo, moin, Joel, hallo, Joel, sehr nice, sehr nice, hallo, äh, Katzenmann, Katzenman, hallo, moin, wunderschönen guten Hallo, sehr gut, Star Games LP im 5. Monat, dankeschön, Bruder, hallo, grüße nach Österreich an der Stelle, ähm, Und auch bei Unwetter, hab ich gesehen, ja, ja, machst du nix, machst du nix, ach, Leute, ähm, Ubi gibt grün, was? Christian ist auch da, hallo, hallo, Marvin, ne, hallo, Darwin Krüger, da, Marvin, moin, Paul, ähm, Pfizer ist da, moin, lieber, Dani ist auch da, hallo, hallo, ich würde einen Gutschein nehmen, danke, xoxo, Ja, äh, da gucken wir gleich mal, wir hauen den ersten Gutschein jetzt gleich auch raus, würde ich sagen, die Leute, die gleich am Anfang hier mal einschalten, die kriegen gleich mal was zurück, so, und Devin auch im 12. Monat, hallo, dankeschön, vielen Dank, Devin, dankeschön, darf man mitfliegen, du darfst den ganzen Abend fliegen, bis du umfällst, wir sind den ganzen Abend über für euch da an Frankfurt, ähm, komm einfach vorbei, das wird, äh, das wird sehr gut. So, grüß Göttle, huhu, hallo, Pianoflight auch da, moin, it's last, moin, ähm, Wanke, richtig, ähm, Ubi sagt mal bei uns, moin, ja, wir sagen, wir sagen moin, ne, also hier, wir sind uns eigentlich, wir sagen moin, ähm, Servus, moin, huhu, moin, Marie ist auch da, ähm, Landwirt 1810, damm, DS89, moin, hallo, oh, schön, dass ihr da seid, Freundin, Fabi, Shatter, moin, Nature, Maxi, Marvin, Haut, XD, dddd, ähm, danke für die ganzen Follows, Freunde, ich hab, das ist heute auch, ähm, Follow-Goal, es gibt einfach 4000 Leute, die mir auf TikTok folgen, aber auf Twitch sind es einfach nur, sind weniger, so, wie kann denn das sein, und ich hab mit Twitch vorher angefangen, Mann, 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 Leute, das müssen wir ändern, also, falls ihr noch nicht reingefollowt habt, gerne, jetzt, ähm, einen da lassen, hey, heute von Kennedy nach London Heathrow geflogen, äh, lang, aber schön, ja, ähm, dann jetzt von Heathrow weiter nach Frankfurt vielleicht noch, wäre mein Angebot, ähm, Spotix, danke für den Resort, dritten Monat, danke, Bruder, dankeschön, Elmo's World, wuuu, ach ja, so, ähm, ähm, gute Nilio, hallo, Sven ist auch am Start, servus, MS-Tricks, Stargames, Wank ist sehr nice, servus aus München, erste Mal im Stream, moin, Winter, Stefan, und ich hab gesehen, dass, ähm, das, äh, Wasch-Extreme ist jetzt auch wieder zurück nach einer langen Zeit im Chat, hallo, moin, mein Lieber, Dankeschön, und Robert im 13. Monat, Dankeschön, Dankeschön, Moinsen, ja, Moinsen, ja, Moinsen kann man auch, ja, meine Wegen, ähm, meinst du, das passt von der Zeit und deinem Sektor her, wenn ich so in 80 Minuten von, ähm, LF, LL, ähm, LF, das ist irgendwo in Westeuropa, wo ist das? Ist das Paris? Ist das was Französisches? Ist das was Französisches? Nizza, okay, ähm, ich glaube, das passt, Lyon, ja, okay, ähm, das passt, klar passt das, wir sind bis 22.30 Uhr sind wir da, die Zeiten wurden angepasst vom Frankfurt Friday, aber, ähm, das sollte, das sollte gar kein Problem sein, also, ich bin ja, bin auch gerne noch immer mal eine Minute länger da, ähm, moin aus Bayreuth, ich komme von TikTok über, hey, moin, mein Lieber, moin, Grüße nach Bayreuth, ähm, so, okay, gut, ähm, ja, das ist hier unser Einsatzbereich heute und dann zeige ich euch heute mal, das kennt ja jeder, ne, das kennt jeder El Morada-Zuschauer, kennt, ähm, kennt das, äh, das Bild hier, so, aber heute, meine lieben Freunde, heute machen wir das mal ein bisschen anders, heute schaut es nämlich so aus, heute haben wir oben rechts die Tower View oder die Apron View und wir können uns dann hier bestimmte Sachen ein bisschen besser angucken, ähm, ja, es ist soweit, wir benutzen die, äh, die View, es lag doch nicht, also, äh, wir können uns hier ganz gut alles angucken, wir können hier jeden verbaselnden Pushback sehen, ähm, jeden Fail sehen wir hier ganz genau und, äh, das hier, was ihr jetzt seht, Freunde, das ist unser Einsatzbereich heute Abend, ne, der Westen vom Frankfurter Vorfeld, weiß ich, vielleicht setzen wir die Kamera also irgendwie hier hin, I don't know, mal gucken, ähm, in echt sitzt ja der Kollege, den wir Lotsen, sitzt ja hier in dem Turm und der guckt dann, weiß ich nicht, mit seinen Benoculars, guckt er da dann mal rüber oder so, I don't know, ähm, ja, das ist ja also unser Vorfeldturm, Vorfeldturm Mitte und aus dem operatet auch der Lotse für den Westen, ähm, ja, also das ist heute der Plan, äh, äh, ich freu mich, hab übel Bock und ich hoffe ihr auch und, äh, wir machen uns hier einen super, super nice Abend. Sven, dankeschön für den, äh, ne, Sven, gibst du deinen Zeit bei der Community, Ehrenmann, dankeschön, Sven. Nice, und wir haben jetzt, ja, wir haben jetzt Marie Nessi als Emote, wir haben Marie Nessi als Emote, alle mit Marie Nessi in den Chat, Leute. Ähm, Elmorada, wie heißt die Software? Also, womit ich Lotse, das heißt Juroscope, das ist das Programm, was wir Lotsen halt verwenden und, äh, das hier ist der Microsoft Flight Simulator, genau. Moin, moin, guten Abend, David, der alte Pumper, moin, wie kann man mitspielen? Hol dir den Flight Sim, registrier dich auf Watsim und dann geht es los. Ähm, Leute, so, wir hauen jetzt gleich den ersten, wir hauen jetzt gleich den ersten, äh, den ersten Amazon-Gutschein raus, ähm, wenn mir die Mods nochmal sagen, wie die Seite hieß, mit der ich das letzte Saison gemacht habe. Erinnert sich irgendjemand an die Seite, wo man da was im Chat angeben konnte? Und dann wurde das so gezählt? Na, irgendeiner der Mods muss es noch wissen. Bruder, ich weiß die Seite nicht mehr. Streamer giveaway hieß das, Dankeschön, sehr gut, perfekt. So, gut, dann haben wir es wieder. Ja, ähm, ah, ich muss mir jetzt einloggen. Okay. Zack. Okay. Nice. Ja, funktioniert diesmal. Äh, okay, sehr gut. Die FS-Bewerbung abgelehnt? Was? Nein. Warum? Oha. Warum das denn? Und wo und in welchem Verfahren? Oh, das tut mir leid. Die Online-Tests, das tut mir leid. Ja, ich weiß, da ist für mich damals auch eine Welt zusammengebrochen. Erstmal. Ja. Aber versuch's einfach, sei nicht so dumm wie ich und studier Jura, versuch's erstmal über Jura-Control dann direkt oder so. Also, das, äh, das wär der, äh, der Tipp. So, ähm, ich will, ich will die Mut wieder backab bringen. Ähm, wir hauen, also, wir haben bei der Hype-Challenge vor zwei Wochen, konntet ihr so Level freischalten nach und nach. Und da ging's in den ersten paar Levels, ähm, um Amazon-Gutscheine. Und wir hauen jetzt gleich in den ersten paar Minuten den ersten raus. Einen Fünfer machen wir ganz easy, so. Äh, schlagt mal ein Wort vor, was jeder in den Chat schreiben muss, damit er teilnehmen kann am Gewinnspiel. Äh, gute Wörter only, bitte, gute Wörter. Ja, am besten eins, äh, was, was wirklich ein Knaller ist. Ubi, nein, das ist kein Knaller, das ist Quatsch, so. Ähm, kein Navigraph-Spacing, nein. 1.8.7, nein. Jura-Control nimmt keinen, der bei der DFS verkackt hat. Okay, aber ich konnte mich ja auch bewerben und wurde zum Fies-Test eingeladen. Das kann ja irgendwie nicht schwimmen. Ähm, schmarrn, ja, keine Ahnung. Frankfurt Freitag, das ist eine sehr gute Idee. Wieso, wir benutzen was mit Frankfurt. So, wir fangen an mit Frankfurt, wir gehen easy rein. Also gut, ähm, Message must contain Frankfurt. Frankfurt, so, Frankfurt, ähm, es ist, ja, exclude Mods. Was sagt ihr, Chat? Dürfen Mods mitmachen oder nicht? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Warte mal, wir machen mal gerade noch so. Ähm, nee, Mods nicht mitmachen. Nee, nein, nein, Mods dürfen nicht mitmachen. Sehr gut, gut, sind wir uns einig. Ähm, das steht auf deren Website, Elmorada. I don't know, wie gesagt, ich wurde auch trotz dessen nicht bei der, ähm, trotz, also trotz dessen wurde ich angenommen zu dem Fies-Test. Ähm, okay, gut, Freunde, also jeder muss Frankfurt rein chatten. Ähm, start, give away, I guess. Okay, jeder muss Frankfurt jetzt rein chatten. Ähm, dann nimmt er oder sie teil an dem, äh, an dem Giveaway für einen 5-Euro-Amazon-Gutschein. Wir fangen an mit 5 Euro, dann, glaube ich, sind es nochmal 5 irgendwann, nochmal 10 und dann, glaube ich, 25, ja. Wir arbeiten uns so langsam vor. Also das, was ich, ja genau, es sind 2x5, 1x15 und 1x25. Also jetzt alle rein Frankfurt in den Chat, dann nehmt ihr teil am Gewinnspiel. Und, äh, in der Zeit gucken wir uns hier auf dem, äh, linken Monitor, können wir uns angucken, wie hier in Frankfurt gepusht wird. Das können wir hier heute nämlich alles live und in Stereo verfolgen. Ähm, ja, questionable pushback bei GSX, das wäre übrigens auch ein guter Sponsor, oder? Irgendwie, weiß ich nicht, questionable pushback, GSX. Äh, könnte man auch noch einblenden lassen, nicht immer nur Aerosoft Spacing und so. Ähm, wäre auch noch ein Gedanke. So, gucken wir mal weiter hier, wie läuft es? So 51 Entries, wir warten noch so eine Minute. Warum hast du keine Scenery, El Morada? Ich hab doch Virtual Fra ist doch an, oder nicht? Oder nicht? Äh, auf jeden Fall, TX Anton, danke für den Resub. Ne, das sieht nicht nach Virtual Fra aus. Safe, oder nicht? Also, würde mich sehr wundern, wenn ich die nicht anhätte. Oder? Also, ja, woran kann man das denn festmachen? Nein, die ist an, Christian, ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Wir haben nämlich sogar hier... Einmal Frankfurt schreiben reicht. Mehr Nachrichten bedeutet nicht mehr Chancen. Richtig, also einmal Frankfurt schreiben reicht. Ich score hier mal gleich durch und zeig euch. Also, hier sind, Christian, hier sind diese Pissboxen und, äh, ähm, das muss, das ist Zeichen für Virtual Fra. Also, äh, nicht, dass die schlecht sind, aber, äh, diese Boxen, da hat halt Virtual Fra mit reingemacht. Die, äh, die Pissboxen sind chillig. Ja, das ist wirklich so. Da gehen die Vorfeldmitarbeiter, wenn die sehen, oh, oh ja, drei Minuten hab ich noch. Ne, das ist, äh, ich glaube, vor allem sind die zum Rauchen da, oder? Aber das eine schließt das andere ja nie aus. Ist ja klar, ne, kennen wir alle von der Schule. So, aber, back to topic, also, ähm, warte, ich scrolle jetzt einmal durch und, äh, dann seht ihr vielleicht, seht ihr, ob ihr drin seid. Also, ihr müsst einfach nur Frankfurt schreiben, ist jetzt nicht so schwer. So, ich warte noch 30 Sekunden, also noch 30 Sekunden Zeit, dass jeder einmal Frankfurt in den Chat schreibt. Frankfurt, wie man spricht, mit großem F, äh, spricht man das ja auch. Also, ganz easy, ähm, ja. So, und Robert wird getimeoutet. Robert, tschüss für eine Woche. Ähm. Hier, ihr könnt sehen, wer alles dabei ist, Marie ist dabei, sind alle, sind alle dabei. Ja, ähm, warum ist Christian drin? Weiß ich nicht, ich hab eigentlich Mods excluded, oder? I don't know, warum die drin sind. Jedes Mal, wenn du den Tisch, äh, haust, clippt dein Mikro. Wie? Ich, das, wie meinst du das? Ähm. Wo Timeout? Kriegst gleich Timeout. So, gut, also, 5, 4, 3, 2, 1, okay. Und wir stoppen, und dann, wenn ich da, ähm, dann knallt es in meinem Kopfhörer. Ach so, ja, das ist zu mir leid. Ähm. So, und Stop Giveaway, und der Gewinner oder die Gewinnerin ist Elias D. Elias D, nice, herzlichen Glückwunsch. 5 Euro Amazon. Ey, was man damit alles machen kann. Elias, GG auf jeden Fall. Fettes GG. Richtig GG in den Chat. Ähm, und, äh, Elias, was kaufst du davon? Kannst du ruhig sagen? Äh, warte mal, ich chat, Elias, schreib mal was im Chat, bitte. Ich, äh, schick dir den Code nämlich sofort. Dann, äh, was wir haben, haben wir. Ähm. Muss nur gucken, wo ich die Codes habe. Ähm. Ah. Ich glaube hier. Stream ich sie vielleicht gerade? Nein, okay, das wäre auch, das wäre auch gut gekommen. Das wäre so der klassische El Morada gewesen. Okay. So, zack. Elias. Elias, wo bist du im Chat? Elias. I'm scrolling. Looking for them, Elias. Da ist er, da ist er, da ist er, da geschönt, perfekt, so. Äh, Whisper. Wo kann ich ihn anwispern? Oh, das geht in OBS nicht. Ich muss jetzt selber auf Twitch gehen. Mein Gott. Äh, so. Da ist Elias, Whisper. So, Elias, hier einmal der Code. Gerne mal ausprobieren und mal sagen, ob das ging, aber das müsste funktionieren. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Ähm, so. Und dann kümmern wir uns hier rum später nochmal. Ähm, ja. Und dann gucken wir mal. Oh, Frankfurt 40 langsam. Die ganzen Kollegen und Kolleginnen kommen langsam alle online. Also geht, äh, geht es jetzt gleich los, Freunde. Ähm, ja, wir lotsen April, ist klar. Ähm, so, ich will nur nochmal hier uns richtig positionieren. Jetzt stand ich hier bei der Pissboxen eben rum. Äh, wir gehen mal, gehen mal auf den richtigen Spot hier, ne? Ähm, so, hier rollen wir nämlich, äh, rauf erstmal. So, fürs Erste. So, hier haben wir eine schöne, eine schöne Sicht. So, ähm, okay. Ich bin bald im letzten Teil des Auswahlverfahrens der Flugsicherung. Äh, hab immer an El Morada gedacht. Sehr schön, mein Lieber. Dann zieh jetzt durch und, äh, lass das Ding nicht liegen. Bring das Ding nach Hause. It's coming home. Nice. So, okay. Ähm, dann machen wir das hier an. So, jetzt seht ihr das. Äh, falls ihr irgendwie einen anderen Vorschlag habt, bin ich dafür gleich noch offen für, äh, die Apron View. Falls das Ding woanders hin soll oder so. Ähm, ja. Genau. Gut, ich geh jetzt erstmal um TeamSpeak. Und dann geht's los. Hab den Einstellungs-Test als Luftfahrzeugführer, ähm, bei der Bundeswehr geschafft. Ey, nice. Sehr schön. Guck mal. Ganz viele Piloten und angehende Fluglotsen hier auf dem Jet. Nice. Ja. Ich, äh, freu mich für euch, wenn ihr das schafft. Wie gesagt, ich hab's, äh, ich hab's nicht geschafft damals bei der Flugsicherung. Es sei euch gegönnt. So. Dann gehen wir mal hier zu Ground. Duh, duh, duh. Check, check. So. Äh, warte mal. Kurzer TeamSpeak-Check. Ne, ist aus. Okay. Gut. Dann melden wir uns mal auf, äh, West an. Rampe West. Und dann rufen wir beim Turm an, dass Rampe West offen ist. Äh, Frankfurt Apron. We-Ground. Äh, ja. Das machen wir mal so. Live. Elmo Raider. Manu, moin, mein Lieber. So, und dann gehen wir hier mal rauf. Und wir müssen bei vp100.towerview eingeben. Das hat geklappt. Und dann müssen wir bei Audi4WatSim noch reingehen. Und uns da anmelden. Und dann melden wir uns beim Turm an und sagen, dass die 755 offen ist. Und dass die da alles hinschicken kann. Und Delivery müssen wir das auch sagen. Und wir brauchen hier noch ERDF. Ram haben wir, glaube ich, 25. Links. Rechts. 1,8. Kurz TS-Stream. Ja, man. Ähm. Elmo Raider Identified Mikuliks Dankschulden im fünften Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. La, 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 la. Und Rampel West ist erstmal nur offen. Habt ihr gehört? West ist offen für alles erstmal. No, kannst du mir einfach die Flugzeuge schicken. Kannst du mir einfach die Flugzeuge schicken, ja. Alles klar, jo. Hallo. Rampe West ist, äh, ist jetzt da. Naja, ich weiß, ich weiß Bescheid, ja. So, gut, Rampel West ist angemeldet. Ähm, die Kollegen wissen Bescheid. So, ähm. Ja, es geht immer darum, auf welche Frequenz die Flieger schicken müssen, ne. Deswegen müssen wir das immer feierlich anmelden. Okay, so. Und dann, ja, gucken wir uns das mal an. Äh, wir sehen hier schon die ersten Flieger rollen. Warte mal, ich mach uns mal ein bisschen Ton drauf, oder? Bisschen Ton. Hört ihr das jetzt, ja, ne? Mal eins in den Chat, wenn ihr das hört. Die Triebwerke. So, mach's mal so. Okay. Bisschen Kerosin in der Luft jetzt. Eins, eins. Nicht zu viel, eins. Reicht, reicht, reicht. Okay, Freunde. Ähm, ja. Frankfurter Ebrun. Hier it is. So, passt das Setting. Ihr könnt alles sehen, oder? Wir brauchen noch unsere Arrival-Liste. Unsere Arrival-Liste. Sonst geht hier nischt. Windows, Functions, Lists. Eins. Arrival. Eins, richtig. Marie, dankeschön. Ähm. Ja, okay. Der One-Tank-November ist an Positionen. Ach so, ich mach mal die Positionen an, ne. Also, wie die alle heißen. Parking all. Let's go. Conda 1898, request push and start. Conda 1898, report your position. Charlie six. Conda 1898, hallo. Pushback approved, Area two. Pushback approved. Frankfurt Ground, good evening. Lufthansa 9 and Charlie Tango, with you taxi into Holden Point, runway 18, we are November 8, November. Lufthansa 9, Charlie Tango, Apron, hallo, sir. So, das ist der da hinten, ne. Der rollt da jetzt gerade zum 2.8. Frankfurt, Apron, schönen guten Abend. Die Lufthansa 4, Julia Charlie, request pushback. So, der Pain ist, ich seh die Flieger immer noch nicht, weil die haben alle keinen Status. For Julia Charlie. Alpha 5, 4. Für unser Ford, Julia Charlie, push, do you have colored lines? Sehr gerne, please, for Julia Charlie. Für unser Ford, Julia Charlie, do you have colored lines? Für unser Ford, Julia Charlie, sind hinter dir auf dem November 8-Rollweg colored lines. Also ist da eine blaue Linie und eine orange. Okay, push approved, colored line, Lufthansa 4, Julia Charlie. Ja, hast du die Lines oder hast du sie nicht, Hase? Leider nein. Okay, dann einfach nein. Lufthansa 4, Charlie, 4, Julia Charlie, pushback approved, face west. Push approved, face west, Lufthansa 4, Julia Charlie, sorry. Stilz. Ja. Ach so, okay. Ja, bei mir haben sowieso alle gerade keinen Status. Ja, setz sie nochmal rein. So, der Kollege hatte keine Startup Clearance von Delivery bekommen, aber das konnten wir ja nicht wissen, ne, weil, wenn wir neu reingehen. Ich bin für einen Hase-Counter. Ja, man, das ist, das bringt das auf so eine persönlichere Ebene, weißt du. Ähm, Schatz, Hase. Okay, gut, der pusht jetzt. Mavi, hallo, hallo. Was heißt es, wenn der Fluglotse sagt, pushback geproft, Area 2? Ähm, Area 2, das sind so vordefinierte Punkte auf dem Vorfeld. Ich kann die mal zeigen. Ähm, da. So, und wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt hier Areas sagen, dann wollen wir, dass der Flieger auf diese Linien, auf diese Zahlen pusht. Also, ja. Weiß ich nicht. Wenn wir jetzt hier, wenn der Flieger jetzt hier für Push fragt und wir sagen dann Pusche-Proof, Area 3, dann wollen wir eigentlich, dass er auf die Area 3 pusht. Ähm, ja. Und wir haben die keinen Status, weil wir uns jetzt gerade erst eingeloggt haben und dann wird das noch nicht gesynkt. So, ähm, ja, gerade machen wir noch alles mit, ne? Ähm, wir können ja hier mal, warte mal, hier pusht der Kollege. So, das ist der, das ist der Vor-Jurie-Charlie, ist jetzt gepusht auf die Yellow-Line. So, jetzt ist die Rampel. So, jetzt ist Rampe-Mitte online. Jetzt kümmern wir uns gleich wirklich nur noch im Westen. Moin. Okay, perfekt. Der Condor in November 3, der rollt jetzt schon, den würde ich behalten. Den vor Julia-Charlie, äh, der ist jetzt November 8 gepusht. Äh, magst du den auch noch haben oder sollte ich den auch behalten? G2-1-8. Perfekt. Hast du dich angemeldet bei Tau und Delivery? Perfekt. So, gut, ähm, ja, wir haben jetzt dem Kollegen gesagt, dass halt die beiden Flieger, die sind jetzt ja in seiner Area of Responsibility. Lufthansa 4, Julia-Charlie, request taxi. Lufthansa 4, Julia-Charlie, holding point 1-8, taxi via November 8, November. Holding point, runway 1-8, via November 8, November, Lufthansa 4, Julia-Charlie. Aber jetzt dann auch klar gehen, continue November, äh, runway 1-8. Ja, so einfach ist es gar nicht, denn tatsächlich hast du hier, du spielst hier gut Flugzeug-Schach nachher, also, ähm, gerade mit den ganzen Inbounds, die dann hier reinkommen, ähm, und auf Lima wollen, mit den Inbounds, die dann hier über November 11 kommen, und mit den Outbounds über November hast du hier gute drei Verkehrsströme auf dem Boden, die alle aneinander vorbei müssen, ähm, und dann hast du manchmal auch welche, die hier an die Stands wollen, also tatsächlich ist es, ähm, wenn es nachher voller wird, ja, auch nicht so unterschätzen, ja. Grobe Frage, aber ist der West-April nicht technisch gesehen der Osten, weil das ganze Bild ja gedreht ist, ähm, ja, genau, gerade, nee, also, nee, ist es nicht, das hier ist ja trotzdem Westen, auch, ähm, auch wenn wir auf dem Kopf stehen, ähm, ja, nee, genau, also man muss halt umdenken, wenn es auf dem Kopf steht, ne, muss man umdenken, dass das hier trotzdem Westen, äh, das hier auf der Seite Westen ist, und, ähm, das hier auf der Seite Osten ist. Frankfurt Ground, hallo, Condor 148, requesting push. Condor 148, hallo, contact now apron 121, decimal 850. 121, 850, 148, ciao. So. Siehst 2108 und fügst die Arabe zusammen, aber an sich, äh, nur ein Konfliktpunkt auf November, nee, sind mehr Konfliktpunkte, ist auch auf Lima ein Konfliktpunkt, weil die Inbounds, äh, von der Nordwestbahn ja auch auf Lima aufholen. Also hast du hier so zwei große Knotenpunkte, halt am November 11, da, äh, knubbelt sich. Und wenn du dann noch, wenn du dann noch ein cooler Apron-Lotze bist und lässt jemanden, lässt sie über November zum Gate rollen oder so, das kriegen wir auch sicherlich im Laufe des Abends hin, dann, äh, ja, auch nochmal eine andere Nummer. So, ich hab gesehen, ihr Quillgeister mit euren, äh, mit euren, ähm, Request hier, so, ich guck jetzt rein. So, äh, Begrüßung für den nächsten Piloten, hallo Pupsi, okay, dann haben wir ein Song-Request, hallo Mausi, okay, und absichtlich ignoriert, ich hab's jetzt eben gerade so gesehen, dass ihr da die ganze Zeit reinchattet, ja. Ähm, so, hier ist unser Streifenhörnchen, kommt jetzt hier lang, nice, der Condor, da hinten ist der andere Bruder, ja, das ist unser Job hier heute, ähm, so, ihr seht ja, seht ihr in einem anderen Bildschirm eigentlich, nee, das seht ihr nicht, ne, perfekt. So, Devin ist hinzugefügt, der Song-Request, sag, so, sind wir arm abgearbeitet hier, Mensch, kommt vor wie Bürojob mit den, äh, mit den Requests. So, okay, gut, die beiden schicken wir jetzt an Tower, die brauchen wir jetzt gleich nicht mehr, man kann Tower mit denen machen, was er mag. Lufthansa 4, Charlie, Juliet, Crescent 4, Juliet, Charlie, Contact Tower, 124, 850, tschüss. Tower on 124, 850, Lufthansa 4, 2, Charlie, tschau. So, äh, ich, guck mal, warte mal, warte mal, hier, auf Anhieb gefunden, moin, so, der nächste Kollege, Rampo Ost ist jetzt auch da, also Frankfurt apron kann dreigeteilt werden, und der Ostkollege kommt jetzt auch online, so, Prost erstmal, Spezi, ja, selbstredend. Conda 1898, Contact Tower on 124, 850. Conda 1898, Contact Tower on 124, 850, danke dir für's, und schönen Tag dir noch, tschüss. Tschüss. So, Devin, das ist es, ja, guck mal Discord später, bitte, ich guck, ich lese alles, ähm. So, ich geh dann jetzt in die Flugvorbereitung und lade als eines der ersten Dinge die neue Version von Virtual Defra unter. Gibt's eine neue Version? Wann ist denn das letzte Update gekommen? Ich dachte, die, die Pissboxen, das wär eine der neuesten Neuerungen, dachte ich. Die Pipi-Kacka-Box, die Stinke-Box. Yay! Oh, Ryanairstar, grüße an Fuchti. Ähm, ja, und hier sind die kleinen Stinke-Boxen. Eigentlich ganz schön hier. Ähm, sehr gut abgearbeitet, würde, äh, dich einschlein, gleich, wenn ich könnte. Ja, richtig, das wär gut. Werbung, juhu, ja, Werbung, wir lieben Werbung. Ja. Ähm, tatsächlich überlege ich, ähm, und das sag ich euch ganz ehrlich, die Werbung zu reduzieren. Das nervt mich irgendwie selber. Ich nervt die Werbung selber, obwohl ich sie nicht sehe, weil ich weiß, dass ihr sie seht. Das nervt mich irgendwie. Ähm, ja. Moin, Jungs, moin, hallo. Oh mein Gott, endlich Arbeitsreduzierung. Ja, Marie, wir haben doch letztens über Work-Life-Balance gesprochen und, äh, das ist es. Ähm, ich bin einfach vor Ende Juni das letzte Mal Frankfurt angeflogen. Ach, deswegen hast du vielleicht noch eine, ja. Frankfurt Ground, good evening. Äh, Lufthansa 4077, Solding Short, Papa One. Lufthansa 4077, April Netto, Stand Victor, 118, Taxi via Papa One, November North, November 1,5, Lima, Old Short auf November 8. Ein Falschabroller, ne, man kennt ihn. Hier, ganz klassischer Move. Guck mal, da sind wir ganz... Lufthansa 4077, grab pen and paper and let me know when you're ready. Ätzio. Lufthansa 4077, it's ready, uh, please go on the floor, please. The 4077, no worries, mate, Stand Victor, 118, Taxi via Papa One, November North, November 1,5, Lima, Old Short auf November 8. Taxi to Victor, 118 via Papa One, November North, November 15, Lima, Old Short, November 8. Lufthansa 4007. Sehr gut, so, ne, also ihr kennt das, das ist ein Falschabroller, hier hinten die 2-5-Ride, die hat zwei Abrollwege. Einmal diesen hier, Papa One. Papa One ist für Cargo-Flieger gedacht, die auch wirklich hier oben im Nordwesten des Airports parken. Also so für German Cargo, für FedEx, ähm, UPS geht hier auch manchmal hin, ähm, obwohl die gehen auch, glaube ich, oft in den Süden. Aber auch wenn Positionen voll sind, dann gehen die auch hier in den Norden. Und, ähm, November 1,1 über den normalen Papa, also die, die Brücke über die, diese Autobahn hier, über den Teil der Autobahn, das ist eigentlich für alle anderen gedacht. Und das ist halt so oft der, äh, der Fail, der passiert, der, ähm, ja, das verwechseln irgendwie die Piloten. Die rollen dann falsch ab und, ja, kommen dann da an der Ecke raus. Und meist, meist, wisst ihr ja, da, ähm, sag ich dann denen, ähm, da sag ich denen dann, dass sie gleich hier oben parken können. Aber komm, jetzt haben wir Zeit und jetzt passt es. Hallo Elmo, hallo, moin, Säcki. Wo war Werbezusammenfassung? So, wer ist das erste Mal dabei bei Elmo heute? Ja, in den Chat, wer ist das erste Mal dabei? Ehrlich sein. Nicht lügen, ihr wird nicht geflunkert. Ich, Tim, nein, auf keinen Fall bist du das erste Mal dabei. Ja, 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 ja. Ich, First Time Chat, Noja ist wirklich das erste Mal dabei. Zweites Mal, ähm, Bloodstone LP. Ich auch, ja, Revenge, na klar. Flying Finn, 09 ist auch das erste Mal dabei. Willkommen, ja, moin alle, Icke, hallo, herzlich willkommen. Äh, Michael, auch moin, schön, dass ihr alle da seid. Ja, herzlich willkommen auf dem Frankfurter Vorfeld. So, und wir können hier heute, haben wir den Vorteil, wir können hier heute mal ein bisschen rumfliegen und gucken, was die Leute so machen. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht, was eine gute Position ist. Also, sobald ihr eine Idee habt, was wir uns mal angucken müssen, sagt sofort Bescheid, ja. Wenn ihr irgendwie sagt, boah, Elmo, da wird gerade, äh, da passiert gerade was, da, weiß ich nicht, Mord, ein Totschlag auf dem Vorfeld, dann wollen wir da mal hin, ja. Dann gucken wir uns das mal an. Schönen guten Abend, Lufthansa 99117 mit dem Short November Runde. Unser 99117, der Elmo Apron, guten Abend. Continuar November. Und das ist meine Hauptaufgabe. Continuar November, sehr gut. Dafür bekomme ich heute Abend mein Geld, Continuar November, zu sagen. Schlägerei auf dem Vorfeld, auch das kann man haben bei der Pipi-Kacka-Box. Oh, ach Gott, ja, jetzt seht ihr, womit ich eingeloggt bin. Ich bin mit der, ich bin mit der DA40, bin ich eingeloggt und stehe hier am GHT, ähm, ja. Vielleicht, das ist ganz am Apron-Lotsen, die kommen nämlich nicht mit dem Auto, die werden so gut bezahlt, die fliegen einfach nach der Arbeit nach Hause. Also, ähm, aber sind ja Fluglotsen, die fahren nicht mit dem Auto. Die kommen schön mit dem Flugzeug. So, jetzt ist irgendwie der Speed hier raus. Müssen wir mal irgendwie den Speed hier wieder reinmachen. Ähm, hier, Drone Speed, 100, ach komm, so, hab mich da nicht so. Hauptaufgabe, Schlägereien beobachten und schlichten, richtig. Heute wird Schach gespielt. Ja. Leak, das war ein Leak, ja, das war ein Leak. Lufthansa, 4077, it's a right-hand turn, please right-hand turn, November 1-5. Und jetzt kracht's. Right-hand turn, November 1-5, sorry. Lufthansa, 909017, give way to the company ahead, who's joining November 1-5, to the south now. Lufthansa, 909017, give way to the company in front of us. Is this the Frankfurt Friday you translate to me in general chat? What? It's, it's Frankfurt Friday, yes. Yes, I think we did translate that to you. Yes, it is. Yes, I remember now. I remember now what you're talking about. Lufthansa, 909017, contact tower on 124.850. Contact tower on 124.850, thanks so much. Negative, that was for Lufthansa, 909017, call tower. Lufthansa 99, 9910, contact tower on 124.850. Thank you, I'm Rada. Dodge our Lufthansa 4077, left-hand turn now onto Lima, hold short of November 8. Die, äh, die Todesbrücke, ja. Die, ähm, die ist aber wirklich tödlich, du. Da kracht's immer mal. So, guck mal hier, wir können hier so, wir können hier so von oben gucken, was hier so abgeht. Unser Schachspiel, unser kleines Schachspiel. Es ist so schade, dass wir nicht Mitte lotsen, ne? Ich hätte, ich hab alles gegeben, Leute, ich hab alles gegeben. Aber der Lotse auf Mitte, der will üben und deswegen wollte der uns, äh, wollte der mir nicht die Mitte geben. Ich hätte so gerne hier gelotst, weil hier ist wirklich richtig Schach. Da hätten wir dann die ganzen Abend, weiß ich nicht, hätten wir hier so gestanden und, ups, warte, die Kamera ist besoffen gerade, einen Moment. Ähm, so, hier hätten wir schön das Schachspiel gesehen. Ähm, irgendwo, da warst du noch im Winter, als es so windig war bei einem Fun Friday. Da hat Sefi in der Chester von der Brücke, äh, in den Hof gegangen. Ja, I remember, I remember. Aber das war doch irgendwie so ein Abend, da war es so buggy mit dem Wind, oder? War das nicht sowas? Das, äh, da hat's irgendwie ganz viele Leute übel zerrissen beim Final Approach. Ja, naja, I remember, da, ähm, da hat's gekracht an dem Abend. So, was ist das hier, rausschmeißer? Interesting Apron View, hat irgendwie was? Finde ich auch, oder? Ähm, Miguel hatte die Idee. Grüße an der Stelle. Lufthansa 909er, correction, Lufthansa 4077, contact Apron, 121.850. Contact Apron, 121.850, for Lufthansa 4077. So, nächstes Mal wieder Apron Mitte, ich hab, also Apron Mitte ist das Beste, was es gibt. Da kannst du halt wirklich richtig Schach spielen, ne? Da hast du, da hast du, warte mal, es fuckt mich ab, dass das invertiert ist. So, jetzt, äh, hä? Ach, ist auch egal. Irgendwie, so, naja, ich muss andersrum denken jetzt, ist egal. Äh, da kannst du ja auch mit den Colored Lines und so weiter, kannst du da auch richtig was machen. Also, ähm, da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. So, danke für die Follows, Freunde. Dankeschön, vielen Dank. Äh, ja, es ist Road to 4000, also wenn wir heute die 4000 nicht voll machen, dann weiß ich auch nicht. Dann heiße ich nicht Schmarven Hubert. Ähm, ja. Also, schön, dass ihr da seid. Servus, Papa, Hotel, Alpha, Alpha, Sulu hier. Hello, my friend. Always to the Netherlands. So, wir fragen mal den, äh, den Tower. Ob er auch Flieger über Lima nimmt. Und, Simo, ATC, danke für deinen Sub. Sub Tier 1, danke schön. Vielen, vielen Dank. Tower West, Rampe West. Dann musst du auch Flieger über Lima. Perfekt. Ruflanzer 7, Kino Yankee, give way to company A320, Neo in front, thereafter, taxi holding point, 18 via Lima. Ah, give way to the Neo in front, thereafter, 18 via Lima. 7, Kino Yankee, traffic pass you already, you can taxi. Yo, you're starting traffic, dankeschön. Okay, starting taxi, let's go, Samki Yankee. So. Der, äh, 320, Neo. Äh, machst du unsere Begrüßung, Elmoreida? Ich guck gleich mal rein, ja. Ab morgen hast du meine zwei Monate Prime? Ey, nice, Bruder, nice. Ihr wisst, Leute, Prime, Prime ist mehrkostenfrei. Prime ist mehrkostenfrei. Elmoreida ist Frankfurt Friday ein offizielles Watsum-Event. Das ist das offiziellste Watsum-Event, was es gibt. Das ist sogar das Watsum-Event, würde ich sagen. Ja. Frankfurt Friday ist wieder da. Der war jetzt in der Sommerpause und, ähm, ja, ist jetzt wieder am Start. So, wir gucken mal hier ein bisschen in den Alpha-Hof. Oh, hier. Das ist ein guter Pilot. Hier steht United tatsächlich immer an den, an den Positionen. United immer, Alpha 20, Alpha 22, das sind deren Positionen. Ist das nicht, ähm, ist das nicht zu how, warte, ist das nicht so, sonst hätte ich connected und nur für den neuen Elwander anstatt Frankfurt? Ja, schade, machst du nix. Nächste Mal. Ähm, ja, ich bin ein guter Pilot. Du bist das in der United? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr vorbildlich. Sehr vorbildlich. So, wir haben hier einen, ähm, 2-5-Center, eine 2-5-Center-Landung. Freunde, was heißt das? Was heißt das? Für uns? Wo ist sie da? Rollt sie jetzt ab? Ah, Leute, auf Watsum-Events steht da gar nicht. Ist nicht angekündigt als Event. Ach ja, das ist irgendwie gerade die neue Company Policy bei uns hier bei Watsum Germany. Irgendwie werden die Events nicht mehr bei My Watsum beworben. Hat mich nicht. Aber ihr wisst ja jetzt da, ihr wisst ja, wo ihr hin müsst, ne? Visual Swingover, genau. Und das heißt, er ist Number One für uns, ne? Er muss Number One sein. So, wir schicken mal, ja, wir müssen mal Mitte fragen. Mitte für West. Hier ist übrigens Event heute. Wir haben das 7 Kilo Yankee, Contact Tower, 1-2-4, das ist im Late 5-Center. 2-4-8, 5-0, Schutzbogen in der Luftkanzung. Mitte für West. Ist broken, hast du mich gehört? Ja, der Condor 1-4-8, November 1-5, der ist durchgerollt einfach, kannst du zum Turmschicken. Condor 1-4-8, Tower. Oh, hi, I'm almost so happy to see you. Conor 1-4-8, Abram. Oh, hi, I'm almost so happy to see you. Ist noch auf deiner Frequenz, David, auf jeden Fall. Schick mal rüber, zum Turm. In welchem Reiz lotst du? Den Westen von Frankfurt. Also, ja, alles, was ihr hier so seht. Alles, was ihr im Westen seht, vom Frankfurter Flughafen. Also immer jeder, der zu 1-8 muss, muss zu mir. Wenn ihr also, ja, wenn ihr zu 1-8 wollt, dann kommt ihr an mir heute nicht vorbei. So, Vibe, Niklas, danke für dein Follow. Adler Horst, sehr nice, dankeschön. Kev, Pity, Novi, XNL, danke auch. Silbo ATC auch, gerade erst gefollowed und dann gleich rangesab. Bruder, dankeschön nochmal. Marco Czik, dankeschön. Noja auch, dankeschön. Alle auf die 18 heute. Ist der Westen nicht relativ langweilig? Alle auf die 18 heute, ja. Nee, also, wie gesagt, der Westen hat es eigentlich auch in sich. Es muss halt ein bisschen was los sein. Du hast halt hier Kreuzungspunkte bei November 11, ganz viele. Flieger, die die Centerbahn kreuzen und die an's Gate wollen, wollen hier lang. Flieger, die von der Nordwestbahn kommen und an's Gate wollen, rollen hier lang. Und Flieger, die zu 1-8 wollen, rollen hier lang. Also, es kann hier auch schon voll werden, ja. Aber, du hast recht, da gebe ich dir recht, es ist nicht die spannendste Position. Also, es gibt viel, viel spannende. Maxi, Willian, hallo, moin. Schön, dass du dabei bist. Danke für den Rates, servus. Felix, moin, hallo. Und jeder, der auf der 2-5-Ride landet, also, wenn ihr auf der Nordwestbahn landet, dann kommt ihr auch zu mir, ne. Das hier ist die Landebahn Nordwest. Und jeder, der irgendwie hier abrollt, der kommt an mir auch nicht vorbei heute Abend. Da hören wir uns auf jeden Fall. So, was passiert hier so? Alles gut, oder? Ja, alles gut. Hier wird fleißig gepusht. Zack, hier. United steht auch noch da. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, request dich to befreit, confirm? Exactly, Tim. Du requestest to befreit. Sag mal eine Frage. Wenn ich bei Watsim lotsen möchte und in der langen Regionalgruppe als Zollmitglied bin, muss ich... Oh, das ist der Chathamers-Code. Muss ich irgendwie melden wegen einer Einweisung für das Programm oder wie schaut das aus? Du meldest dich bei der Regionalgruppe an, dann wartest du auf einen Termin für eine erste Lesson, für so einen Beginner, für den Kurs quasi, die erste Unterrichtsstunde und dann geht das alles nach und nach los. Wird das beigebracht auch, wie du mit den ganzen Programmen umgehst. Aber du kannst auch schon mal ein bisschen vorher lesen. Da gibt es ganz viele Artikel in der Knowledge Base. Musst du mal gucken. Da ist alles sehr, sehr gut erklärt. Bladi, Wifi, Abend, Hallo. Was ist das für ein Spiel? Microsoft Flight Simulator. Aber wir sind auf einem Netzwerk unterwegs, das heißt Watsim. Und da sind wir virtuelle Fluglotsen. Also es gibt die Leute, die vor ihrem PC sitzen und fliegen. Und wir machen den anderen Part. Wir sind die Fluglotsen in dieser Simulation. Und da sind wir mit dem 9er, fang ich so. So, ne, der war falsch. Das ist der hier, der hat uns gerufen. Eher Fluglotsen sitzen auch nur vor ihrem PC. Quasi. Ja, ist auch richtig. Vor allem Marie, die hat schon ganz viele eckige Augen. Die guckt wirklich auf ein Viereck. Ja. Ne, aber Apron-Lotsen, Freunde, das muss doch übel geil sein, oder? Du sitzt hier in diesem Turm und du kannst dich hier einfach hinstellen. Du siehst die Flugzeuge. Und ja, kannst einfach auch, das machen wohl einige Lotsen auch. Die stellen sich hin und lotsen das halt wirklich nach Sicht. Also die brauchen nicht das Groundradar. Kann man im Osten, im Osten hier kann man das wohl auch ganz gut machen. Hallo, Entschuldigung. Hier ist der andere Turm übrigens, ne? Das ist der andere Vorfeldturm im Osten von Frankfurt. Frankfurt hat zwei Vorfeldturme. Hallo, hey, Mo. Ähm, English guy, back. I will now be flying out of Zurich. Very nice, very nice. See you soon. Okay, wir sehen hier, der Sky Travel, der rollt falsch, ne? Normalerweise kriegen wir die über November, die zu 1-8 gehen. Aber der Bro rollt irgendwie über Lima. Naja. Und wir sagen mal dem Tower auf der Mitte gleich, für die Centerbahn, dem sagen wir gleich mal, dass er alle Flieger schon mit Reittern unter Lima schicken kann, wenn er frei ist. Erik? Alle Crossings, wenn du siehst, dass frei ist, kannst du gleich durchschicken bei Lima. Okay, gut. Also, wir machen das, wenn frei ist auf Lima, kann er durchschicken, Agreement. Das heißt, also, immer wenn man in Frankfurt ein Crossing bekommt über die Centerbahn, bekommt man danach meistens eine Instruction der After. Das hat den Grund, dass man nicht will, dass der Flieger hier in dieser Intersection stehen bleibt. Das ist so ein protecteder, heiliger Bereich in Frankfurt. Der soll immer frei sein, so schnell wie möglich. Deswegen gibt der Tower-Lotse danach immer eine Anweisung. Jetzt hier in diesem Fall gibt er immer die Anweisung, Taxi Reit und Lima holt short of November 1 vor. Also, die Flieger müssen hier voranhalten. Aber, was wir jetzt erlaubt haben an den Tower-Lotzen, was wir ihm gesagt haben, was er machen kann, ist, wenn er sieht, dass hier alles frei ist, dass es hier nicht stressig ist, dann soll er einfach sagen, Taxi Reit und to Lima ohne Clearance Limit und dann sagt er einfach Contact Apron. Also, die kommen dann hier schon ohne Clearance Limit, kommen die hier langgerollt. Ja, auch ganz normales Procedure. Einfach nur, damit ihr nicht anhalten müsst, Freunde. So machen wir das, ne? Alles, damit ihr nicht anhalten müsst. So, und was sehe ich hier? United 5-9er hat Startup Clearance bekommen. Die gute, gute United. Dann gucken wir uns das mal an hier mit dem Push. Bin ich ja mal gespannt, was da in der Mitte dir für einen Push gibt. Ähm, ja. Hallöchen, moin, servus. Kommen einfach mit Vollgas ums Eck und gehen steil auf Lima. Da wollen wir mal gucken, was passiert. Was wird? Ähm, ah, du bist ein Mitglied bei der RG Frankfurt. Jo, genau, ich bin in der RG Frankfurt. Ja. Oh, jetzt ist hier sein Stand occupied. Bra. Ah, okay. Ähm, wenn Bravo 20 occupied ist, warte, dann drücken wir einfach nochmal rauf. Ja, wiegt. Apron, schönen guten Abend. Jero-Ring 6, Foxtrot Romeo und Lima 17. Jero-Ring 6, Foxtrot Romeo, Apron, Gude, Gate Bravo 2-2. Taxi via Lima, hold short of November 8. Gate Bravo 2-2. Taxi via Lima, hold short of November 8. Jero-Ring 6, Foxtrot Romeo. Gut, ne? Ähm, Victor, stand für den? Ja, ne, das wollte ich ihm jetzt nicht antun. Hallo, Lufthansa, Warn 7, Uniform, holding short of November 1-0-1, November. Warn 7, Uniform, Apron, Gude, continue November. Continue November, Lufthansa, Warn 7, Uniform. Warte, Verlosung schon statt. Die erste, wir haben eine schon gemacht, eine von vier aber. Also, ja. Äh, wir hauen noch ein paar Amazon GIF-Cards raus. Wir hauen gleich nochmal 5 Euro raus. Und dann die nächsten beiden sind 15 und 25. Ich bin auch ein RG-Fragen für Dio, nice, dann sind wir ja Kollegen. Super. Ähm, haben meine Punkte für die Verabschiedungen verwendet? Ich glaube, du hast sie mitbekommen. Ich guck jetzt rein. So, ich guck jetzt rein. Ähm, Leute, ihr bekommt alles, alles, was wir mit Verabschiedungen nicht machen, bekommt ihr wieder. Du musst noch einiges lernen. Okay. Ähm, ja. So, oh, hier, knappe Kiste. Ähm, warum ich den Lufthansa da als Leipziger sehe, das ist irgendwie ein Bug in meinem Model Matching. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, ja. Ja. United, ganz oft, wird auch Face East gepusht. Face East auf November 8. Ähm, in die Area. Also, die gucken dann, die gucken dann so rum. Und dann taxieren sie hier rum über den Link 4. Und dann taxieren sie raus zu den Bahnen. Ups, und jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Nice, sind wir wieder zurück. Am Boden der Tatsachen. Sehr schön. Und wir fliegen wieder zurück. Yay, es geht zurück. Bei Victor said es nicht so schlimm. Ja, aber ist egal. Rowing 6, Fox.Romeo, contact apron, 121.850. Contact apron, 121.650. Rowing 6, Fox.Romeo, 121.850. 121.850, 6, Fox.Romeo. Gut. So, wir gehen mal hier wieder auf unsere Spanner-Position, auf unsere Stalker-Position. Auf unsere Stalker-Posi. So, gut. Gucken wir uns hier United mal an. Den Alpha-Hof hier. Haben wir schön im Auge. Sehr gut. Ähm, ja. Arne auch am Start. Moin Arne. Lufthansa 1, 7, Uniform, contact Tower. Und 1, 2, 4, das ist mit 8, 5, 0. Tower 1, 2, 4, 8, 5, 0, Lufthansa 1, 7, Uniform. Dankeschön. Ciao, ciao. Ach, jetzt habe ich wieder keine Verabschiedung gesagt, ne? Ich bin auch wirklich der losteste Mensch, den Twitch hier zu bieten hat. Ja, machst du nix. Bei 20 Minuten? Du hast aber nichts gesagt. Was ist hier schon, Toni? Ist das bei dem auch so ein Ding? Ach, Leute. Oh. Doch, klar. Gude. Ja, sehr gut. Jetzt weiß ich Bescheid. Arne ist auch da, Leute. Moin an Arne. Der überließ dich auch immer. Oh. Ich kann das hier auch größer ziehen. Wenn es uns zu langweilig wird hier, können wir größer ziehen. Schaut gut aus. Ach, Freunde. So, den 1-7-Uniform hier haben wir abgegeben an den Turm. Und ansonsten bekommen wir... Landet was auf der Nordwestbahn, landet nischt. Tja, weiß ich nicht. Wie viel müssen wir Frankfurt Approach bezahlen, dass die Meerflieger auf die Nordwestbahn schicken? So. Manu. Manu macht Süddirektor. Ja. Manu, gib mal mehr ab. Sag mal einfach, ja, die sind auf der Nordbahn besser auf... Und dass der Nordwestbahn besser aufgoben. Bist du nächste Woche auch wieder da beim Event? Der Frankfurt Friday ist jetzt, ironischerweise, nur noch alle zwei Wochen. Aber mal gucken. Vielleicht machen wir nächste Woche trotzdem ein kleines Gathering. Mal gucken. Komm, mach Party im Hotel an. Party im Hotel ist schon ein geiles Lied, ne? Machst du bitte noch Delfin an? Delfin? Ja, das kickt. Ja, ich weiß. Das ist ein gutes. Bist du eigentlich im TS? Ja, ich bin nebenbei im TS. Als Lotsen sind wir immer nebenbei im TS. Pusche gerade im Kurs. Sehr gut. Wer entscheidet das mit dem B-Weekly eigentlich? Niemand kann uns das Wöchentliche nehmen. Richtig. Wir sind das Volk. Er ist das Lied. Moment, defekt, nicht froh. Oh, wieder eine Landung auf der Centerbahn. Alarm. Da ist er. Da ist er. So, das ist unsere Number One, ne? Den müssen wir von der Centerbahn immer als erstes nehmen. Die kleine Ringelsocke. Die muss immer wieder frei werden. Während du notst auf Watzem ist der TS Pflicht. Ja, genau. Also, ja, ja, irgendwie schon ist das Pflicht, aber irgendwie auch nicht. Also, aber ja, ist es auf jeden Fall nicht schlecht, mit den Kollegen reden zu können. Ähm, ja. Elmo vor Watzem Präsident. Ja, Mann. Ja, Mann. So, Kondo rollt ab. 1,5 für 8 ist die Position. Die ist direkt hier. Also, das ist wirklich ein super krasser Shortcut, den der Bruder bekommt, ne? Kondo, Elprin, Gern, Kondo, Whisky, Zulu. Kondo, Whisky, Zulu, Elprin, Kudel, Stradhead, November, 1,0. And November, Stand, Victor, 1,5, 8. Stradhead, November, 1,0. November, Stand, 1,5, 8. Kondo, 8, Whisky, Zulu. Danke. Mitte für West. Also, Mitte für West. Kondo, 8, Whisky, Zulu. Der ist gerade aus der Bahn runtergegangen. Geht an Victor, 1,5, 8. Äh, darf ich behalten? November, 10, November. Perfekt. Gut, wir müssen uns immer kurz mit dem Kollegen absprechen. Ähm, weil, das liegt da hier in seinem Area of Responsibility. Und, ähm, ja. Ich habe aber schon gesehen, dass es frei sein wird. Deswegen haben wir schon mal angefangen, so rum zu clearen. Äh, er muss nur halt Bescheid wissen, ne? Dass da, dass da einer bei ihm reinkommt. Ja. So, United, da ist er. Sehr, sehr schön. Geiles Teil auf jeden Fall. Geiles Teil hat die United. So, hier ist die kleine Ringelsocke. Und hier ist die Position. Ein daneben. Hier ist sie. Victor, 1,5, 8 ist hier. Ja, Victor, 1,5, 8. Identified. Wo fliegt die United hin? United geht nach... United geht nach San Francisco. Da bin ich. Wo bist du? Oh, wir bekommen hier eine 777 rein. Ja, 777. Foxtrot 237. Nein, und jetzt auf der Nordwestbahn. Wo ist er? Da ist er. German Cargo. Ups. So. So, Leute. Ich sag's euch schon mal. Die anderen, die jetzt Werbung haben, die wissen's noch nicht. Aber wir machen, wenn die Werbung vorbei ist, dann hauen wir den anderen Fünfer raus. Den anderen Amazon-Fünfer, ja? Und dann kommen wir langsam mal zu den großen Pötten. Ne? Dass es sich auch mal lohnt. So. Hier wurde jetzt das Gate geändert. Das ist immer ein bisschen... Das finde ich... Ah, guck mal. Das ist immer so ein Ding. Also, ich will da auch gar keinen Lotsen ankacken oder so. Aber das ist so eine Sache, die mach ich immer nicht. Also, jetzt hat der Lotse wahrscheinlich das Gate geändert, weil er dem hier Push gegeben hat. Weil dann Bravo 2-2 erstmal nicht reachable ist. Aber das ist irgendwie so... Gate-Enderung ist cheating. Richtig, das würde ich auch sagen. Gate-Enderung ist cheating. Es ist nun mal einfach so in Frankfurt, dass man sich durch einen Pushback Gates zubaut. Und was kann man da machen? Den Push halt nicht geben. Das sind so Sachen, die muss man halt üben und sich merken und so weiter. Aber ich finde auch, genau, Gate-Enderung ist cheaten. Fünfer also? Wir haben als nächstes ein Fünfer raus, oder? Pauli, was sagst du? Hätte ja schon Lust, mal wieder nach Frankfurt zu fliegen. Aber gerade bin ich die Flugzeuge im FSA war leid und habe überhaupt keinen Bock. Oha! Und dringend den A319 und A319 und Phoenix. Du, da kannst du dich mit Operstein zusammentun, Dani. Der ist auch schon richtig, richtig horny auf die Phoenix-Updates. Gelbe Karte fürs Cheaten. Ja, also wie gesagt, es ist nicht das Schlimmste auf der Welt. Aber wäre halt was, was ich zum Beispiel nicht machen würde. Also jetzt nur so talking of, wie lotst jeder. Kannst du dann echt auch nicht machen, ne? Also kannst du auch nicht sagen, ja, da habe ich jetzt leider einen Push gegeben. Sorry, war ein bisschen blöd von mir, gelinde gesprochen. Jetzt gebe ich dir halt das andere Gate. Das funktioniert ja auch nicht, ne? Da muss man halt dann einfach gucken. Dann lässt man den hier zwei Minuten länger stehen und dann pusht er halt erst danach. Ich bin ganz horny auf die Sharklets. Da kannst du dich mit Tim zusammentun. Tim ist auch ganz horny auf die Sharklets. Der ist, der hat keine, äh, keine, äh, trockene Nacht, wollte ich sagen. Keine trockene Nacht hat der. Ähm, bis die Sharklets da sind. Excuse me? You heard what I said, Tim. And you know it's true. You know it's true. Ähm, ja. Ich bin auch horny. Glaube ich euch, glaube ich euch. So, Marie hat wieder eine Werbezusammenfassung gegeben. Vielen lieben Dank. Leute, wir hauen jetzt noch, wir hauen jetzt nochmal einen raus. Aber erst geben wir hier dem, äh, dem Box, dem German Cargo. Geben wir jetzt erstmal Taxi. Und, äh, dann haben wir raus. Nein, German Cargo 107 und Papa 1. German Cargo 107. Apron, moin. Foxtrot 237 via Papa 1. Tschüss. Foxtrot 237 via Papa 1. German Cargo 107. Danke. Perfekt. So, ist an der Position. Da tragen wir jetzt noch. Achso, nee, können wir hier gar nicht eintragen. Gut, ist auch egal. Ähm. Ach, du warst die Ringelsorke, Devin. Das hab ich gar nicht gecheckt. Warum hab ich das nicht gecheckt, Devin? Devin, wir haben uns schon zu lange nicht mehr gesehen, dann heißt das. Haben uns zu lange nicht mehr gesehen und gehört. Wenn ich das nicht erkenne. Mann, Mann, Mann. Leute, wir hauen jetzt nochmal den Amazon-Fürmer raus. So, den nächsten. Also, ähm, streamergiveaway.org. Let's go. Nächster. Nächster hier. Okay, ähm, diesmal schlagt mal wieder ein Wort vor. A-Firm nochmal für die German Cargo 107. Äh, Stan Fox von 237 war das, oder? A-Firm. Dankeschön. Sehr gut. Ähm, West Apron, Hasi, Justice for Mods, nein. Wortvorschlag, Kilo Echo. Nee, 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 das ist Quatsch. Das ist cringe. Ähm, Hase muss. Apron, German Cargo, Hase. Ja, Hase find ich gut. Hase find ich gut. So, Hase, also. Was sagt der Chat? Zweiter Versuch. Es ist nur 5 Euro, Chat. Es sind nur 5 Euro, die die Mods dann bekommen. Dürfen die Mods mitmachen oder nicht? Ja oder nein? Es sind nur 5 Euro, Leute. Es sind nur 5 Euro, die ein Mod gewinnen könnte. Ja, ich seh ja. Ich seh viele Ja's. Ja, why not? 5 ist okay. Okay, komm, wir lassen die Mods mal teilnehmen jetzt. So, okay. Und Start Giveaway. Hase. Hase ist. Alle jetzt Hase in den Chat. Hase einmal in den Chat. Wer spammt, wird getimeoutet. Und kriegt den Gutschein nicht. Es wird nicht gespammt. Aber jeder muss einmal mit Hase reingehen. So, dann seid ihr dabei beim Giveaway. Gut, Freunde. Wir gucken uns das hier mal weiter an. Aber passt alles. Hier gibt es nicht viel zu sehen gerade. Wir behalten das hier im Auge. Und gehen wieder in die Apron View mit rein. Denn wir kriegen hier gleich Besuch. Der Kollege, der hier abbiegt. Lufthansa 7, 9R6, ein A340-600. Der kommt nämlich zu uns. Hase. Sehr gut. Schreibt auch nochmal jemand auf der Frequenz. Sehr gut. Ja. Alle mit dem Hase in den Chat. Und dann seid ihr dabei für die 5 Euro von Amazon. Und danach machen wir dann im Laufe des Abends die 15 Euro und die 25. Und dann machen wir irgendwann nochmal einen Stream. Da gebe ich euch das, oder einem von euch, oder einer von euch, das LED-Picolo-Panel, keine Ahnung. Irgendwas, was Twitch mir dazu geschickt hat. Das bekommt ihr dann. Ja. So viel zu, nur einmal. Ja, ja. Wirklich. Ist so. Mann, Mann, Mann. Hase. So. Die Kollegen, die anderen Lotsenkollegen schreibt mir auch Hase jetzt. Sehr gut. Ähm. Ja. So, Leute. Wir machen noch eine Minute lang. Eine Minute lang noch Hase. Jetzt nochmal letzte Chance. Hase. 64 sind dabei. Hier. 796, April No, continue, Weyer November. Hase. Geht auch Hase per Snap? Nein, das geht nicht. Das ist, äh, das ist abgelehnt. Und so, irgendwie rollt der A340, der rollt super langsam, ne? Könnten jetzt anbieten, dass der halt über Lima, äh, 2-1-8 rollt. Also solche Überholungen sind auch sehr normal, tatsächlich. Ähm. Tower View. Tower View auf Lok. Vigo, mein lieber Moin. Auf Lok. Äh, ja. A440, 600, Lieblingsflugzeug. Von unser 1178, are you interested in, äh, interested in overtaking the A340 via Lima? Affirmative 1178. Von unser 1178, that's what I thought. Make the left-hand turn onto November 11, then ride onto Lima. Left November 11, then ride onto Lima. So, ne, der rollt ja da super langsam, da kann der kleine A340, äh, nice A340 Model Matching. Ja, also Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Äh, ja. Lufthansa 7996, Kontakt Tower, on 124.85, ist die Rung. 124.85, still rollen, Lufthansa 7996, cheers, Fernand. Darfst du als 11 November 1 aufklären? Ne, sowas machen wir nicht. Also, klar, also dürfen ist erstmal, ne, also, nein, es ist nicht mein Job, sagen wir mal so. Der Tower bekommt sein Geld dafür, dass, ähm, dass, ähm, dass er die Flugzeuge dort, äh, effizient raushaut und ich bekomme mein Geld dafür, dass ich die Flieger, ja, gut pushen lasse und so weiter. Das, äh, ja, gut, äh, er rollt jetzt auch nicht super langsam, aber so, es gibt so 747en, die rollen noch langsamer und es geht hier jetzt einfach wirklich nur darum, dass er halt einfach schneller am Hohling-Point sein kann. Lufthansa 3, Hotel Foxtrot, on Lima. Lufthansa 3, Hotel Foxtrot, you have to call 121.9, erfahr ich Sie rum. Okay, uh, 121, 109, 50, Lufthansa 3, Hotel Foxtrot, ciao. Unser 1178, Kontakt Tower, 124.8, erfahr ich Sie rum. Also ich will es nur noch mal kurz erklären, warum wir das jetzt gemacht haben. Der Lufthansa, der A320, hätte dem auch hinterher rollen können und der Tower hätte sie dann hier über November South aufgeteilt. Das wäre auch gegangen. Das hätte der Tower 100% gemacht. Es geht jetzt hierbei wirklich nur darum, dass der Lufthansa einfach wirklich schneller starten kann, als wenn er einfach wirklich dem jetzt dahinter herrollt, weil der einfach sehr, sehr langsam rollt. Darum geht es hier gerade einfach nur wirklich. Also wir, ich würde sonst niemals irgendwie, also angenommen, das wären alles A320 gewesen, dann würde ich niemals einen über Lima schicken. Niemals, das ist einfach der Job von Tower, das hier mit November South aufzubauen. Okay. You're still on Aprint Frequency. One to one decimal, question, one to four decimal eight five zero ist die Frequency. Sorry, thank you once. Okay. Habt ihr gesehen, es ist aufgegangen. Der ist also auch wesentlich, also, der ist schneller am Holding Point, als er es gewesen wäre davor. So, noch zehn Sekunden, Hase in den Chat schreiben, um mitzumachen bei dem 5 Euro Amazon Giveaway. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hase nochmal einen Chat. 3, 2, 1, 0,5, 0,7 und nee, das ist mehr. Und Schluss. Stop Giveaway und dann sehen wir jetzt gleich den Namen. Und Gewinnerin oder Gewinner, der 5 Euro ist Tom. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wenn es ein Mod gewesen wäre, ne? Ich wäre ausgerastet. Ich wäre ausgerastet, wenn es ein Mod gewesen wäre. Herzlichen Glückwunsch, Tom, gg, 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 gg ist in den Chat, gg, gg. Tom, herzlichen Glückwunsch. Für die 5 Euro Amazon, Tom, unbedingt einmal was in den Chat schreiben. Dann kann ich dir nämlich den Code auch direkt schicken. So, wo ist Tom? Tom, 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 da ist er. 2, 1, da ist er. Sehr nice, Tom, sehr nice, 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 nice. 5 Nachrichten erst im Chat, aber hier heute fett abgecashed. Nice. Lieben wir. Tom, ich kann dir irgendwie keinen Whisper schicken. Irgendwie. Hallo, Lufthansa, 3-7-Echo, November 1, 10. Unser 3-7-Echo, April 1, 0, continue by November. November 3-7-Echo. Wie lange plant ihr heute noch online zu sein? Bis 22.30 Uhr sind wir mindestens alle da, aber bestimmt auch länger. Oh, jetzt leckt so. Oh, oh, was ist jetzt los? Oh, oh. Gehen wir hier mal wieder auf. Habe ich da gerade richtig gehört? 1, 0,5, 0,7. Ja, das stimmt, da hat's gekracht, ja. So, wartet, Tom, jetzt muss ich erst mal gucken, wie wir hier an dich rankommen. Tom, ich schreibe sonst eben kurz den Code in den Global Chat und du musst ihn ganz schnell kopieren, ja? Hallo, von Natur, Eko, Tango und Papa. Von Natur, Eko, Tango, Elbren, Nado, Gate, ist Bravo 4, 5. Taxi via November 1, 1. Lima, hold short of November 8. Könnt ihr repeat the gate, please? Von Natur, Eko, Tango, Bravo 4, 5. Taxi via gate, Bravo 4, 5 via November 11, Lima, hold short of November 8. So, Tom, ich hab's rausbekommen, ich hab dir privat geschrieben jetzt mit dem Code. Gerne mal Feedback da, ob's geklappt hat, aber hat, glaube ich, funktioniert. Also, dürfte funktionieren, meine ich. So, wir sehen jetzt hier, ja, sehen wir unseren Vorfeldbereich, ne? Ganz gut. April in der Loge, Kaldinavien, 4, 5, 8, Papa, November 1, 1. Skandinavian, 4, 5, 8, Frankfurt, Eprin, hallo, Sir. Stand is Victor, 1, 1, 8, Taxi via November 1, 1, Lima, hold short of November 8. Was haben ein Flugzeug und eine Hose gemeinsam? Im Notfall müssen beide schnell runter. Das, äh, das ist sehr richtig, Darwin, ja, das stimmt sogar. Frankfurt, 1, 1, 1, Lufthansa, 4, 5, 5, 1, Lima. Unser 4, 4, 5, 5, Eprin, moin. Gate, Alpha, 6, 2, Taxi via Lima, short of November 8. Das Gate, nochmal bitte. Alpha, 6, 2. Hi, Brother, Sir, hello, Fandu, 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 Alpha, get pushin' start. Es blockt. Lufthansa, 4, 5, 5, Alpha, 6, 2. Alpha, 6, 2, via Lima, end November 8, Lufthansa, 4, 5, 5, danke. Negative, fold short of November 8. Fold short of November 8. Lufthansa, 3, 7, Echo, Contact Tower, 1, 2, 4, Decimal, 8, 5, Sirom. 1, 2, 4, 8, 5, 0, with Tower, Lufthansa, 3, 7, Echo, bye-bye. Nice, nice. Tempenter, hello, this has a 2, 4, Charlie, Echo, correction, 2, 4, Charlie, Alpha, request pushin' start. Unser 2, 4, Charlie, Alpha, Eprin, on 1, 2, 1, Decimal, 8, 5, Sirom. 1, 2, 1, 8, 5, 0, thank you. Beim VicaC change war's bei mir nach der Zeitenzahl vorbei. Einfach mitschreiben immer schnell. Das geht, das kann man, das kann man. So, ich muss mal irgendwie. Mach ich mal hier ein paar Chrome-Tabs zu, die ich nicht brauch. So, den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Und, ja, den brauchen wir nicht. Danke, ging alles, sehr gut, freut mich. Viel Spaß mit den 5 Euro. Was kaufst du davon, Tom? schreibt man chat ab dem siebten neunten 8,3 der kilohertz ja man ich habe auch übel bock das wird sehr sehr nice das ist unser vorverhältnis kontakt 1 2 1.8 5 guck mal hier die polonaise wird angeführt hier die kleine polonaise kleine polonaise hey morala hallo targolux 744 request taxi targolux 744 confirm you don't need pushback sir wir request push 744 targolux 744 push be geproofed push be geproofed 744 danke schön immer die amerikaner mit dem radiojack das ist so deren klassiker der all time classic bei den americans ist es ein bisschen unglücklich bin ich der condor ist halt ein a330 ist super langsam der scandinavian der sehen wir ja auch auf der auf der view hier der steht dem ja im rücken also der jetzt hält er an das scandinavian aber dann ich weiß wo er an wollen sollen scheint doch doch und krieg dahin und der track und tango kontakt apron monton das und das ist ein schön tag noch hätten wir gucken können ob wir scandinavian und kondor nicht auch irgendwie getrennt nehmen wir die rollwege apropos 350 tim ist gebannt tims gebannt so i don't know wo ist unser a350 kapitän a350 kapitän bitte bitte wiederkommen in den chat 11 guten abend kontakt rienkipapa november 10 kontakt rienkipapa april ado continue bei november continue bei november kontakt rienkipapa der der keiner war der war keiner ja christian kennt sie alle scandinavian vor 58 kontakt april one to one decimal 8 5 0 1 2 1 8 5 0 scandinavian 4 5 8 mal so geil hier ne mit den ganzen fliegers ich finde das schon cool ich bin mal jungen kontrol south ort tim mein beileitung mein beileit ja da rollt unsere 747 400 auch über den alten november 8 deswegen sieht das hier so komisch aus ne ist der alte november 8 das sind jetzt positionen und das hier ist der neue november 8 der ist hier neben ja ist halt immer so ein problem bei bei sceneries so hier ist unser unser westen unser hoheitsgebiet hier können wir alles schön wenn wir alles schön sehen was immer meine account suspended so frech na hase sei ehrlich was hast du gemacht oh hier ist scandinavian hat jetzt ein neues geld bekommen ok kontakt rienkipapa kontakt tower 1 2 4 das mal 8 5 0 1 2 4 das mal 8 5 0 kontakt rienkipapa invalid personal detail hast du geflunkert beim namen vielleicht beim ersten mal hieß du irgendwie schmarren mubert oder so einfach so waren die nämlich wirklich nicht aber es gibt nichts was man bei wazim oder auch allgemein leute kleiner elmo radar service social tip es gibt nichts auf der welt was man nicht klären kann also schwingt euch hinter die e mail hinter den e mail klapperkasten und schreibt den einfach ja also klärt das mit wazim da wird man wieder entwandern das kann man alles klären ja auf unicom geschrien kann sein dass es wäre auch ein grund so gesehen wieder einer landet auf der tufer frei können wir da ganz gut sehen was so was machen wir dann sehen wir hier auch nur wenn wir 10 das ist unser erster rollweg den wir haben und genau sehen wir die hier sehen wir die flieger hier ankommen so sehr sehr schön heute hast du sie sogar clip mit dem heuer auf jeden wie geht es meinem lieblingslotsen mir geht es sehr sehr gut und weil du nach deinem lieblingslotsen fragt ich glaube wie geht es auch gut oder wo wie geht es hier ja wo geht es auch gut ja auf unicom ist auch welche ja das ist irgendwie auch so sein ganz eigenes ding ja okay ich höre nebenbei immer mal wenn ich mal ganz still bin und so in ich gucke so in mich gekehrt gucke dann höre ich den kollegen zu was wir auf teamsteak sagen da passieren mich manchmal die spannendsten dinge so wir haben hier wieder durch roller der lufthansa 5 vor tango grüße an der stelle rollt hierdurch durch november 10 ja mach's gut mein lieber mir muss nordpickup kontrollieren gehen schau oh macht er ist der gang guter das hat schulden victor und papa seit juliette victor frankfurt question elmo apron hallo gate alpha 5 0 taxi war ja november 1 1 von au gate alpha 5 0 taxi in november 1 1 luft von seit juliette victor na ok gut den kriegen wir also man kann immer gucken alpha 50 alpha 50 liegt halt hier ne man kann dann gucken dass man den flieger über november zum alpha 50 bringt also entgegen der standard betriebsrichtung von november november wird sonst immer halt richtung westen verwendet zu 1.8 man kann aber wenn kein verkehr ist kann man den halt auch andersrum verwenden das ist in frankfurt das coole es ist alles erlaubt solange es effizient ist und ja jetzt sehen wir aber was dagegen spricht sind dass hier flieger zu 1.8 stehen die wollen zu 1.8 und das geht dann halt nicht deswegen sagen wir jetzt gleich dass es über november 11 lima november holt shot november 8 geht es was eigentlich mit dem video die mit dem wupsi wupsi im letzten stream genau dass wir die ist da das video die ist da also nur der clip ist nicht da genau also ja wir haben gesagt also leute ich habe das auch den mods erklärt oder gesagt wenn ich mal einen verbaselt oder so eine startungsunterschreitung da mache dann dann sage ich ja nicht ja das ist nicht meine schuld leute 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 Gebet mit der Taxi-Wave für 7.4 Carglox 7.4, Taxi via November, November 1.1, Lima, holt short auf November 8 Carglox 7.4, wir geben den A320 in Front, im Taxi via November, November 1.1, Lima, holt short November 8 Unser Adjo Edviktor Ebrin, 121850, tschö 121850, tschö Elmo Ebrin, guten Abend, Wizz Air 6.4, On Papa, approaching November 1.1 Wizz Air 6.4, Elmo Ebrin, good evening sir Stand Victor 108, Taxi via November 1.1, hold short of November Taxi via November 1.1, hold short of November, Wizz Air 6.5.4 Jetzt müssen wir mal gucken, die 7.4.7 bewegt sie noch nicht, das ist ein bisschen blöd, aber die braucht halt oft ein bisschen Wir nehmen Wizz Air auf jeden Fall noch davor Wizz Air 6.5.4, continue November 1.1, left on Lima Continue November 1.1, left on Lima, Wizz Air 6.5.4 Carglox 7.4.4, at November 1.1, your number 2, blind Wizz Air, Ebrus 8.320, Neo Carglox 7.4.4, at November 1.1, number 2, behind Wizz Air, Ebrus 8.320, Neo Oh, hi, Elmo so happy to see you Carglox 7.4.4, number 2, after Ebrus 8.321, I think Lufthansa 270, Ebrun Der nächste, der hier einfach durchrollt, Bro Oh Carglox 7.4.4, hold short of November, please We don't have contact with Lufthansa Real hold short on November, Carglox 7.4.4 Carglox 7.4.4, hold short of November Hold short of November, 7.4.4 Lufthansa 270 Lufthansa 270 Mitte, for best Wunderschöne, guten Abend Lufthansa Carglox 1.5 X-Ray, on the cover, hold short of November Lufthansa Carglox 1.5 X-Ray, Ebrun Nalo, Stand Foxtrot 2.1.2, taxi via November, 1.1, hold short of November Lufthansa Carglox 1.5 X-Ray, on the cover, hold short of November Stand Foxtrot 2.1.2, taxi via November, 1.1, hold short of November Lufthansa Carglox 1.5 X-Ray This is here very nervous, we can't get out of Carglox 7.4.4, taxi via November, November, 1.1, and Lima Will taxi now, November, November, 1.1, Lima VCR 654, contact apron 121.850 Kontakt apron 121.850, VCR 654, bye bye Lufthansa 270 Guck mal, wie geil das aussieht, wenn hier einer startet, das sieht man auch noch dann Ich bin gesehen Boah, das ist eine coole View Lufthansa 270 0 Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein, anzuhalten zur Not auch, oder? Also, keine Ahnung Ja, also das macht mich wirklich komplett aggressiv, wenn einer ohne irgendwie was langrollt, also das Lufthansa 270 Lufthansa 270, nice to talk to you, sir You were instructed to hold short of November 1.0, and, yeah, it's not how this is working, sir Sorry for that Lufthansa 270, contact now tower, 124850 124850, ähm, Lufthansa 270 Kakelux 744, hold short of November 8, and contact apron 121, decimal 850 Hold short November 8, contact apron 121, 850 Is now what it is working? Ja, ne, das ist doch wirklich schwan, oder was? Also, keine Ahnung Angenommen, ich weiß nicht, wie weit ich rollen darf, dann halte ich halt einfach an Das ist ja der Vorteil, nur mal den wir hier haben auf dem Boden In der Luft kannst du nicht einfach einen Anker werfen Ja, auf dem Boden kannst du einen Anker nochmal werfen und fragen Aber ich würde doch nicht einfach in Frankfurt, wo ich auch noch sehe, dass rechts und links Flugzeuge sind, irgendwo einfach weiter Ja, jetzt hatte ich hier gerade hier Das hat es gerade geknacht One Lima X-ray, confirm, behind the company Behind the company, with the Kakel one Lima X-ray Sehr gut, so, gut Ja, ne, also Einfach kurz Pause drücken in der Luft, richtig, das kann man auch mal machen Gut, ne, so, hier haben wir jetzt gesagt, da seht ihr das Da haben wir jetzt gesagt, der soll dem anderen, ups, nicht so weit, der soll dem anderen Way geben Zack, das klappt auch sehr schön, seht ihr das, ein Traum Lufthansa 24, Charlie Alpha, Contact Tower, 124.850 Lufthansa 24, Charlie Alpha Tower, 124.850 Lufthansa 24, Charlie Alpha Tower, 124.850 Dann machen wir noch mal das Fenster zu Und wir machen mal ein Ventilator an, denn Ich meine hier Elmo takes Of all his clothes Clothes Hab schon lange nichts mehr gewünscht, oh Dani Wenn du dir das wünschst, dann gucke ich mir das natürlich sofort an So, zack Das ist bestimmt ein gutes Lied ah ja das sieht schon familienfreundlich aus ja das machen wir mal rein so ist drin kommt sofort gut der cargo geht auf seine position oder wo kann ich hier nicht das ist ein banger dann ein wichtiger banger ist es dann fliegst du eigentlich immer immer wenn ich bock habe meist habe ich keinen bock nee gestern nacht bin ich noch mit bubi geflogen eine runde cpu auslastung 50 moin mein lieber grüße an die cpu in den usa als lufthansa unterwegs ja richtig lufthansa und 255 klar ist ja klar junge viermal werbung ja ich weiß es triggert wir machen weniger werbung ab nächsten stream oder kann ich es im stream ändern das ist ein geiles lied ich kann glaube ich oder okay wir haben jetzt mal weniger werbung gemacht mal gucken ab wann das klappt mal sehen servus bist du der einzige deutsche heute dann herzlich willkommen alle willkommen auf dem watz im netzwerk wenn ihr irgendeine frage habt dann gerne rein in den chat damit wir sind virtuelle fluglotsen das schon mal das schon mal vorab wird heute gequencht mal gucken ich habe mit raptor schon ein bisschen elo verloren mal gucken lufthansa 1522 nice lufthansa 1522 frankfurt april nado continue by november danke für die folge wir sind auf dem weg zu den 4000 followers langsam aber sicher slow and steady ähm also ja falls ihr noch nicht gefolgt habt ganz kurz mal rausgehen aus dem vollbild kurz rausgehen aus dem vollbild und einmal bitte kurz cross checken ähm dass der follow button äh dass er lila ist ist er lila dann i have no idea ihr wisst was ich mein guckt einfach mal rein bitte ist wichtig ist wichtig ist wichtig ist die alpha 52 gerade frei alpha 52 ist frei indeed alpha 52 ist big time frei kranker Frank, good evening, Los Angeles 61 Juliet approaching November 1-0. Los Angeles 61 Juliet apron, continue by November. La 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 la, Marie, Marie gönnt dem lieben Füll. Marie gönnt dem lieben Füll, Marie gönnt dem lieben Füll einsam. 728, we see you, Papa One. In our 728, Frankfurt apron, hello, taxi position, Victor 270 via Papa One. Victor 270 via Papa One, Los Angeles. So. Lufthansa 1522, call Tower. 124.850, bye bye. Contact Tower 14850, Lufthansa 1522, thank you. Good night. Good night. Phil, mein Lieber, du hast jetzt einen Sub, du hast jetzt K, keine Werbung mehr. Wie fühlt sich das an? Eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Fluglotsen und Vorfeldlotse? Ein Vorfeldlotse ist auch ein Fluglotse. Ähm, nur wir arbeiten halt nur auf dem Vorfeld, also wir lotsen nur das Vorfeld. Ähm, und, also es ist quasi eine Unterkategorie von einem Fluglotsen. Ansonsten gibt es Fluglotsen im Tower, es gibt Fluglotsen im Center, die sitzen im Keller. Ja. Ja. Das ist der letzte Frankfurt Friday vor dem 8,3 Kilohertz. Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht, Bennett. Nice. Das, ähm, stimmt tatsächlich, ne? Ja, nice. Erl, 178, wir müssen hier 4 Minuten halten. Sag mal. Erl, 178, wir müssen hier 4 Minuten halten. Okay. Nehmen wir mal so innen erstmal, da muss ich erstmal anhalten. Lufthansa 6, 1 Juliet Call, Tower. 1, 2, 4, decimal 8, fahr ich dir rum. Tschüss. Was hieß es? 8,3 Kilohertz? 8,3 Kilohertz. 8,3 Kilohertz ist einfach... Ist einfach ein anderes Frequenzband. Gerade hat Watzim, ähm, gerade hat Watzim, ähm, 25 Kilohertz Frequenzbänder. Das heißt, die Frequenzen sind, ähm, ja, das heißt, die Frequenzen können nicht so viele Endungen haben. Long story short. Das ist eigentlich die Long story short. Frequenzen können nicht so viele Änderungen haben. Das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel für Apron, gibt's die 121750, 121850. Ähm, wenn jetzt aber das 8,3 Kilohertzband kommt, dann sind Frequenzen möglich wie, ähm, 121.855, 121.755, also die echten Frequenzen. Ähm, ja. In echt wird 8,3 Kilohertz schon verwendet, schon seit vielen, vielen Jahren. Und das kommt jetzt in zwei Wochen weniger, oder? Weniger als zwei Wochen? Irgendwie so. Ab 7. September jedenfalls, ähm, kommt das bei Watzim auch. Und, ähm, dann haben wir die echten Frequenzen. Also nochmal ein großer, großer Schritt Richtung Realism. Butter-Chicken mit Reis und, naaa, ein Braunbeer kommt um 23.45 von der Arbeit und wird Hunger haben. Ach, der kriegt auch noch was. Ja, das ist ja lieb. Das ist lieb. So, hier, ihr kennt das, ne? Wer sich hier verrollt, der, äh, parkt hier auch hier oben. Das ist das, äh, El Morada-Prinzip. Ähm, ja. Was ist ein Name? Ich hab keine Ahnung, Bennett. Ich hab einfach mal gesagt, weil ich, äh, weil ich ja nicht als Dummer dastehen will. Get right back, Roger. Bildungslücke. Ja, ich bin die Bildungslücke. Ja, hörst du nix. Fliegen wir ja mal ein bisschen rum, ne? Hier, Tufa Freit läuft von ganz alleine. Frankfurt-Aprin, hallo, Lufthansa One Mic Tango und Papa. Auch Papa. Da. Lufthansa One Mic Tango, Aprin, hallo. Gate Alpha 2-0. Taxi via November 1-1. Gate Alpha 2-0 via November 1-1. Lufthansa One Mic Tango. Gut. Erstmal sagen wir nur November 1-1. Oh, guck mal. Nice. Da sehen wir die ganzen Anflüge auch noch. Achso, ja, ich hab Microsoft Flight Simulator heute windowed. Ähm, das ist irgendwie einfacher, das dann einblenden zu lassen und so. Egal. Mitte für West. Lufthansa One Mic Tango auf der Brücke, Alpha 20. Äh, passt der noch, äh, über November? Okay. So, jetzt haben wir für den haben wir mal angerufen, ob wir den nicht über November schicken können. Wir haben hier zwar den Lufthansa Seven, äh, Lufthansa Yankee 5-2. Gucke ich richtig oder habe ich, habe ich einen Star im Auge? Oh, hi. I'm almost so happy to see you. Mensch, was sind denn das für Call Signs? Unrealistisch hier. Also, du nimmst den One Mic Tango bei November, ja? Perfekt. Unser One Mic Tango, Alpha 2-0, Taxi via November, short of November 8. Lufthansa One Mic Tango. Sag mal, wenn ich die 2-5-3 zur Landung requeste, äh, komme ich doch bei dir vorbei, oder? Exactly. Wenden bei dir oft Leute gesperrt? Nee. Also, es ist noch nicht so viel, dass wir darüber einen eigenen Stream machen könnten. Das ist noch nicht. Schau mal das Call Sign. Zeig mal. Ja. Ja. Panser 8-9-5. Frankfurt-Aprin. Gate Bravo 1-0, Taxi via November, 1-1, Lima. Hold short of November 8. Ja. Set Bravo 1-0, via November 1-1, Lima. Short November 8. Lufthansa 8-9-5. Ja. Oh, kommt wieder Lima. Ja. Unser One Mic Tango, das passt leider gerade doch nicht. Revision, Taxi November, 1-1, Lima. Hold short of November 8. Tempo, Berlin November, 1-1, Lima. Untold short November 8. Lufthansa One Mic Tango. Gut, hab ich gehört, ne? Das klappt manchmal doch nicht, die bei November zu nehmen, weil der hat jetzt, der hat jetzt sehr schnell Ready for Taxi gemeldet. Ganz oft brauchen die Flieger immer noch ein bisschen und dann wäre der halt schnell bei November reingehuscht ans Gate. Aber, ähm, ja, dann geben wir halt eine Revision und machen das dann so. Das ist auch so ganz wichtig beim Frankfurter Apron Lotsen. Alle, die das von euch noch machen oder schon machen oder machen werden. Ähm, einen Plan, den ihr erstmal gemacht habt, den kann man auch wieder über den Haufen werfen, wenn ein anderer halt einfach jetzt besser ist. Und das wäre jetzt einfach dumm, wenn wir dann, ähm, obwohl das wäre wahrscheinlich noch gegangen, ne? Also, naja, gut. Der ist sehr schnell, der One Mic Tango. Egal. Hätte man hier auch noch hinbekommen. Ja. Ich gucke da nochmal wegen dem Cross-Sign. Wer der uns da geschickt hat. Äh, Boltix 661, Air Boltix 6, Alpha 1. Boah. Auf unser One Mic Tango, contact Apron, 1-to-1, 850. Apron, 1-to-1, 850. Auf unser One Mic Tango, ciao. Ich frage. Ich frage den Piloten, aber ja, ich kann gleich mal hören. Ich frage gleich mal beim Kollegen auf der Frequenz mithören. Gibt auch Air Boltix 6, Charlie Tree, Geisteskrank von Air Boltix. Guck mal, wie es hier alles funkelt mitte nicht. Das ist ja insane. So, das ist hier unser November 1-1, ne? Unsere Hot Intersection. Oh, was denn so? Lufthansa 895, contact Apron, 1-to-1, 850. 1-to-1, 850, Lufthansa 895, auf 10. Oh, hi. Almost so happy to see you. Oh, hi. 50 CCM, bau, bau, autobahn. Auch das ist ein Banger-Lied. Stream, Bessermann. 50 CCM. Das schütte Musik hier immer, mein Lieber. Immer. Kannst du mal Alpha 5-2 gehen? Ich will wissen, ob ich als A350 angezeigt werde. Let's go. So, wir gehen rein. Frank Fuert, Apron, guten Abend. Lufthansa Yankee 5-2, holding point November 1-0. Lufthansa Yankee 5-2, Apron, gute. Runway 18, continue by November. Runway 18, continue by November. Runway 18, continue by November. Lufthansa Yankee 5-2. So, hier haben wir das Subjekt der Begierde. Ähm, das Objekt der Begierde. Sieht gut aus, oder? Also, ich bin kein Flugzeugexperte, aber sieht groß aus. Ist mir, äh, ist mir schon aufgefallen, äh, hab schon öfters zugeschaut, äh, bin aber eher stiller wie beim Hintergrund. Du, das ist auch follow-up, okay. Es muss auch jemanden geben, der einfach nur im Hintergrund hier sitzt und die Verantwortung hat, ne? Der hat den Hut auf, das ist auch wichtig. Muss es auch geben. Ich will nie mehr zu Marie. Konter 1, Tango Victor, Apron, gute. Gate Alpha 1, hold short, November 8. Alpha 1, hold short, November 8. 1, Tango Victor. Das war alles, was wir haben. Frankfurt 8, Apron, gute. Lufthansa 1507, auf Lima. The 1507, Apron, guten Abend. Gate Alpha 4, Zero, hold short, November 8. Gate Alpha 4, Zero, hold short, November 8. Lufthansa 1507. Konter 1, Tango Victor, contact Apron, 1 to 1, 850, tschüss. 1 to 1, 850, servus, 1, Tango Victor. Soll ich mal Licht ausmachen, eigentlich? Wird's ein bisschen muckelig, glaub ich. Auge. Auge. Wir haben ein Emote, ein eigenes für dich. Hä? Das ist doch übel süß. So. Partylichter an. Partylicht an? Oh. Ja, ich weiß es. Auf dem iPad wird das nicht angezeigt. Was? Lufthansa 1507, contact Apron, 1 to 1, 850. 1 to 1, 850, Lufthansa 1507. Lufthansa Yankee 52, Kontakt Tower, 1-2-4, das ist ein 850. Kontakt Tower, 1-2-4, das ist ein 850, Lufthansa Yankee 52, Lufthansa Yankee 52, das ist ein 850. Guck mal, überall die Lichter in der Luft. So nice, oder? Da haben wir eine 2-5-Center-Landung. Oh, 2-5-Center-Landung. Ding-Dong, aufpassen. So, der Condor, der vacatet hier leider schon. Dann kommt er gar nicht erst zu uns, der geht dann direkt ans Center. Ist an Mitte, April, und der Mitte nimmt den dann an die Positionen. Hier steht immer im Label drin, welche Positionen die gehen. Ähm, ja. Und theoretisch müsste der April-Lotse jetzt den Flieger hier anhalten lassen noch. Ja, und jetzt muss der hier halt einfach runter. Der muss wirklich Number One sein, der muss runter von der Bahn. Tower wird so sauer, wenn die noch auf der, äh, auf der Intersection stehen. Unser 6-3-7-Alpha, Frankfurt, Apron, good evening, Sir. Gate Alpha, 2-3, hold short of November 8. Guck, meanwhile fahren sogar hier die kleinen, die kleinen Rollis fahren hier sogar schon rum. Naja. Da hast du schon mal einen Touchdown, das heißt in Frankfurt, du bist schon auf dem Final. Ähm, ja, nice Tim, sehr schön. Obviously not. Man sieht hier bei Nacht, sieht's, also, weiß ich nicht, Night Lighting, sieht das so aus in echt? I don't know. Oh, das wollte ich nicht. Sorry, jetzt müssen wir nochmal anfangen. Sorry, Miss-Click. Nachtfeeling ist schon sick, Frankfurt sieht trotzdem, äh, noch Mist aus. Zu dunkel, äh, ist noch nicht eigentlich. Äh, okay. Also ich find's schon krass, dass das hier einfach wirklich, also hier ist wirklich zappen Dupestar auf den Rollwegen, ne? Wir müssen richtig aufpassen. Lofthansa 6-3-7-Alpha, Apron on 1-1-1-8-5-0. Tschüss. Lofthansa 6-3-7-Alpha, danke dir. Oh, das ist der Bro hier, ne, den haben wir jetzt weggeschickt. Frankfurt Ground, hello. Äh, Conor Toergeting with information Fox is on board. Requesting IFA Accuracy Destination Los Angeles. Conor Toergeting, hallo, dafür musst du den Delivery rufen. Und Delivery ist auch 1-2-1, da ist noch mit dem Niner. Dankeschön. 1-2-1, da ist noch mit dem Niner. Conor Toergeting, go. Ähm, bin froh, dass mich nach, ähm, Updates immer einmal die Sellerie reinladet, sonst hätte ich vielleicht eher Spider-Lando gemerkt, dass die aktuelle Virtual-Fahrung mir auch so ist. Oh Gott, äh, wenn ich jetzt noch auf Urwachenforschung gehe, wird's vielleicht zu spät. Och Mensch. Echt? Crash das bei dir dann? Das ist ja blöd. Hm. Ich bin so froh, dass mein Standard an Grafik, äh, im Flight Sim auf dem Level von Flight Gear ist und nicht real life. Äh, für mich sieht Frankfurt grad super aus. Sieht ja sehr gut, das ist ja auch gut. Ich höre das mit den Lichtern halt immer nice, ne? Das ist so, du siehst überall die, äh, die, die Stropes und so, das sieht so geil aus. Und Landelichter, das, äh, das macht schon was her. Also ich finde, das ist schon, das ist schon sehr sessig. Guck, da, und, ach, man sieht auch im Departure Airspace sieht man's auch überall funkeln. Ey, Leute, ist das nicht geil? Also, Tower View machen wir jetzt immer ab jetzt, oder? Oder was sagt ihr? Was sagt ihr? Das ist ja wohl super nice, diese Flieger auch zu sehen. Guck mal, da ist der Turm, der DFS-Turm, da haben wir's nicht reingeschafft. Äh, sowohl heute Abend nicht, als auch, äh, vor ein paar Jahren nicht. Frank von Apron, äh, guten Abend, Lufthansa, 7-5. Unser 7-5, Frankfurt-Apron, guten Abend, Gate-Alpha, 1-3, Taxi-Weier, November, 1-1, Lima, Holdingshort, November, 8, Lufthansa, 7-5. Sehr gut. Ja, sad girl. Tower View beim Central Oats incoming, haha, ja. Für kostenlos ist das schon echt geil gemacht, ja, ich würde auch, also, Ritual Fra ist schon gut. Wenn jetzt noch irgendwann eine Frankfurts Szenerie auf dem Niveau von München oder ähnliches kommt, dann wär's schon cool. Ja, also, AeroSoft hat auch gesagt, das ist was wir machen, oder? Last station, sehr gern. LL-728, ready for push start, stand director to 70. LL-728, push back approved, face west. Push back approved, face west, LL-728. Gut. Ah, sind die, das, daran hat er nichts geändert. Das ist aber jetzt ein ziemlicher Anfang der Entwicklung. Ah, okay. Ähm, gut Ding, will Weile haben, ne? Also, ja, warten wir noch ein bisschen. Wird schon, wird schon was Gutes kommen. Trust, trust me on this one. Das ist ja so nice, ne, die ganzen Flieger zu sehen. Und wenn wir heute noch hier Mitte lotsen würden, ne? Oh, ich wäre wirklich Wanke in real life, wirklich. Also, das wär ja wirklich, äh, super nice. Hier die ganzen Flieger zu sehen. Boah. So nice. Ja, ähm, ach so, Chat, an der Stelle, an der Stelle. Ähm, so ein guter Chat lebt ja von, von Mitarbeit. Und, ähm, falls ihr euch wundert, was es mit den Emotes auf sich hat. Mike 304, Lima. Unser 2 Kilo Whisky, April, Nado, Gate, Alpha 34, hold short of November 8. Alpha 34, short of November 8, das ist unser 2 Kilo Whisky. Ähm, falls ihr euch fragt, was es mit den Emotes auf sich hat. Richtig, Bubi schreibt's gerade in den Chat. 7TV, ihr müsst euch diese Applikation, Leute, da vertraut die mir einfach mal. Die müsst ihr euch runterladen, das ist eine kleine Extension für euren Browser, die holt ihr euch einfach. Und dann seht ihr auch im Twitch Chat die ganze Zeit diese Emotes, die ihr immer im Chat hier seht. Ihr seht ja im Chat, über mir seht ihr ja immer die Emotes. Weiß nicht, wenn wir jetzt hier Marie Nessie eingeben zum Beispiel, dann sehen wir da, ne, Marie Nessie am Tanzen, ganz entspannt. Ähm, weiß ich nicht, wenn wir hier, äh, Navigraph Direct eingeben, dann sehen wir hier, ja. Ähm, also holt euch dieses Addon und dann, äh, und dann könnt ihr hier diese geilen Emotes alle reinschicken. Und, ähm, ja, genau. Das wollte ich nochmal sagen. Also holt euch das und dann geht's los. Gibt's das noch fürs iPad? Weiß ich gar nicht. Glaubt, Marie hat gesagt, geht nicht. So, das ist Christian und mein Lied. Dazu haben Christian und ich uns kennengelernt. Bis Kölnbündig. Laufthansa 2014, On Pop. Laufthansa 2014, Apron, guten Abend. Gate Alpha 26, Taxi, via November 11, Lima, holt statt auf November 8. Gate Alpha 26, via November 11, Lima, November 8, Laufthansa 2014. Hold short of November 8. Short of November, äh, sorry, Laufthansa 2014. Unser 2kilo Whisky, contact Apron 121, decimal 8, 50, tschüssi. Apron 121, äh, 8, 50, ciao. So, jetzt wird's hier voller in unserem Zuständigkeitsbereich. Wir gucken uns das hier mal an. Hier seht ihr Lima wieder. Lichtgeschwindigkeit. Hey, danke für den Raids. Moin. Guten Abend, das war 6Fox Mike und Lima. Und das wird's able, Bravo 24. Und das ist das 6Fox Mike. Ich, äh, schaue mal. äh, Bravo 24 ist, äh, not available. For now, äh, add November 11, give way to company out of November 11. 6Fox Mike, Roger, in November 11, giving way to company out of November 11. 6Fox Mike, I can offer you Bravo 22. La 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 la. 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 Almost well. 5Fox Mike, call Apron 121, 8, 50, tschüssi. 1-2-1, 8, 5, äh, Lufthansa, 7, 5, tschüssi. 1-2-1, 8, 5, äh, Lufthansa, 7, 5, tschüssi. 1-2-1, 8, we are at 4, 100, taxi. 1-2-1, 8, we are at 4, 100, taxi. 1-2-1, 8, taxi via Whisky, 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 1. 1-2-1, 8, Whisky, Whisky, 1. Grüße aus der DFS. Oh, die DFS ist hier. Vielen Dank für den Prime Sub an die DFS. Kaladin, vielen Dank. Was machst du denn bei der DFS? So, wir warten jetzt hier gerade darauf, dass der 6, ja, dass der 7, 5 sich mal bewegt. Ah, jetzt bewegt er sich, sehr schön. Noch einer mehr. Ja, ja, der Chat ist hier voll mit der Flugsicherung. Lufthansa, 6Fox Mike, get forward to company, please. 6Fox Mike, ja, just holding here. Oh, ciao, danke. So, ich trage hier nochmal ein für den Mittel. Number One. Mitte für West. Dem 7-5 in November 1-1, bitte Beine machen. Innerhalb 7-2-8, Kontakt Tower, 1-2-4, das ist mal 8-5-0, tschüss. Tower, 1-2-4, 8-0-0, 7-2-8, Kredow, Blatt. Boah, Leute. Für eine Frequency-Change, das ist wirklich blöd. Äh, ja. Also ich hätte gerne gehabt, dass er abpiekt und dann halt auf dem Rollweg Lima die Frequenz wechselt. Jetzt, ja. Lufthansa, 2-0-1-4, at Lima, your number two, Beine Company, äh, on Lima. Ah, just the traffic level of Lufthansa, 2-0-4, danke. Königlich, sächsische, äh, Türmchen zu Dresden. Ey, nice, Dresden, super. Cool. So, the traffic on my right side is waiting, Lufthansa, 2-0-4. Negative, you are waiting for them, please. Our old position, Lufthansa, 2-0-4. Haben wir ihm gerade erklärt, ne? Und er hat gesagt, er hat das in Zeit. Six Fox Mike, continue please, hold short of November 1. Six Fox Mike, continue holding short of November 1. Jetzt knuppelt sich das hier aber wirklich. Die, äh, machen das jetzt hier wirklich komplizierter als es ist. Nice, Dresden ist Weltflughafen, aber wirklich. Wir hatten gerade erst auf Watzim ein Dresden-Event. Das war gerade erst am Wochenende, oder? Da war das Event. Also letztes Wochenende, obviously, ja. Ähm. Ewao, Düsseldorf ist tote Hose. Ja, dann wechsel doch zu Watzim. Ne? Da ist doch immer was los. Auf unserer Six Fox Mike, Abram, 121-850. Tschaui. 121-850, 6 Fox Mike, tschau. Auf unserer 2-0-4, contact Abram, 121-850, tschau. Auf ganz Iwao, ja siehst du, es gibt ganz viele Leute, die, ähm, die von Iwao nach Watzim wechseln. Ja? Also das ruhig. Und von der DFS wechseln ganz viele nach Watzim, irgendwie. Also es kommt immer mehr DFS-Lotsen, ähm, die auch irgendwie bei Watzim jetzt sind. Ähm, super, super cool. Die machen nach der Arbeit, machen die noch Arbeit. Das ist super, super cool und, äh, wir freuen uns über jeden, der da ist. Also, Grüße, äh, Grüße nach Dresden an der Shell. Ja, Bester Tower mit meinem, äh, lachenden und weinenden Auge, Ende des Jahres nach Düsseldorf. Echt? Wie? Man wird, äh, umhergeschickt, man wird umhergereicht. Ich dachte, wenn man einmal im Boot sitzt, dann bleibt man da auch. Nach der Arbeit, Arbeit, klassisch Deutsch, exactly. Also wir haben einen, äh, Frankfurt Tower-Lotsen hier. Ähm, weiß ich, bleibt ist ja auch im Chat. Ähm, der lotst jetzt, äh, der lotst immer abends auch nochmal den Frankfurt Tower hier nach der Arbeit. Also großartig. Und, äh, es macht so viel Spaß, immer den Real-Life-Input zu haben. Und man kann die Leute auch einfach mal fragen, so bei Discord schnell, Jo, äh, sag mal, warum ist denn das eigentlich nochmal so? Oder, äh, äh, wie hättest du das in der Situation gemacht und so? Macht super, super viel Spaß, immer. Ähm, ähm, ja, ist supergeil. DFS-Lotsen wechseln zu Watzeln, weil man da weniger verdient als hier. Safe verdienen die bei der DFS weniger. Na klar. Die sind ja bekannt dafür, dass die am Hungertuch nagen. Nennt man das mal bei der DFS Homeoffice? Das nennt man dann Homeoffice. Ironischerweise, ich weiß nicht, wer mir bei TikTok folgt, in den TikTok-Kommentaren schreiben immer ganz viele Leute oder fragen mich, ob ich Fluglotse im Homeoffice bin. Und dann muss ich mal leider sagen, ne, leider war ich zu dumm für Fluglotse damals, äh, beim Test in Hamburg. Äh, es ist leider nur Homeoffice, äh, Hobby, Hobby-Office. Ja. Wissen noch, es ist halt Heimat, aber Dresden war jetzt auch 6 Jahre lang schön. 7-6 Echo, Papa, November 1-1. 7-6 Echo, Elmo April, guten Abend, grüß dich Tim. Gate Alpha 5-0, Taxi von now bei November 1-1. 7-6 Echo, Taxi von now November 1-1. 8-9 Echo, Victor 1-4-4. Victor 1-4-4, kommst du da. Äh, fahren bitte. Gut, krieg ich da. Ja, okay, gut, den können wir nicht über November nehmen, den Tim, das kriegen wir nicht hin. Es ist ja einfach viel zu viel los im Alpha-Hof. Ähm, ja. Also hier brennt die Hütte gerade. Äh, der hat hier gerade, glaub ich, 4 Pushes am, oh. Oh, hi, I'm so happy to see you. Er hat, er hat 4 Pushes am Laufen und halt, oh. 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 Äh, und das hat er auch am Laufen. Ja. Also alles ganz normal. Äh, dick, joelling, richtig. Da, oh. Oh. FSK 18. FSK 18 Stream ab jetzt. Ach du Scheiße. Was passiert denn hier? Hier. Ein neues Flugzeug. Oh, und was passiert hier in 2-5-Center? Ach Gott. Schau lieber aufs Final, auf dem Final kracht's auch. Was haben wir denn auf dem Final? Gibt's da auch ne Krachung? Ja, mit der Queen natürlich, ja. Weiß ich nicht. Ich hätt so ne... So, 1-1 Tango Papa, April Nalo, continue November, hold short of November 1-1. Continue November, hold short of November 1-1. Continue November, November 1-1, listen to 1-1 Tango Papa. 1-1 Tango Papa, hold short of November 1-1. Hold short of November 1-1, zurück. Ne, ne, passt. Einfach durchziehen. Lufthansa 7-6 Echo, continue via Lima, hold short of November 8. Continue via Lima, hold short of November 8, Lufthansa 7-6 Echo. Warte, warte, wir haben irgendwie nen Emergency. Startet er durch? Wir haben Emergency on Lima. Lufthansa 7-6 Echo, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bitte, das hier ist er. Ah ja, weiß ich auch noch nicht. Lufthansa 1-1 Tango Papa, at November 1, your number 2 behind company, from the right after, continue November. So, we are number 1 and continue November, Lufthansa, 1-1 Tango Papa. Lufthansa 1-1 Tango Papa, negative, your number 2. Sorry, number 2, Lufthansa, 1-1 Tango Papa. Lufthansa 7-6 Echo, der Traffic hier wartet? Einfach. Oh, okay. Oh je, Vollbremsung, ja. Er ist wirklich sehr schnell gerollt, ja, ja. Das kann ich dann schon verstehen, dass da einer auch mal anhält. Also, ja. FSK 18. Eberlin macht Go-Round-of-the-Center-Bahn. Ach, das war das, okay. Eberlin, ja, da ist, jetzt habe ich sie, jetzt sehe ich sie auch auf dem Ground-Räder. Da sehen wir die Flieger nämlich irgendwie auch. Wo ist er denn? Ach, ist er das da oben? Wahrscheinlich, oder? Lufthansa 7-6 Echo, apron, 1-2-1, decimal 850. Ciao. Zum besseren 850. Dankeschön, schönen Abend noch, tschüss. Lufthansa 1-1 Tango Papa, Contact Tower, 1-2-4, decimal 850. Tower, 1-2-4, 850. Lufthansa 1-1 Tango Papa, tschüss Elmo. Noch nie was von rechts vor links gehört. Ja, aber wirklich, ne? Ja. Irgendwo hatten wir das mal in einer Einweisung, erinnere ich mich, als wir auf Frankfurt Apron hier auf Watzim das echte System angewandt haben, wie die Apron-Lotsen bei 07-Betrieb miteinander lotsen. Und das hat jemand irgendwie nach einer halben Stunde, hat jemand dann am Ende gefragt. Also, man kann quasi sagen, auf dem Vorfeld gilt rechts vor links. Und da war dann das Gelächter da wirklich groß, weil der hat das so trocken rausgehauen, weil der hat halt wirklich das die halbe Stunde über dann nicht verstanden, was wir da erzählt haben. Es geht, bei 07-Betrieb hat man hier so besondere Absprachen auf dem Apron, wie da jeder lotst und so weiter. Das ist da ein bisschen special. Das muss man mal gemacht haben, wenn man es versteht. Und der hat dann halt wirklich gefragt. Also, es gilt quasi rechts vor links. Ne, leider nicht. Äh, ja. Wäre aber auch gut, das so zu lösen, oder? Mit Ampeln oder so. Keine Ahnung. Ja, ist grün. Zack. Los. Grüne Welle. Für Lufthansa. Hier, obviously. Ja. Devin! Hör doch bei Gelegenheit auch mal dem echten Tower zu auf der 119.900. Ja, Leute, ich will die echten lotsen, aber nicht so exposen. Aber jetzt ist es ja, obviously. Ich bin von Euter Wing 1255 auf November 8. Euter Wing 1255, fellows, sir. You were supposed to hold at November 10, sir. You may continue now by November. Exposed. Ja, genau. Also, ich weiß nicht. Das sieht jeder Lotse anders. Aber einige wollen das halt hier nicht so an die große Glocke hängen. Und deswegen lasse ich den Leuten auch immer den Freiraum. Genauso wie ich niemals hier im Stream sagen würde. Ja, der hat seinen CPT heute verkackt. We are holding now. Ja, sir. You don't need to hold now. You had to hold at November 10. That was your clearance limit. But you can continue now. Okay. Continue. We are holding now. Einfach sorry sagen. Dann wäre es ja getan. Ähm. Das macht er wirklich nicht. Das ist Assi. Ja, genau. Und so betrachte ich das auch ein bisschen mit dem echten Leuten, die hier lotsen wollen. Denn die wollen ja auch nicht den Fangirl tot erleiden oder so. Die wollen ja vielleicht auch einfach nur am Abend nochmal hier datteln. Ähm. Und äh. Ja, genau. Fangirl tot. Ja, richtig. Wie jetzt zum Beispiel, wenn Marie da auf dem Discord kommt, dann erleide ich immer Fangirl tot. Oder äh. 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 Oh, Niner, Niner. Wir lieben dich. Ja, wir gehen jetzt mal rauf. So. Jetzt ist er ja sowieso exposed. Und zack. Gehen's auf. Äh. Receive. Ja. Seht ihr? Sehr unspektakulär tatsächlich. Der arbeitet gar nicht. Also hier ist es. Ja. Ja, das war's. Sehr nice. Wuuu. Props. Hier übrigens. One, three, five, five. Contact Tower. One, two, four, decimal eight, five. One, two, four, decimal eight, five. Äh. Either way, one, two, five, five. Äh. Äh. Warte, ich auch immer, wenn ich da ein heiles Handletz in dem Stream sehe. Ein Herz für Evo. Ja, Marie, dann haben wir ja gegenseitig was. Dann freuen wir uns ja gegenseitig noch aufeinander. Das ist ja schön. Mensch, das ist doch toll. So. Äh. Warte. Marie. Dieses remote. Äh. Hello Tower. You're the wing one, three, five, five. On November. Es gibt manche Piloten. Da klappt es einfach nicht. Sir, you're still on apron. Tower is on one, two, four. decimal eight, five, zero. Bei manchen Piloten läuft es einfach nicht. So, wir hören jetzt mal rein beim Turm. And runway two, five, center. Oh, der war da. Das war der. Mike one zero, cut three, holding point. On runway two, five, center. You're wings four, six, one. Oh mein Gott. Warte, pass auf. Der sagt bestimmt noch mal was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann müsst ihr ausrasten im Chat, wenn er jetzt noch mal was sagt. Also wir hören jetzt dem echten Noten zu. Vielleicht macht er auch was cooles für die Fans oder so. Mal gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Landing Clearance. Ja, nein. Also der ist sehr, sehr cool, der Bro. Und, äh. Entschuldigung. Ja. Ja. Richtig. Das ist die Ekstase, die ich mir, äh. Boah, eine echte Clearance. Ja. Was ist mit dem? Das ist, das ist ein echter Lotse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ja. So. So. Nehmt der gut, oder? Namen würde ich jetzt, würde mir jetzt einfallen, die, äh. Ja. Die das raushängen lassen. Oder raushängen gelassen haben. Die das schon mal raushängen lassen haben. So. Ähm. Ja. Opa Stein. Na Quatsch. Opa Stein sitzt ja schon lange im Boot. Aber, äh. Welche, die halt. Nicht nur die, auch mancher Pilot. Ach so, ja. Die auch. Na ja, gut. Nimmt sich da also nix. Na gut. Ja. Also das ist sowas, ähm. Ja. Aber ansonsten, alle Lotsen, die fest im Boot sitzen. Super nice. So, wenn der El Morada Content ausgeht, dann hören wir halt bei dem anderen Lotsen zu. Das ist so, das ist wie wenn so die deutschen großen Streamer irgendwie einen anderen Restreamen. Sowas mach ich auch. Also wenn ich out of content bin, streamen wir einfach irgendwas anderes. Man merkt direkt die Qualität. Ja, also ich finde, man hört das auch genauso auf. Also. Taxi Lima 3, Holding Point Runway 25 Center. Taxi Lima 3, Holding Point Runway 25 Center, Lufthansa 9 Rotary. Ja, ich vermis. Brauchst du mich? West oder East? Oder East? Jo. Power, guter Lufthansa, Wunderbuy Mike. Und den Lima. Gute Lufthansa, Wunderbuy Mike. Ok, ist auch wieder Wurky Wurky, Wurkern gesagt. Oh nein. Hast du auch Sponsoren für Ground, da super Oldshot oder so? Leider noch nicht. ähm, weiß ich nicht. Lufthansa Virtual ist hier leicht, Jim. Wie sieht's aus? Lufthansa Virtual für, ähm, weiß ich nicht, sowas ähnliches wie Aerosoft Spacing. Warte, haben wir das hier überhaupt auf der Ansicht? Ne, haben wir nicht. Haben wir hier nicht. So. Guck, hat grad keiner Traffic. Alles hier tote Hose gerade. Hier kommt gleich einer rein. Lufthansa 2-Bow-Yankee, der ist nice. Der ist nice, der Typ. Mit dem waren wir sogar schon mal Bier trinken. Lufthansa 2-Jill-Papa behind the landing dreamliner on short final line-up runway 2-5 center behind. Lufthansa 2-Jill-Pow-Yankee Oh, ich mach hier mal wieder aus. Wenn ihr Tower-Lotsen hören wollt, dann müsst ihr nach Frankfurt fliegen. So. Ähm, Was sind wir? Die beste Virtual Airline? Confirmed. Ihr seid auch eine der besten führenden Virtual Airlines. Ja. Ja. Natürlich. So. Achso, Chad, wie sieht's eigentlich aus mit den 15 Euro? Machen wir das gleich? Wie spät ist es? Es ist jetzt 21 Uhr 20. Machen wir gleich, ne? 15 Euro. Ja, machen wir das. Guten Abend. Gate Alpha 3-4, Taxi via November 1-1, Lima, hold short auf November 8. November 1-1, left in Lima, hold short November 8-4, gate Alpha 3-4, Luftthansa 2-Jil-Pow-Yankee. Wollen wir noch 5 Euro drauflegen? Nee. Ich hab den Code schon fertig. Das würde es nur verkomplizieren. Aber wie gesagt, wenn Lufthansa Virtual, äh, hier einen, ich hab's nur für die, ich hab's nur für diese Ansicht, wenn Lufthansa Virtual so was wie Aerosoft Spacing, oder wie Navigraph Direct haben will, dann, äh, slide into my DMs, auf Lock. Ne? Auf Lock. So, dann machen wir den nächsten Werbe-Deal, machen wir dann klar. Dann haben wir den, dann haben wir den Lufthansa Virtual, ähm, hold short, Lufthansa Virtual Descent, da kann man sich noch, könnte man noch drüber reden. Auf Lock, komm. Auf Lock. Hey, Kimo, danke für den Follow, Planes and Aviation auch, dankeschön. Ähm, so viele Follower heute, vielen lieben Dank, Leute, vielen lieben Dank für jeden, der hier reinfollowt. Auch nochmal gucken, ob ihr schon habt, richtig. The 770, hello, sir. Mh, mh. Make the next right-hand turn onto November 1.4 and hold short of November. Ja, der ist jetzt leider schon. Panzer 770, confirm your holding short of November. Okay, gut. Ähm, ja, der ist jetzt ein bisschen blöd abgerollt, ne? Warte, ihr seht das gar nicht. Sorry, sorry. Ja, der ist ja abgerollt, die mal 15 und ist halt leider schon links rum abgerollt, ähm, das ist halt ein bisschen blöd, weil der will ja an ein Gate, ja. Elmurada von Brussels nach Frankfurt, PSOV, 2-2-2-40. Ähm, von Brussels nach Frankfurt darfst du eh nur, ähm, darfst du eh nur 2-2-30 fallen. Also du darfst noch im unteren Luftraum bleiben. Und das ist dann, du wirst irgendwo bei Niffno wirst du übergeben. Pack, die Soße ist angebrannt, nooo, Braunbär verhungert, das war's, it's over. Das war's mit dem Essen. Komm aus Heathrow. Ach so, ach, jetzt verstehe ich erst, ja. äh, äh, flightlevel250 at Niffno kannst du expecten. Gut, dass ich die Zutaten nochmal hab. Ja, sehr gut. 250 Niffno, perfekt. Jo, gerne, gerne. Lufthansa 770, turn right on to November, another right on to November 1-1. Right November, another right on to November 1-1, Lufthansa 770. Ja, also wir versuchen jetzt hier gerade den, den, äh, shitty fuck hier zu beseitigen, dass er halt einmal, ja, dass er halt hier wieder auf eine gerade Spur kommt, ne? Das ist hier unser, unser Plan. Zutaten, also eine Magie. Lufthansa 2-1, Yankee, apron, 1-1, 850. Apron, 1-1, 850, Lufthansa 2-1, Yankee, nicht schon um. Ciao, ciao, Lufthansa 6-Juert, Kilo, Contact Tower, 1-2, 4, das ist im Land 5-Juert. 1-2, 4, 850, Lufthansa 6-Juert, Kilo, tschüss. Mein Bruder war vor zwei Wochen bei einem Apache-Konzert. Ja, Apache hat gerade, äh, der geht gerade rum, ne? Ähm, und geht nächste Woche das erste Mal mit nach Holland. Der wird sterben. Oha, es geht wieder nach Holland? Sag mal, du wohnst ja da fast. Lufthansa 7-7-0, Expect Gate Bravo 4-2. Expect Gate Bravo 4-2, Lufthansa 7-7-0. So, hier im, hier kracht es jetzt gerade, also hier rollt irgendwie einer komplett falsch. Äh, ja. Er rollt hier wie falsch Geld, langsam. So, und jetzt gucken wir uns das mal hier an, in der Mitte. Der hier kommt zu uns, hallo schon mal, guten Tag, ich bin der fliegende Apron-Lotse. Und hier, ja, hier steht man, sich die Füße platt, äh, weil der Bruder hier falsch gerollt ist. Ja, der Bruder hier ist falsch gerollt. Deswegen, äh, ja. Das ist Pilot-Bashing auf einem anderen Niveau, was wir machen. Das ist 5D-Pilot-Bashing. Aber Marie, warum ist dir das jetzt angebrannt? Haben wir dich abgelenkt? Guten Abend, Rückmeister Schubert, moin, servus. David, hallo, moin. Hallo, Paul, servus, schön, dass du da bist. So, äh, wir machen in 5 Minuten, hauen wir die 15 Euro aus. Hanser 8, Charlie X-Ray, on Papa. Hanser 8, Charlie X-Ray, Frankfurt Apron, hello, Stand Victor, 115, Taxi via November 1, 1, Lima, hold short of November 8. November 1, Lima short of November 8, expecting Victor, 115, so that's what the 8, Charlie X-Ray. Frankfurt Apron, schönen guten Abend, Hanser Line 2, 219er, 11, November 1, Hanser 9, hold short of November 8. Lalalala, Jan 42 mit 3, geöffnet Zaps, dankeschön, mein Lieber. Nur Finster 7, 70, roll time left onto Lima, hold short of November 8. Ja, ein 42. Einfach drei Gifted Sums. Eine Dreierbombe. Vielen, vielen lieben Dank. Wer hat jetzt nicht ab? Notco Cortex, dann NXTLTQLoc und Maverica320. Nice. Sub mal alle. Neue Subs braucht das Elbowland. Das stimmt, das stimmt. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Jan42, Ehrenman. Ehrenman. Giveaway. Ja, wir machen gleich Giveaway. Good evening. Only upon 2.4. Approaching November 1.0. Only upon 2.4. Good evening, Sir. Continue by November. Continue by November and confirm. We're gonna text you to 1.8. All the better to full. Sagt ihr dem Flieger das erste Mal immer die Runway, bitte? Ich weiß nicht, findet ihr das eigentlich gut mit Nacht oder ist es besser mit Tag? Ich finde, am Tag hat man mehr gesehen, irgendwie, oder? Oder was sagt ihr? Tag oder Nacht? Na abends, so sieht man also ein Textbild der Lotsen aus. Ist ja verwirrender als Charts. Das ist nicht verwirrend, das ist null verwirrend. Duft uns auf 770, contact apron. 1 to 1.8.5. Tag, abends. Tag, Tag. Ich sehe viel Tag. Zustimmung. Tag. Ich würde Aussagen machen, Tag. 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 So, jetzt sehen wir hier mal was. German Air Force hat einen Triebwerksausfall. Übrigens, hier ist was im Arsch. So, guck mal, jetzt sehen wir hier wieder was, sehr schön So, jetzt gehen wir mal hier, äh, wo gehen wir hin? Weiß ich nicht, irgendwie hier so, gucken wir mal Hier, gucken wir uns das mal an Auf unser 2219er, Contact Tower, 124.850 Flashbang 124.850, händen Sie line 2219er, thanks for the attitude Flashbang, ey Auf Nippon 224, Contact Tower, 124.850 Tower 124.850, auf Nippon 224, good night Napoleon, hallo, Airplane 207, approaching November 1.1 in Papa, is possible a gate around Alpha 15? Lufthansa, crash Airplane 2127, roger, expect Alpha 1.5 Expecting Alpha 1.5, Lufthansa 2, 0 Mike, on Lima Lufthansa 2, 0 Mike, on Lima Lufthansa 2, 0 Mike, apron, Gude, continue Lima, short of November 8, gate is Alpha 5, 0 Alpha 5, 0 Alpha 5, 0, and short November 8, Lufthansa 2, 0 Mike Lufthansa 2, 0 Mike, apron, 121, 850, tschüssi Apron, 121, 850, das war so 2, 0 Mike Ich fand's irgendwie, wenn's so ein bisschen so leicht dämmer, das fand ich irgendwie ganz Weiß nicht, so fand ich's eigentlich ganz nice So Gut, wir haben das jetzt hier, oh sorry, so ihr seht das immer nicht so gut, ne? So, jetzt seht ihr das hier wieder Ähm, jetzt hier sieht man, also wir haben jetzt den 2C Rameik haben wir nochmal Number One gemacht Und der HRDX Race Number Two Summer of my life Frankfurt apron, schönen guten Abend, requesting taxi to runway 25 Cent And who is that? Who was calling? Lufthansa 8, Mike Tango was calling Confirm, 8 Mike Kilo Tango T, Tango Lufthansa 8 Mike Tango Ah, 8 Mike Tango, hallo, Roger, I call you for taxi Ah, Sam, gut Erfirm Lufthansa 8, Charlie X-Ray, contact apron, 121 850 121 850, 121 850, genau Verleugnis ruhig, aber es ist schon wieder rechts vor links True, es ist wieder rechts vor links Es gibt's hier doch, du hast recht Mann, Mann, Mann Irgendwann soll das Radarbild mal so aussehen bei uns Also wenn das neue System dann ist Im Moment arbeiten wir noch teilweise mit Primärtargets Ähm, aber man sieht also die Radarstaaten der Flugzeuge ist doch nicht so richtig Äh Ähm Noch, noch jemand von der Noch jemand hier, äh Von vom ATC Almoiprin, einen wunderschönen guten Abend Lufthansa 3-5-0-Hebbin, holding for November 1-0 U-N-3-5-0, Alboiprin, ja, guten Abend äh, continue taxi, bei November Also Air Berlin hält hier auch an Oder bei November 3-5-3-0-Hebbin Evelin 2127 continue please Achso, ne, wir haben ihm noch nichts weiter gesagt, ne? Evelin 2127, sorry, ich habe ihm vielleicht noch nichts gegeben Continue November 1-1, Lima, hold short of November 8 Glaub ich habe ihm nichts gesagt, ne? November 1-1, Lima, hold short of November 8, Evelin 2127 My bad, my bad Mein Geduldswahr hat ein Dreiswald, ich warte seit 5 Tagen Seit mal Kilo, April, hold short of November 1-0 Seit mal Kilo, April, continue November, holding point, runway 1-8 At November 1-1, you're number 2 behind Evelin Continue via November 2, runway 1-8 And then? Seit mal Kilo, at November 1-1, you're number 2 behind Evelin Wieder rechts vor links At November 1-1, 8 mal Kilo 8 mal Kilo, confirm please At November 1-1, you're number 2 behind Evelin At November 1-1, hold short Ja, nicht hold short, da bist du einfach Nummer 2 hinter der Evelin Also Evelin darf vor dir rollen Okay, jetzt habe ich das an, sorry, das war der Evelin Kilo Ist ein neuer Kollege, ne? Hier sehen wir das, da, Evelin geht jetzt durch Na, hier Frankfurt Ground, hallo, Elmo Radar Halocci KLM 129, St. Papa, holding short of November 11 KLM 129, Elmo Apron Halocci Gate is Delta 1, I call you Gate is Delta 1, KLM 129 Evelin 2127, give way to the vacating Lufthansa Give way to the vacating Lufthansa, Evelin 2127 Gate, Nalo, 6 effect Lufthansa, Evelin 2127, right turn on to Lima, Gate is Alpha 1, Liner Rite, Lima and Alpha 1, Liner is 6 effect Ne, wie geht's, ich hab euch erklärt Chat, ne? Es ist super wichtig, dass die Flieger, die von der Dupacenter kommen, number 1 sind Der Tower braut die Bahn frei Lufthansa 6 Alpha Echo, hold short of November 8 Hold short November 8, 6 effect Lufthansa 8 Markito, contact Tower, 124, 850 Contact Tower, 124, 850, bye bye Hey Morada Tschüssi Lufthansa 6 Alpha Echo, contact Apron, 121, 850 121, 850, 6 effect, tschüss Lufthansa, correction, Aberlin, 212, 7, Apron, 121, 850, ciao Lufthansa 8 Markito, behind the Air, Berlin, coming from the right, taxi Lima, hold short of November 8 Behind the Air, Berlin, coming from the right, taxi Lima, hold short of November 8 Wir müssen nämlich den Lufthansa ja noch rausbekommen, das ist der, der hier rumsteht Lufthansa 3500, contact Tower, 124, 850, tschüss Tower, 124, 850, Rutsansa, 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 Ratsan Yeah, I'm one tonight, taxi via November 11 and Lima, hold short of November 8 Say again, hold short Hold short of November 8 Taxi via November 11, Lima and hold short of November 8 Sehr gut, so, ne, jetzt hier haben wir ein bisschen, schon ein bisschen angefangen mit dem Schachspiel hier ein bisschen Ja, Halotschi ist wieder drin, ja, ja Stau auf November 5, ich bin der hintere Ja, ihr kennt ja den Witz mit der Schlange und dem Stau, ne? Kennt ihr den? Ja, ne? Hab ich schon hundertmal erzählt, den erzähl ich schon seit einem Jahr, erzähl ich den Falls ihr den nicht kennt, sagen, dann muss ich den nochmal erzählen Aber ich will es eigentlich vermeiden Ähm, der Kurze war kurz verwirrt, ob er Elmo, Abrin oder, ähm, oder nur Abrin sagen soll Ja, ähm, ich wollte auch Halotschi sagen, man vergesst es immer Ja, ist nicht schlimm, ich find, Halotschi wird sich nie etablieren, glaub ich Aber, äh, ja Ich kenn den nicht, erzähl Ah, okay Also, aber Chat, ihr müsst, also, ich werde ich den jetzt erzählen Ihr müsst im Chat danach ausrasten Egal, ob ihr den schon das fünfte Mal gehört habt Oder ob der jetzt neu ist und der nicht lustig ist Es wird ausgerastet im Chat Okay, also, ähm Was ist der Unterschied zwischen einer Schlange und einem Stau? Also, einem Stau, auch wie wir den hier auf dem Vorfeld haben Bei einer Schlange ist hinten das Arschloch Ja, ausrasten Ausrasten, das war lustig, das war ein Witz Lachen Ja, ah, ah, ah Ah, Freunde, ey Ja, der ist super Ach, Chat, ihr seid die Besten, wirklich Ja Ich hab euch gesagt, er ist es Ja, okay, ihr seid gut ausgerastet, das ist, äh, ja Hallo, Victor Tango, Frankfurt Apron, guten Abend Stand Victor 162 Taxi via Lima, November 10, Punkt Short of November Lima, November 10, Rutsch, oder wenn mal ein paar Gegnern ist, Victor 163 Victor 162 Ah, Victor 162, von Victor Dengt Unser 8-Mark Tango, Apron, 1-to-1-850 Luf unser 8-Mark Tango, Apron, 1-to-1-850 Luf unser 8-Mark Tango, Apron, 1-to-1-850 1-to-1-850, Lufthansa, 8-Mark Tango Unser 3-Papa Alpha, Continue Lima, Short of November 8, and call Apron, 1-to-1-850 Luf unser 8-Mark Tango, 1-to-1-850 Gehen wir shoppen in L.A., wuuuuh Boah, du bist so mehr als an, nur eine Mord dahin Can you please say again my gate? 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 Delta 1-to-9 at Lima, your number 2, and Condor Delta 1-to-9 at Lima, your number 2, hold short of the Condor The Designershule, davon ganz schön viele haben Bancs, World 8, Prime, Guten Abend, Condor 2-8-Golf, 1-taxi-Way, Pasta Condor 2-8-Golf, Apron, 1-to-1-850 Gate, Bravo 2-0, Taxi-Way, November 1, short of November The Wenn es dir hier nicht gefällt... So, Conor von Victor Tengo geht jetzt hier in November 10 rein, damit wir ihn jetzt gleich dann an den 162 reinziehen. Das wird jetzt hier gleich, also hier seht ihr jetzt, ist hier wirklich High-Level-Schach. KLM806, Continue Taxi via November 1-1, Holdshot auf Lima. KLM806, Continue Taxi via November, Holdshot auf November 8. KLM806, Continue Taxi via November, Holdshot auf November 8. Wir haben jetzt hier, seht ihr das mal, eingeblendet Frankfurt Ground, Lufthansa 1226, Holding Short, November 10 1226, Frankfurt Apron, hallo Continue Taxi bei November, Hold Short auf November 11 Continue Taxi in November, Hold Short auf November 11, Lufthansa 1226 Hey, dein 806, Apron Hä, wo ist denn der K&M? Ach man, wie schön das wäre, wenn alle immer da wären Rufen wir gleich nochmal bei Turm an Helmo, Apron, Gude, Lufthansa, One Yankee Echo, Short auf November 10 One Yankee Echo oder O, Continue November Continue November, Lufthansa, One Yankee Echo Lufthansa 1226, Continue bei November Continue via November, Lufthansa 1226 Unser 3, Charlie, Contact Apron, 121.850 121850, Lufthansa, Tritza, vielen Dank, Schönen Stream Danke schön So, wir rufen mal an West Tower an Apron, Gude, Lufthansa, One Papa, Mike, One Papa Unser One Papa, Mike, Apron, da los Stand Victor, 143, Continue via November, One One, Start auf November Stand Victor, I can repeat the stand again And continue via Papa, Lufthansa, One One, Hold Short November, Lufthansa, One Papa, Mike Stand will be Victor, 143 Stand Victor, 143, Thank you, Lufthansa, One Papa, Mike Kondor, One Victor Tango, Behind the company from the right hand side Continue via November, Stand Victor, 162, Schönen Verhandlung Kondor, One Victor Tango, Yep, Behind the company, into Victor, 162 I'm happy to see you West Tower, Rampe West Lufthansa 4, 2xray, Contact Tower, 124, 850 124, 850, Lufthansa 4, 2xray, Bye 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 Bye, Lufthansa 1226, Tower, 124, 850 124, 850, Lufthansa 1226 Ich vermisse die KLM am November 11, auf dem November 11, ja Kondor 192, Holding Short November 10 Und am 192, hallo, continue via November Continue via November, Kondor 192 Frankfurt apron, guten Abend, Swiss Ralfnader goal from a 2-5-centificated Lima 1-7-Triton, Lima Briggs Taxi Swiss Ralfnader goal in Federal, continue via Lima Short of November 8, Expected Alpha 36 Alpha 36 Lufthansa 6 Lima Mic at Papa On Papah, and reaching now, November 11 Alpha 36 Lima Mic, Aprillon, hallo, ja, Niederländer, ist noch nicht auch unsere fr Anime Expect Alpha 69, nice Hahaha Lawrence Putman, guten Abend, KLM 06, Holding Short of November 8, Expected Alpha 69 Lufthansa 1 Yankieko, Tower 124850. Kondor 2 for Golf, follow KLM, hold short of November 8. Kondor 2 at Golf, follow KLM, hold short of November 8. Lufthansa 6, Lima Mike, taxi via November 1-1, Lima, hold short of November 8. Taxing via November 1-1, Lima, holding short of November 8, Lufthansa 6, Lima Mike. Kondor 2 EJ at ECOGOLF, follow KLM. 2 EJ at ECOGOLF, follow KLM. Swiss 59er Golf, contact 121850. 121850, it's 590, Gendan. KDM 806, left on Lima, hold short of November 8. Left on Lima, hold short of November 8, Lufthansa 6. Kondor 1982, contact tower 124.850. Kontakt tower 124.850, dankeschön für den Servus, schön Abend noch. Kondor 2 EJ at ECOGOLF, stand as Victor 107, taxi via November 1-1, Lima, hold short of November 8. We're going to Victor 107, November 1-1, Lima, hold short of November 8 to EJ at ECOGOLF. Lm 806, apron on 121.850. Kondor 2 EJ at ECOGOLF, contact apron, 121850. Kondor 2 EJ, 121850, ciao. So, 1 Papa Mike, ich bin mir nicht sicher, continue taxi via November 1-1, Lima, hold short of November 8. Bin ich sicher, ob du das gesagt hast. Continue, wenn wir von Bonn, Lima, hold short of November 8, Lufthansa, 1 Papa Mike. 6 Lima mal in Kontakt, 121.850. Tschüss, schönen Feierabend. 121.850, vielen Dank für die ATC und die Ordnung, schönen Abend. So, jetzt schieben wir gut Flugzeuge lang, ne? Eine gute Schlange. Ja, der KLM hat es ein bisschen verbaselt, oder? Habt ihr es mitbekommen? Was ist jetzt mit dem Giveaway? Ja, machen wir gleich. Gerade muss ich lotsen. Wir machen es gleich. Speedbird 514. Bird 514. Good evening, Sir. Stentis Victor 106. I call you with further. Überleg schon mal nach einem guten Wort, was wir für das Giveaway nehmen können. 2J8 Echo Golf at Lima, your number 2, blind Lufthansa. From the right? Roger, we'll follow the Lufthansa. 3J8 Echo Golf, the one on the right. Affirm, 2J8 Echo Golf, the Lufthansa on your right is number one. Roger. Lufthansa 6 Lima Mike, apron 1, 2, ah ne, Lufthansa 1 Papa Mike, 121 850, ciao. 121 850, Lufthansa 1 Papa Mike, ciao. Lufthansa 471 on Lima. Lufthansa 471, hallo, 3J is waiting for you. Gate will be Alpha 1 4, hold short of November 8. 471, all correct, apron now, 121 850, ciao, tschüss, schön verabend. 121 850, full of Lufthansa 471, danke, dir auch, ciao. 2J8 Echo Golf on Lima, contact 121 850, tschüss. 2185, 8 Echo Golf, danke, tschüss. Das haben wir aber gut, Flieger durchgeschoben. Speedbird 514, Taxi Victor 106 via November 11, Lima, hold short of November 8. Taxi Victor 146 via November 11, Lima, unhold short November 8, Speedbird 514. 514, that's correct, and your gate will be Victor 106. 514, that's correct, and your gate will be Victor 106, Speedbird 514. Perfekto, okay, good. Frankfurt, Elpin, guten Abend, corner 5, Papa Mike, via Papa. Corner 5, Papa Mike, apron, guten Abend, Gate ist Bravo, 1 0, Taxi via November 11, Lima, hold short of November 8. Corner 5, Papa Mike, Gate ist Bravo, 1 0, via November 11, Lima, hold short of November 8. Alter, guck mal, wie viele Inbounds wir hier gerade in der Liste haben, und man merkt das auch, oder? Also, man merkt auch gerade, dass es einfach sehr, sehr voll war. Also, ja. Oh, jetzt hält der British Airways ja erstmal an auf der Brücke. Okay. Freunde, ich nehme Vorschläge an für das Wort, für das Gif-Away. The 5-3 Majority, continue by November. Continue by November, Lufth, 20, Majority. Na, was habt ihr für ein Wort? Halocci. 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 Frankfurt, Elpin, good evening, Sir. Stand Victor, 1, 2, 0, Taxi via November 11, Lima, hold short of November 8. Halocci? Okay, wir nehmen Halocci. Victor, 1, 2, 0, Taxi via November 11, Lima, hold short of November 8. Also, at the end, 1, 5. Hallo, Frankfurt, Kopp. Lufthansa 2, Fox, Zulu, Elpin, guten Abend, Pusche pruft. Pusche pruft, Lufthansa 2, Fox, Zulu, danke schön. So, gut, wir machen Halocci. Hier, äh, seht ihr das? Nein, seht ihr nicht. So, hier seht ihr das jetzt. Halocci ist das Wort. Äh, was sagt ihr diesmal? Mods, dürfen die mitmachen? Ja oder nein? Das geht diesmal um 15 Euro. Diesmal geht's um 15 Euro. Dürfen die mitmachen oder nicht? Ja, nein. Ja, nein, 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 nee. Bubiboy, Bubiboy, versucht's. Speedbird 514, at November, you're number two behind Lufthansa. Äh, say again, Speedbird 514. Speedbird 514, at November, you're number two behind Lufthansa. Speedbird 514, at November, you're number two behind Lufthansa, Speedbird 514. Und auf 5 Papa Mike, ich hatte Ihnen Bravo 10 gegeben, oder? Äh, 5 Papa Mike, Bravo 10, kannst du ruhig du sagen. Okay, sehr gut, Bravo 10. Dann sind wir jetzt beim du. Und ja, aber das hat sich das Gate irgendwie geändert. Ich verstehe nicht, warum, aber... Okay. Äh, so, ja, wir machen Halocci, so, wartet, ich hab noch nicht angemacht. Also, Halocci und, äh, Mods, habt ihr gesagt, dürfen nicht mitmachen. Ja, tun wir rein. Start, Giveaway, Halocci. So, geht los, alle mit Halocci, einmal in den Chat schreiben, dann seid ihr dabei. Einmal Halocci in den Chat. Ja, Halocci, 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 kommt rein, kommt rein, kommt rein. Lufthansa 5, Lima, Juliet, Contact, Tower, 124, das ist mit einer 850. Ja, Bubi, ist nicht, geht nicht. No, Halocci for you. Einmal Halocci. Einmal Halocci. Zwei oder drei. Marie sagt es, nur einmal Halocci. Jeder nur einmal. Wir gehören nicht zur Community, wir gehören nicht zur Community. Ach, Mensch, Mods. Ach, Mensch. So, mit Halocci in den Chat, Freunde, dann seid ihr dabei. Speedbird 514, Contact Apron, 121.850. Good evening. Copy that, Contact Apron, 121.850. Speedbird 514, bye bye. So, mit Condor sind wir ja per du, ne, äh, Condor, 5, Papa Mike, Apron, on 121.850, mach dir dann noch einen schönen Feierabend, ciao. Wir sind per du. Hey, Condor, 5, Papa Mike, 121.850, dir auch noch einen schönen Feierabend, ciao. Halocci, so, ich guck nochmal. Also wir haben 56 Leute, die erst dabei sind. 56. Halocci, Freunde. Hallo und dann Chi. Ich weiß auch nicht, Chat hat sich das irgendwann mal ausgedacht. Äh, das ist eine gute Begrüßung wohl. Die sagt man wohl so. Ich weiß nicht, wo man das sagt. Im Saarland vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Vamos a la playa. Ja, Grüße an Manuel an der Stelle. Grüße, Lufthansa Tri Charlie. Grüße, zurück. Halocci. Saarland nicht, da bin ich mir sicher. Okay. 57 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Halocci, Freunde, halocci. So, ich mach auch mit. Ich bin ja kein Mod, darf ich mitmachen? Ich bin dabei. Haha. Und Christian ist auch dabei. Hab ich Mods jetzt excluded oder nicht? An alle, die erst Chatter, ihr könnt auch gerne außerhalb von Giveaways mit uns reden. Ist so. Richtig. Sternchen. Marie sagt es. Marie sagt es. Christian cheatet. Zahlst du nicht den Gutschein? Ja, true. Aber wenn ich den gewinne, dann bezahle ich wohl nix. Wenn Elmo gewinnt, dann ist Rickt. Elal 215, Kontakt April, 121.850. 121.850. Danke. So, hier wieder, ihr erinnert euch an den Witz mit der Schlange und dem Stau. Na? Löst das hier nicht Flashbacks aus? Was sagen wir dazu? Du hast den von Twitch geschenkt bekommen, don't bullshit me. Richtig, ihr habt die Gutscheine, ich möchte auch nie was anderes behaupten. Ja, also wenn ich den gewinne jetzt, dann hab ich halt einfach einen 15 Euro Gutschein. Ähm, ja. Von Twitch bekommen. So, hier mit ApronView wieder. Ähm. Ihr seht, es staut sich, es staut sich. Ne? Lufthansa471, Grüße. Okay, Freunde. Wahrscheinlich können Mods sich eintragen, aber nicht gewinnen. Ah, ja, das kann sein. Ja, nice. Okay, Freunde. Also, wer möchte jetzt nochmal? Jetzt letzte Chance. Halocci in den Chat. Halocci in den Chat. Hier steht's auch nochmal. Für 15 Euro Amazon. Damit kann man, was kann man für 15 Euro? Amazon kaufen. Da kriegst du... Was kriegt man da? Gutes Chat. Sag mal. 15 Euro? Weiß ich nicht. Ne Dose? Tupperware? Velo Points. Ja, Velo Points. Ne Maus. Ja. Ne Gummipuppe. V-Bucks. Ja. Ich will V-Bucks. Ja. Der Bubi will mehr V-Bucks. Ja. Ne Palette Spezi. Ja, schön wär's. Lufthansa Cargo. Two Fox. To Zulu. Ready for taxi. Lufthansa Cargo. Two Fox. To Zulu. Runway 18. Taxi war November. Taxi war November. Runway 18. Lufthansa Cargo. Two Fox. To Zulu. Dankeschön. Für Tupper wird's wohl nicht reichen. Reicht doch nicht für Tupper. Scheiße. Eine Plastikpuppenfreundin. Für 15 Euro? Sind die nicht teurer? Die, äh. Naja. Ist auch egal. Ähm. So, Halotschi. Sind jetzt alle dabei? So, hier. Ich scroll hier mal langsam durch. Dann seht ihr, wer dabei ist. Wenn ihr euren Namen da findet, dann... Lufthansa 173. Und Taxi war ihr Papa-Short von Nummer 11. Lufthansa 173? Lufthansa 173. Radar, äh, komm, hallo. Elmo, Radar, Elmo, Abram, Identity. Ne, hallo. Äh, Taxi Stand Victor 110 war ja November 11, Lima und Schott aus November 8. Ich war ganz außer mir, weil Lufthansa 173, das ist ja Boobies Call-Sign. November 11, Lima, Schott aus November 8, Lufthansa 173. Das hat mich richtig fertig gemacht eben. Also, das war eine komplette Aussetzung hier. Boah, nee, ich geh durch den Haus gleich. Alter. Huch, Mundwasching. Mundwasching. Das hab ich noch nie gehört. Ja, super. Ja, das war Mundwasching. Hahahaha. Oh, ja. Mundwasching. Oh, Gott. Mundwasching. Das sag ich jetzt immer. Das muss ich bemerken. Super. Yankee, du warst right? Oh, nice, Arne. Arne is on its way. Nice. Ähm, Mundwasching. Oh, super. Ja, das war Mundwasching. Okay. Äh. Also, Kasten von Arna Spezi bei Amazon. Echt? Kriegt man doch einen ganzen Kasten? Nice. Ja, perfekt. Ich dachte, bei Amazon, die schneiden wir dann noch, weißt du, irgendwas drauf. So, ja, ähm, den nehmen wir heute Abend mit, den Mundwasching. Ja, das ist wirklich gut. Ähm, so Freunde, 62 sind dabei. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. 15 Euro Amazon, ich gönne es euch allen. Aber wir machen jetzt, in 30 Sekunden machen wir zu. Marie, Nessi, Mod, jetzt. Elmo, Ground, Moin. Ich bin der 2, Mike, Taxing, Papa, 2, November, 1, 1. Ich bin der 2, Papa, Mike, Elmo, Elbrin. Guten Abend. Stand Victor, 1, 1, 6, via November, 1, 1. Lima, hold short of November, 8. Halotschi. Stand Victor, 1, 1, 6, November, 1. Lima, holding short of November, 8. Lufthansa, 2, Papa, Mike. Lufthansa, Cargo, 2, Fox, Zulu. Contact Tower, 1, 2, 4, 8, 5, 0. Ciao. 1, 2, 4, 8, 5, 0. Hier noch einen schönen Stream. Ciao, ciao. Ich glaube, der Condor, der ist auch hingeflogen, oder? Aber der ist ja auch hingekommen. Naja, ähm, so. Streams zu morgen Abend? Weiß ich noch nicht. Das ist immer so eine spontane Sache. So. Ja, Christian sagt, Marie wäre für Mod geeignet. Mal sehen. Christian, weißt du noch, wie du Mod geworden bist? Weißt du, wie du hier Mod geworden bist? Dann bekommst du den Prime Morgen halt nicht. Ey! Man kann auch giften, man kann auch einen Sub geben, meine ich, ohne dass ich da bin. Ich muss auch über den Samstag kommen. Drei Sekunden sind vorbei. Ja, du hast ja recht. Warte, wir... Ja. So. Drei Sekunden sind vorbei. Und, Chat, wir freuen uns über... Äh, wir freuen uns über... Achtung. Stop Giveaway. Drei. Zwei. Eins. 15 Euro gehen an. Johnny Coach. Johnny Coach. Herzlichen Glückwunsch. Halocci. In dem Sinne. Guten Abend. Lufthansa. One Mike Tango. Und November. Holling auf November. Runde auf. So. One Mike Tango. April Nadeau. Continue bei November. Johnny Coach. GG. Aber wirklich. So. Johnny, du musst jetzt... Ja, crazy. Da hat er was im Chat geschrieben. Perfekt. Er ist auch da. Nice. 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 So. Ich muss jetzt... Ach, du Scheiße. Jetzt habe ich die E-Mail geschlossen und alles. Oh, das dauert jetzt eine Stunde. Expect Delay. Ähm... So. Okay. Ähm... Lufthansa 173. April Nadeau. One to one eight five zero. One to one eight five zero. Lufthansa 173. Ja. So, der Mundfasching-Mann ist weg. Ähm... Ah, hier. So. Jetzt muss das ja auch noch laden. Da, 15 Euro. So. Äh, Johnny, du kannst schon mal wieder was im Chat schreiben. Ich muss dich nämlich gleich finden. Und, äh... Ja. Bitte jetzt was schreiben. Unbedingt. Ich muss dich hier weit oben haben. Text. Sehr gut. Danke. So. Jetzt muss ich das... Alter. Ich hasse Twitch. Spaß. 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 Meinte ich nicht so. Nur das Oberlay hier ist irgendwie ein bisschen dumm. So. Und jetzt? Ah. Whisper. So, Johnny. Das probier mal. Sollten dir 15 Euro, kommt der Amazon-Mann gleich vorbei. Ruf unser To-Papa-Mike. Contact Apron. One to one decimal eight five zero. Close Call. Nein, ich hatte auch drauf. Contact Apron. One to one decimal eight five zero. Schönen Abend. No ammo chip. Gesehen, wer hier nochmal beschleunigt hat. Also, ich habe gesehen, dass sie sich nicht treffen. Und vor allem sieht das, das ist mir heute so aufgefallen, wenn du es mit Tower View siehst, dann sieht das irgendwie nochmal unknapper aus. Also, selbst wenn die, äh, ich meine das mit Twitch. Achso, achso. Ich dachte, du meinst das hier. Ne, weil da habe ich Auge drauf gehabt. Ähm, ja. Hast du mein Direct-Request eigentlich gesehen? Ähm, nee, habe ich nicht gesehen. Ähm. Die One-Mike-Tango müssen wir weiterschicken. Auf unser One-Mike-Tango. Contact Tower. One to four. Das ist mir eine Eidfeiligung. Vielen Dank, der Herr. Nice. Bitte, bitte. Hat geklappt, ja. 15 Euro reicher. Sehr gut. Wird schon wieder sehr dunkel. Guter, guter Hinweis. Sehr gut. Dann machen wir uns wieder heller, ne? Oh. Oh, was ist hier los? So. Emorader, jetzt noch eine Schwert-Ritter-Krönung hier. Wie, wat? Warte, direkt Wochenende. Bei Level 100, die BMR fehlt so viel los in Frankfurt. Du, das ist, ähm... Das ist manchmal so. Manchmal ist das so. Auf unser Tugolf, India. Frankfurt, April, guten Abend. Gate Alpha, 2-5. Taxi via November 1-1. Lima, hold short of November 8. Sehr korrekt. So, ähm... Chat, mal eine ganz kurze Frage. So ist, ähm... Jemand, gute kurze A320-Routen-Vorschläge. Ähm, aber Realout, bitte. Ähm... Sag nein. Oha. Ähm... 2-5-5-5. Ey, Bernardo, continue via November. Continue via November. Bin ich so mod geworden? Ich glaube, du bist durch Community-Entscheid mod geworden. Ja, durch Community-Entscheid damals in einer der ersten Streams. Oder halt... Ja, auf jeden Fall unter den ersten 10, würde ich sagen. Ähm... Ich hätte schon Interesse daran, aber ich muss sagen, dass ich mich... Warte... Dass ich mich da keinesfalls reinschleichen möchte. Die Jungs, die du aktuell hast, haben sich da sicherlich sehr viel Mühe gegeben. Haha, Marie! Marie, du hast falsche Vorstellungen. Du hast falsche Vorstellungen. Ähm... Also... Ähm... Bubiboy und, ähm... Ja, Bubiboy und Christian sind mod geworden. In, äh... In dem es eine Community-Abstimmung gab damals. So sah die aus. Ähm... Ja. Und, äh... Nein. Also, ich liebe die Mods über alles. Die Mods gehören auch zu sehr, sehr guten Freunden von mir. Also, es ist nicht so, dass das irgendwelche Randoms für mich sind oder so, ne? Mit den Mods bin ich mit allen per Du. Wir sind alle per Du. Ähm... Ja. Und ich muss nur gucken, dass es hier nicht kracht, ne? Aber alles gut. Und, ähm... Ja. Und so sind Bubi und Christian damals Mod geworden. Äh... In dem... In dem fünf Leute Ja gesagt haben, sie hätten es fast nicht gepackt. Sie hätten fast gegen Paula und der Spezi verloren. Aber ja. Äh... Was war das denn für eine Abstellung mit zehn Leuten? Naja, das waren die ersten Stunden von El Morada. Das, äh... Das hat sich keiner angeguckt, den... Den... Den Rotz. Ja. Äh... Sie waren einfach nur da, zur richtigen Zeit, auf richtigen... Ja, richtig. So war das damals. So war das damals. Ähm... Umfrage machen und die Mods bei der Teilnahme ausschließen. Ähm... Ja. Also... Ähm... Ja. Aber das war der Troll. Bei mir waren es doch eher die... Ich bin überall in Mods-Referenzen. Ich glaub... Ach so, du sagst, dich hätte ich sowieso genommen und Bubi nicht? Christian abgehoben. Echt, ey. Christian ist abgehoben. Lufthansa 255, kontakt 124.850. 124.850. Unfassbar! Lufthansa Dugolf India, kontakt April, 121.850. Excuse me, April, 121.850. Vielen Dank und, äh... Tschüss, Wende. Jo, ciao. Vielen Dank. Best, Jo. Äh... Ah, okay, verstehe ich, ja. Ja, ich musste das jetzt noch verstehen. Ja, alles klar. Okay, also Tim möchte... Okay, ich hab grad einen Anruf bekommen von Apron. Beklären lassen wir den Mods gleich. April hat mich grad angerufen, dass wir hier einen Piloten haben, der einmal ganz kurz bei mir durchrollen möchte. Einmal ganz kurz durch meine Area of Responsibility. Er muss eigentlich zur Centerbahn, aber er möchte einfach nur kurz bei mir durchrollen. Das hab ich in einem Jahr El Morada noch nicht erlebt, dass hier einer extra ne Flughafenrundfahrt haben möchte. Kurz über dich rüber. Nice, sehr schön. Ja, ich freu mich. Ich fühl mich, ich fühl mich geehrt. Halotschi. Ähm, ja. Musst erst mal umrühren. Sorry, Prioritäten. Du, Marie, alles gut. Ähm, ja. Von 10 auf 180 ist schon nice. Der Zeitraum wird mich interessieren. Also vor einem Jahr netto haben wir angefangen hier bei El Morada. Bei der El Morada GMIH. Ähm, machen wir pünktlich heute zu El Morada? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt noch ganz schön viel Traffic. Also ich glaube, ich bin noch ein bisschen länger da. Ähm, ja. Elmo Apron, schönen guten Abend, Lufthansa 1318 on November. So 1318, Elmo Apron. Ähm, hallo. Continue bei November. Continue November, Lufthansa 1318. So, wir ziehen ihn dann jetzt gleich mal links irgendwo rein. Ähm, was sagt ihr? Sollen wir im November 10, 11, 14? Unser 1318? Reicht dir November 10 schon? Oder? Ja, bitte. Unser 1318, wunderbar. Dann Left November 10, Left Lima, Short of November 8. Lufthansa 1318, Left November 10, Left Lima, Short of November 8. Lufthansa 1318. November 16, lass ihn braten. Ihr seid Schweine, ey. Elmo Apron, hallo. Lufthansa 251 on Papa, Trixi Papa, November 11, 11, November 1. Say again your call, son. Lufthansa 251. Unser 251, Fragen für Dayprint. Guten Abend. Gate ist Alpha 36, Taxi via November 11, Lima, Hold Short of November 8. Gate ist Alpha 36, November 11, Lima, Hold Short of November 8. Lufthansa 251. Lufthansa 1318, das war mir eine Ehre. Contact 121, 850 again. Ebenso, Lufthansa 1318, schönen Abend noch und schönen Grüßen an alle im Stream. Nice, sehr schön, Tim. Großartig. Tim, jetzt schon der beliebteste Mann im Chat. So, da ist er, da ist Tim. Live. Lufthansa 8, Alpha Lima, with you requesting stand Alpha 18. Lufthansa 8, Alpha Lima, April Nero, Roger, expect Alpha 18. Taxi ride on Lima, Hold Short of November 8. Lufthansa 8, Alpha Lima, Hold Short of November 8. Lufthansa 8, Alpha Lima. Lufthansa 8, so. Oh, warte. Okay. Frankfurt Mount, Speedbird 3399, request Taxi. Speedbird 3399, April, hallo, I call you from Taxi. Okay, gut, wir müssen erst mal den 8 Alpha Lima durchlassen. Ja, danach können wir ihn eigentlich schnell anlassen. Frankfurt, April, Speedbird 3399, request Taxi. Speedbird 3399, Roger, I call you. Oh, you call me, sorry. Genau. Ähm, ja, Christian, ich hab das gelesen. Christian, das war ja nur Spaß. Ähm, wait, wait, so sollte das nicht klingen. Der Chat damals hat doch gesagt, als Thema auch gemacht, nachdem dich bestimmt mehrere, äh, Streamer-Geräte gehostet haben. Sonst hättest du die Abstimmung gar nicht gemacht, kann gut sein. Unreadable. Lufthansa 8 Alpha Lima, contact A-Prim, 1-to-1, decimal 8, 5, 0. 1-to-1, 8, 5, 0, Lufthansa, 4, 0, Lufthansa, 5, 0, Luma. Speedbird 3399, behind die Lufthansa, Airbus A320, Neo from the right-hand side, Taxi via Lima, holding point, runway 18. Wenn er mal taxieren würde, der ist ja da angehalten, Mensch. So, wir warten jetzt darauf, dass der Hansa hier durch ist, dann darf der in British Airways freuen. Das haben wir ihm gegeben. Ähm, ja. So, Chat, was sagt ihr? Was halten wir von Marie? Marie ist ja gerade nicht da. Marie ist ja gerade nicht da. Marie macht ja gerade Essen. Also, Marie, äh, schon ganz, ganz lange im Chat. Marie VIP im Chat. Marie hat ein eigenes Emote im Chat. Und, äh, ohne Marie läuft das hier auch alles gar nicht. Sollen wir eine Umfrage machen? Sir, this is Apron. Yeah or nay? Okay, los, Chat. Rein in den Chat, rein in den Chat. Was sagt ihr? Marie für Mott. Yay or nay? Marie ist toll. Soll Marie Mott werden? Ja, nein, Paulaner Spezi. Rein da, Leute. Alle rein da. Los, komm. Ich will alle sehen bei der Umfrage. Bei der Umfrage. Lufthansa 251. Nochmal, Kratarri 52. Klobek heavy on November. Kratarri 52, Klobek heavy on November. Continue via November. Continue via November, Kratarri 52, Klobek heavy. Auf unser 251, hold short of November. Hold short on November, Lufthansa 251. Mitte für West. So, jetzt haben wir uns einen Shortcut hier geholt für den Lufthansa. Also der Lufthansa hier, oh, guck mal, jetzt machen wir ein richtiges Ballett, machen wir hier, ein richtiges Flugzeugballett. Also, kurz zur Situation. Die Umfrage läuft weiter, ja, alle stimmen bitte ab, alle stimmen ab, ob Marie Moderatorin werden soll. Das ist auch wieder hier, das ist dann auch für die Frauenquote bei El Morada nice. Und Marie, wir haben ja vorgestern drüber gesprochen, Work-Life-Balance ist bei El Morada ausgezeichnet. Also Lufthansa wartet jetzt auf die beiden hier, dass sie durch sind. Lufthansa 251, behind the old Nippon 787, taxi left on November, hold short of November 8. Auch für Familie. Das Ding ist durch, El Morada, achso, das Ding ist schon durch, ging so schnell. So, okay, wir haben, äh, okay, wir haben 36 Leute, die sagen ja, wir haben 0 Leute, die sagen nein, und wir haben 12 Leute, die sagen Paulana Spezi. Damit, das sind bessere Quoten, als Christian und Bubi damals hatten, oder? Ähm, ja, das ist, äh, das ist also eine bessere Quote, kann man nicht haben. Marie, ich würde mich mehr als freuen, dich als Moderatorin hier begrüßen zu dürfen. Äh, Marie, wenn du da bist, was sagst du? Marie, ist das ein Ja, ist das ein Nein? Was ist es? Noch, da ist der 251-8 drin, 121-850. Mod Nessi! Tim, danke für den Sub, danke schön, Mod Nessi. Leute, alle mit einem Marie Nessi in den Chat. Marie Nessi ist jetzt neue Moderatorin bei El Morada. Und damit geht die Frauenquote im Mod-Team, boom, die geht richtig steil. Marie, ich freue mich, ich freue mich. Marie Nessi in den Chat, Marie Nessi in den Chat. Marie Nessi, sehr schön. Tim, danke für den Resub. So. Ähm, Marie, schreib mal was. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Allnippon 2-4, Contact Apron und Project Persian Tower, 1-2-4-850. 1-2-4-8-5, Allnippon 2-4, goodbye. Oh, oh, almost that happy to see you. Speedbird 3399, Contact Tower, 1-2-4-850. Contact Tower, 1-2-4-850. Danke für die Größen, tschüss. Yay, Marie Smut, ey, ist schön im Chat, joo. Ich bin ein guter Laufthansa-Tour-Froxtrad-Taxian und Papa. So, wir müssen ja mal gucken. Okay, wie läuft's hier? Das Rennen zur Runway-1-8 läuft gut. Guck mal, die beiden dicken Pötte und dann der kleine British Airways. Oh, das ist ein Süßi. Guck mal hier, das kleine Rennen der Flutfliegers. Oh, oh, Alter, was? Hier, oh, an der Runway-1-8 ist, oh, ist laggy. Da ist kritisch. Ähm, Marie, herzlich willkommen in der Mod-Familie. Adel Morada, EG, gewinnt mit 14 zu 12 die erste von 5 Mames. Oh, oh, ist heute da, heute geht's um was, ja? Yay, ja. Gott, hier erstmal durchruseln. Marie, du gehst am besten nachher mal mit den, ähm, mit den Jungs und Middles, wenn du Zeit hast oder morgen oder wann auch immer, ähm, 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 mal in den, äh, in den Discord oder so und die zeigen dir das alles. Elmo Apron, Halocci, Siebert 916, November und Papa. Siebert 916, November, Elmo Apron, Halocci, to you. Stand Victor 112, Taxi, Bayern, November 11, Lima, hold short of November 8. Victor 112, November 11, Lima, hold short of November 8. Siebert 916, November. Muss man es erst mal klären lassen. Ja, genau. Also es ist jetzt auch kein, äh, also ist jetzt auch kein Fulltime-Job, ne? Es ist jetzt nicht, also, wir leisten hier, äh, ja. Also ist schon, ist schon manchmal was, aber, äh, jetzt nicht immer. Ungefähr so, zack, Nachrichten löschen. Und, nice, ja, so läuft es, ja. Oh, wir kriegen hier einen FedEx rein. FedEx. Mittel für West. 2RomeoFox dort auf der Brücke, auch November. Unser 2RomeoFox dort, Taxi, Bayern, November, hold short of November 8. Genau, jetzt hier bei dem 2RomeoFox dort, ne, bietet sich das wieder an, den über November an Skate zu führen, ist halt ein kürzeres Taxi für den. Weißt du, ich bin Lufthansa Sixthread Mike, wo, wo bist du denn ungefähr, Hase? Frankfurt lehrt sich scheinbar. Es ist jetzt auch langsam, also das Event endet ja jetzt schon früher. Das endet jetzt schon immer um 23 Uhr, ne, um 22.30 Uhr. Ähm, ja. Sorry, ich muss mal dein, äh, dein Omega-Leute löschen aus Forschungszwecken. Dein Hase ist auf Papa. Ach, ja, sehr schön. Heiler angekommen, ich freu mich. Ivan, dankeschön für den Sub, mein Lieber. Vielen, 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 vielen Dank. In 10 Minuten bei N-Pax und dann gib Gas, Alter, gib Gas. Langen, oh, Langen ist hier schon auf Break. Du bist am Arsch. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich sag's dir. Und das wilde Maxi auch mit dem ersten Sub, mit dem ersten Prime-Sub. Vielen, vielen Dank, Bruder. Dankeschön. Dankeschön. Ich liebe immer das Marie-Nessi-Emote, Alter. Das ist so, das ist so richtig, dancey ist das so. Das ist richtig gut. Millionär werden, ja. Das ist, das ist das Ziel, ja. Kostet der Next 500. Ja, wirklich viel, weil du siehst hier, guck mal, hier oben rechts, ah ne, du siehst es nicht, warte. Hier. Der Dinkelsmüllsektor, zu dem du unweigerlich musst, wenn du über Speser-Emparks einfliegst, der ist schon auf Break. Also, ich weiß nicht, ob der dich noch schluckt. Hoffen wir das Beste. Tja, so Arne, für dich kriegen wir leider keinen Shortcut, ne, weil British Airways auf der 2-5-Ride landen, ist immer pain in the ass. Das dauert immer sehr, sehr lange, bis man da am Gato ist. Das dauert. Ähm, chat mal ne ganz kurze Frage. Wer von euch, äh, mal alle bitte mit irgendeinem Emote rein chatten, was man nur durch 7TV hat. Wie viele sind dabei, die alle 7TV haben? Wer hat alle 7TV? Wenn nicht. Ja? Frankfurt Apron, einen schönen guten Abend. FedEx, Thulima Golf, Taxi via Yankee. FedEx, Thulima Golf, Fragen für der Ebrin, guten Abend. Taxi Foxtrot 238 via November 1.5, hold short of November. Taxi Foxtrot stand 238 via November 1.5, hold short November, ähm, FedEx, Thulima Golf. Genau, wenn ihr die Emotes nicht seht, chat, dann bitte downloadet euch 7TV. Das ist eine supergeile App, damit habt ihr super viele Emotes in den Chat und man kann damit, es ist unfassbar lustig. Trust me on this one, trust me on this one. Wie lange machst du heute noch, Elmo? Oh, ich weiß nicht. Lufthansa 6, Mike. Jo. Lufthansa 6, Yankee Mike, is ready for start. Und vor allem Lufthansa 6, Juliet Mike? Confirm, sorry. Unser 6, Juliet Mike, are you ready for taxi? I'm just flipping up the engine. Okay, Roger, call me when you're ready for taxi. Okay. Lufthansa 6, 6, 6, Alpha approaching November 1.0. 6, 6, Real, Fado, continue November. Continue November 3, November, Lufthansa 6, 6, 6, 4. Mitte für West. Soll ich den Speedbird 916 November, straight on East, short November 4? Perfekt. Speedbird 916 November, continue Lima, short of November 4. Lima, short November 4, super 916 November. Ja. Jo. Fedex 2, Lima, Golf. Okay, continue right on November, then November 1, 7, Papa 1, Foxdoor 238. Eigentlich kommt er über Lima. Naja, ist auch egal. Continue on November, November 1, 7, Papa and Foxdoor 238. Sorry for that. Fedex 2, Nova. Alles gut. Kann auch sein, dass der, dass die, anders ist, auch nicht so schlimm. Speedbird 916 November, contact Apron, 1 to 1, da ist er mit dem 9, 5, 0. 1 to 1, 9, 5, 0, speedbird 916 November, danke dir, ciao. Tschüssi. Genau. Für Arne haben wir jetzt nochmal kurz telefoniert, ne? Arne haben wir gefragt, ob der sich den allen Frequenzwechsel nicht sparen kann. Weil ich sehe, hier ist alles frei, ja. Eppern, Lufthansa, Trierkowiski, schönen guten Abend, on Papa. Lufthansa, Trierkowiski, Eppern at O, Gate Alpha 5, 2, Taxi bei November 1, 1, November, hold short of November 8. Gate Alpha 5, 2, November 1, 1, November, holding short of November 8. So, Marie schreibt, aber mal mit kurzer Ernsthaftigkeit. Danke an die süße Community für das Votum. Dachte, irgendwer wird auf jeden Fall mit Nein rein gehen. Also, vielen lieben Dank, ihr Hübschen. Und danke an Elmorada für das Vertrauen. Selbstverständlich. Und Marie, du weißt, Elmorada Community, das ist hier, das ist so. Das ist so. Großartige Menschen hier in meinem Chat. Also, ja. Vielen Dank an dich. Und danke an alle, die in meinem Chat sind. Vielen, vielen Dank. Heute ist Freitag des Dankes. Auch mal, ne? Auch mal Danke sagen. Genau. So. Und Marie Nessie ist halt einfach ein großartiges Emote. Das muss man auch einfach mal sagen. Das ist einfach großartig. Braucht man dafür einen Mod? Wofür braucht man einen Mod? 6X3 Alpha, Contact Tower, 124.850. Kann sein, dass da noch kurz wohin ist, aber ich glaube, der ist wieder da. 24850 für 6X3 Alpha, danke dir, schönes Ding noch. Ja, also 6X3 Alpha, du musst mal hören. Irgendwie, der hat nicht kurz gesagt, der ist kurz weg, aber ich glaube... Elmo Apron, guten Abend, das kommt aus 7X3 Mike und Lima. Und aus 7X3 Mike, Elmo Apron, guten Abend. Gate, Bravo, 2-0, Taxi, Weyer-Lima, short of November 8. Weyer-Lima, short of November 8, kommt aus 7X3 Mike. Freitag des Dankes und des legendären Mundfaschings. Ja, Mundfasching. Super, ey. Das ist wirklich... Das versuche ich mal in einem Juragutachten zu verwenden oder so. Weiß nicht, bei... Bei... Bei den Äußerungstatbeständen, bei Beleidigungen oder so, vielleicht sage ich da mal, ja. Handelt es sich um ein fahrlässiges Mundfasching? Fahrlässiges Mundfasching kann nicht bestraft werden. Vielleicht ist das gut. Ey, es macht Spaß, hier zuzuschauen. Echt guter Content, das freut mich. Dankeschön. Wie komme ich eigentlich Papa One, wenn ich von der... Von der 7 Left, 25 Right komme? Papa One bekommst du nur, wenn du hier oben parkst. Wenn du hier oben halt parkst, ja. Kontra 7X3 Mike, contact 121.850. Tschüss. 1-2-1-850, Kontra 7X3 Mike, danke dir. Schönen Streamen auch. Ciao, ciao. Tja, danke dir, Elmo, für deinen tollen Streams. Oh, dankeschön. Fedex, zu dir mal Golf, von der Block. Danke dir, Elmo. Und ja, tatsächlich ist einer der Gründe, der Ground, warum ich Frankfurt meide. Jo, mach's gut, ciao, alles gut. Mich würde nur interessieren, Fedex, falls du im Chat bist, dann würde mich interessieren, ob dich der Tower, vielleicht hast du es einfach nur vergessen, vielleicht hat dir der Tower Lima gegeben? Irgendwie hat er gesagt, der Texte war ja Lima, holt short auf November 1.6 oder so. Hat er das vielleicht gesagt? Weil, normalerweise kommen die halt so und deswegen habe ich halt auch gedacht, du gehst dann so. Ist aber wie gesagt, ist nichts passiert, alles ist easy, easy. Ich würde noch länger bleiben, halbe Stunde oder so. Rief die 1, 1, 2. Meinetwegen auch nicht, meinetwegen können wir auch einfach so bleiben und dann, wer halt, wo halt reingerufen wird, wird reingerufen. Ja. 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 Perfekt, mir auch. Also, based. Okay. Bis zum Betretenende bleiben alle drei Aprons. Ähm, bleiben viele, also es bleiben alle drei Aprons, aber kein Delivery. Also, das ist jetzt, wenn man reinruft für Clearance bei irgendeinem Apron, der gibt die Clearance und dann schickt man den Flieger halt weiter. So, wen darf ich jetzt mal timeouten für ein paar Sekunden aus Forschungszwecken? Alles für die Wissenschaft, ja, das ist gut. Oh, wer ist das hier? Was ist das hier? Türkisch, hallo. Turkisch. Und wer ist hier so? Kondi, Kondi ist auch hier. Hallo, Kondi. Wer ist hier noch so? Wir gehen mal in den Osten. DDR. Oh, was ist hier? Was sehe ich hier im Osten? Hero Wings Ops. Da sind die Hero Wings Ops. Luf unser Trier, Kowiski. Contact 1 to 1, decimal 8, finalisierung. Er bleibt doch einfach so stehen. 1 to 1, 8, fast 0. Oder er fühlt sich jetzt ertappt und bewegt sich halt jetzt nicht mehr. Er sagt jetzt, oh, jetzt wurde ich gesehen. Jetzt bleibe ich so stehen. Na komm, mach runter. Mach runter. Ja. Ah, siehst du? Guck, er macht runter. Fein, Feini. Sehr schön. Guck, einmal hier für Ordnung gesorgt. Alles wieder. Oh. Hier an der Pipi-Kacka-Box. Wie sieht es hier aus? Da gehen die wirklich rein zum Rauchen. Also das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist wirklich die Pipi-Kacka-Rauchbox. Irgendwo in Frankfurt mittendrin, glaube ich, wird das erzählt. Joromix-Hobbs und Düsseldorf, die like. Ein Stoppie. Ja, stimmt. Ein Stoppie. Oh. Auf die Colored Line. Aber Leute, Colored Lines in Frankfurt. Wer kann mir dazu was sagen? Wer kann mir was zu den Colored Lines am Abend sagen in Frankfurt? Nennt sich Air Ride Fahrwerk, Elmo. Ach so ist das. Okay. Nicht beleuchtet. Sonnenuntergang plus 30. Exactly, Leute. Sonnenuntergang plus 30. Und ich würde behaupten, die Sonne ist schon runtergegangen, oder? Ich glaube, die Sonne ist sowas von schon runtergegangen. Plus 30. Wir gucken mal. Sunset Frankfurt. Was glaubt. Kann man theoretisch einen Schlepp in Cargo City? Meinetwegen sehr gerne. 156 Juliette Mike, ready for taxi. 156 Juliette Mike, holding point, runway 18, taxi via Lima. Holding point, runway 18, via Lima. Na klar, jetzt ist es stockfinster. Ja, richtig, ne? Also, ähm, also genau. 157 Whisky Yankee, request start up and pushback from Victor 118. 157 Whisky Yankee, contact 121.9.5. 121.9.5, 157 Whisky Yankee, ciao. Ähm, ja, genau. Also, weil die Dinger hier sind in Frankfurt nicht beleuchtet. Und deswegen darf man die nur benutzen. Sonnenuntergang plus 30 Minuten. Ähm, ja. Ist jetzt also nicht mehr usable, ne? So, wie ist hier ansonsten? Condor hier. Nice. Of Cancer. Das hier müsste der Türke sein, oder? Ja. Ah, jetzt kommt hier die Bassmusik. Jetzt kommen hier die sicken Beats. Elmo Raider, 180 Beats per Minute. Und Mundfasching auf der Frequenz. Na komm. Schon geil. Ich war ja das schon übel. Wollen wir nochmal Theater von Chiago? Gleich. Boah, Digga, wieso fliege ich nochmal zwei Stunden? Oh, nochmal zwei Stunden, Tim. Du hast noch richtig Stress heute. Locker 6 und Juliet May, Contact Tower. 1, 2, 4. Das ist mit einer 8-5-Jung. Ciao. 1, 2, 4. 8, 5-0. Schön, schön, schön. Das war Radio 1, 2, 1, 7, 5, 0 mit eurem Host, El Morada. Werbung ist übrigens weniger. Katari 6, Uniform, AC50, Echo 5, Information, Juliet, I, for Doha. Oh, warte, der fragt jetzt nach Clearance hier. Katari 6, Uniform, APRON, good evening, Sir. Startup approved, cleared Doha, Zulus for Sierra Departure. Flight plant root, climb by us at 4,000 feet. Squawk 2, 0, 4, 7. Startup approved, Squawk 2, 0, 4, 7. Katari 4, 6, Uniform. Katari 4, 6, Uniform, readback correct, tot position for pushback. Elbren 1, 2, 1, das ist mit 9, 5, 0. 1, 2, 1, 2, 0, Katari 6, Uniform. Rassi, hey, moin, danke für den Raid und willkommen, liebe Raiderinnen und Raider. Servus, grüßi und moin bei Elmo Raider, bei Elmo Abrin heute Abend. Sind ja auch im Vorfeld. Herzlich willkommen. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr schönes getrieben? Och KLM, ach Mensch, der rollt falsch. Hinder, 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 Hinder. Ja, so, zack, hier, Elmo Raider, der rasende Außenreporter, fliegt hin. Wie, wu, wie, wu. Mit Sonderrechten frei fliege ich über November an allen vorbei. Und wir gucken uns das an, da. Den Cringe. Was ist denn hier los, sag mal? Was soll dat denn? Hallo? Hallo? Jetzt geht's für die KLM zum Gate of Shame. Ja, richtig. Wir können uns schon mal hinstellen. Ja, das ist doch einfach. Das ist einfaches Geld. Radiocheck ist immer einfaches Geld. Ja, das hier ist Gate of Shame, ne? Also der Victor 270, hier steht auch in Rot, äh... Shame steht hier. Groß Shame. Steht auf einer anderen Sprache da. Also ist, ja, äh, niederländisch. Ja. Ja, von KLM 488. Hallo, Papa One. Jo, jo, mach mal. Lufthansa, Cration, KLM 408. Hallo, Sir. Taxi, Stand, Victor 270. Feier Papa One. Victor 270, Papa One, KLM 488. Kann ich hier Victor Shame eintragen? Oh ja, Victor Shame geht. Man kann hier Victor Shame ausmachen. Ja, das passt. Das ist gut. Victor Shame. Das ist gut. So, jetzt gucken wir uns das hier an. Also guck mal, der ist wirklich direkt, also es ist direkt vor der Tür. Von der zweiten, die dann heute. Warum Gate of Shame? Na, das ist, weil eigentlich rollen hier rüber, rollen hier rüber, Papa One, rollen nur Cargo-Flieger. Also nur die wirklich hier parken. KLM parkt da hier oben nicht. Und, ähm, ja. Frankfurt apron, schönen guten Abend. Condor 2406, Bravo 4-6 und Crashpush. Condor 2406, Contact apron on... Ne, sehr gerne in your position. 4-6. Ja, Bravo 4-6. Condor 2406, dann bitte 1-to-1. Nein, erfahre ich es hier rum. 1-to-1-9-5-0, 2406, ciao. Ciao, ciao. Zack, da geht er rein. Ach, Mann. Ja, ein so böse ist ja gar nicht gemeint, ne. Also das kann ja mal passieren. Das passiert halt nur manchmal öfter. So, irgendwie am Abend. Ähm, Leute, wenn ihr in Frankfurt rollt, ihr rollt immer über Papa, immer über Papa, außer der Lotsen, sagt euch wirklich Papa One. Also, obviously, wenn ihr euch Papa One sagt, ihr sollt euch über Papa One rollen. Wenn ihr euch Papa sagt, sollt ihr über Papa rollen. Ähm, und über Papa One rollt ihr nur, wenn ihr hier oben parkt. Und hier parken nur Airlines, die Cargo haben. Also, es parkt hier oben FedEx, es parkt hier oben UPS manchmal, es parkt German Cargo da oben. Ähm, ja, die parken dort. Und, ähm, und wer noch dort parkt, ist die Flieger, für die kein Platz ist an den ganzen anderen Terminals. Also, wenn alle Terminals belegt sind, dann werden diese Außenpositionen hier auch benutzt für Passengers. Ähm, das passiert auch. Aber das haben wir auf Wazim noch nie erreicht. Also, dass alle Gates voll sind, ähm, und, äh, ja, das haben wir noch nicht gehabt. Der Postmann, der parkt da auch. Okay, der parkt da auch. Also, wirklich, nur die, nur die, äh, Cargo-Flieger eigentlich. Ja. Aerologic, ja. Lufthansa-Paxmaschinen, genau, ja. Say, can you call send, please? Catari 6, Uniform, A350, Standard 4-5. Catari 6, Uniform, A5, 1-1-9-5-0, for push. 1-1-9-5 for push, äh, Catari 6, Uniform, thank you. Ja, übrigens, das Cover steht da, glaub ich, im Real Life gerne mal. Also, wie gesagt, die, die Position, trust me on this one, die Positionen werden nur verwendet, wenn halt wirklich alles hier voll ist. Beispiel, wenn hier für die beiden, ich hab euch ja gesagt, Alpha 20, 22, da parken ja ganz oft auch die, äh, American-Maschinen oder die Uniteds. Und wenn das da voll ist, dann werden die halt irgendwo hier hingestellt. Oder manchmal auch auf den Victor, aber da ist halt auch oft voll. Dann werden die halt irgendwie, also das ist so Stand-by, muss man sich das vorstellen, ja. Ach, guck mal, die Feuerwache ist ja auch schon, nice. Ist die im Süden auch da, die Feuerwache? Let's go! Wo ist denn hier die Feuerwache? Wäre die nicht hier irgendwo die Feuerwache, die neue? Ist sie das? Ist das die Feuerwache? Hier ist, hier ist nicht drin, achso. Oh, eine Drohne gesichert über den Platz, ach du Scheiße, stimmt. Einmal beim Platz, wir müssen eigentlich mal mal Tower anrufen, ne, wenn wir hier rüberfliegen. Ah, wir rollen, wir fliegen mal lieber außen rum, wir fliegen mal lieber außen rum. Nein, weiter rechts wäre die gewesen. Achso, okay. Also hier so, oder wie? Hätten da noch zwei Flieger in Hannover, die Zeug wollen. Weißt du was, dann schick sie mal vorbei, schick sie mal vorbei. Die nehmen wir noch. Oha, wie flüssig Frau bei dir läuft. True, oder? Vielleicht habe ich aber auch ein bisschen gecheatet. Ja, nee, den kriegen wir nicht im November. Ich habe überlegt, ob wir den auch im November bekommen haben, wenn wir kommen müssen. Lufthansa 573, hello sir, start-up approved, cleared. Da stehen irgendwie zwei Flieger, oh ja. Okay, cleared to destination Cindy 5 Sierra, flight planed route. Climbized to 4000, Escort 2036, start-up approved. Lufthansa 716, thank you. Lufthansa 716, you're very, very loud, sir. Or pushback, contact apron, 121, 850. My apologies, I'll turn the volume down, thank you. Er ist wirklich sehr loud, ne? Lufthansa 257, continue by November. Cine2Speedrun, der hat wirklich fix gemacht, ne? Lieber zu laut als unhörbar, ja, aber nee, zu laut ist auch schlimm. Das ist schlecht fürs Ohr, weißt du, da... Dann höre ich den noch im Bett nachher, beim zu Bett gehen. So, Alpha 62. Hello, Papa Alpha Sierra on Papa for number four one one. Papa, Kilo, Kilo, Alpha Sierra, Frank oder Apron, hello sir. Stand Victor 122. Taxi via November one one. Lima, hold shot of November eight. Das ist ja wieder so ein Sex-Scheiß. Is the volume okay now? It's very good now, yes. Perfect, thanks. Sorry, could I get one more time the frequency to push back? Papa push, 121, 850. 121, 850, thank you so much. Ah ja, Christian und mein Lied wieder. Ja, Liebe auf der Rückbahn, wir haben Christian und mein Lied schon gemacht, deswegen ist uns das Lied so wichtig. Luther, 257, Apron, no, Contact Tower now. 124, das ist mein 850. Alter, der double timet aber auch hier, ne? Was ist denn heute los? Babima. Christian und seine Clowns, ja. Ach ja, BMW. Ach so, wir haben noch die 25-Euro-Karte, ne? Fällt mir gerade ein. Deswegen müssen wir das auch mal sagen, aber ihr wart sehr zurückhaltend, Chad. So, hauen wir die 25er jetzt noch raus? Ja, hauen wir noch raus, ne? So, haben wir gesagt. Ähm, sind noch alle da? Sind heute viele auf Kuschelkuss. Ja, es ist tatsächlich ziemlich viel, äh, ja. Ziemlich viel Geficke. Ja. Ähm. Hier sieht auch einfach geil aus, ne? WestJet 76, Contact 121.850. 121.850. Udenbio, aber sie kann blasen. Ähm, hat Niveau von Lebenslagen, ja man. Das wird heute eine ganz knappe Nummer, äh, alles in echt vor 23 Uhr raus sauen. Oh Gott, geht's wieder zurück ans Gate? Wobei der neue aber auch krasser Ohrwurm ist. Ja, ist so, ne? 50 CCM ist auch ziemlich nice. Haben wir den 257 ein bisschen weggeschickt? Ja, oder? Mal kurz gucken. So, und dann machen wir noch die, äh, ja. Und dann machen wir jetzt alles fertig. So, Chad, jetzt ein letztes, ein allerletztes Mal. Nein, Vorschlag für das Wort, was man in den Chat schreiben muss, damit man bei dem Gewinnspiel teilnimmt, für die 25 Euro Amazon Giftcard. Wo ist da, wenn man ihm was unter die Nase reiben will? Wieso? Victor270? Oh ja, das ist tatsächlich auch lustig. Mundfasching. Mundfasching finde ich auch gut. Oh, ich hab gute, gute Vorschläge heute. Victor270? Mundfasching? Moment, Jurodance? Ah, Jurodance. Okay, ja, das ist auch gut. Jurodance ist das vorletzte neue, ja. Ähm. Das ist ein guter Vorschlag, Pianofa. Den kann ich ja nicht. Super, Kalibra. Ja, das ist großartig. VictorShame? Victor270? Okay, pass auf. Lass dich überwachen, das ist der Vorschlag. Nee. Komm, wir machen, ähm, Close. So, wir machen, ähm, wir machen VictorShame. So, Victor-Shame muss im Chat geschrieben werden. Ähm, Chat, ich frag nur mal Performer, dürfen Mods mitmachen bei den 25 Euro oder nicht? Ich frag nur, ja, für Marie. Nein, keine, nein, nein. Ja, nein, safe nicht. Bin ich jetzt ausgeschlossen vor dem letzten Giveaway? Ja, Marie, da hast du dich selber gebumst. Ja, das ist einfach so. EuroWings 4, Hotel Lima, April, 1-to-1-8-5-0. 1-to-1-8-4-0, EuroWings Hotel Lima. Ja, Marie ist jetzt raus. Ja, Marie. Das ist sauber. Good evening, Lufthansa. 6, 30 kilo. Lufthansa. 6, Victor, Kilo. April at 0, stand Victor, 1-1-4. I called you for further. Ja, warte, ich hab noch nicht gestartet. Wartet, wartet. Okay, also ich hab verstanden. Mods excluded. Okay, es geht los. Victor, shame. Jetzt in den Chat für die 25 Euro Amazon Gift Card. Achso, das habt ihr gerade gar nicht gesehen. Okay. Ich hab's noch auf meinem Monitor gesehen. Da hast du 7 für 7 durch den Airport geslidet. Naja. Papa, Alpha, Sierra, contact 1-to-1, decimal 8-5-0. 1-to-1-8-5-0, Papa, Alpha, Sierra, bye-bye. So, Victor minus shame. Der Victor-Shame muss in den Chat geschrieben werden. Dann seid ihr dabei. 25 Euro Amazon Gift Card. Auf den Nacken von Twitch. Aus der Heim-Challenge von vor 2 Wochen. Die Level haben wir da alle erreicht bei El Morada. Also die 5 Level, die wir uns vorgenommen haben, haben wir erreicht. Ähm, ja. Cheater, ban den weg. Wir hoffen uns das 6, Victor, Kilo. Stand Victor, 1-1-4. Taxi bei November, 1-1. And Lima, hold short auf November. Stand Victor, 1-1. Oh, hier Action auf dem Vorfeld. I show you. Victor shame, ja, alle rein da mit dem Victor shame. Und wenn ihr Victor shame reingeschrieben habt, dann sagt doch mal bitte, was ihr mit den 25 Euro vorhabt. Also das möchte ich schon wissen. Jetzt bitte reinschreiben, was ihr vorhabt. Hier rein subben. Mit der Amazon Gift Card, geht das? Ach ja, das geht quasi. Man holt sich Amazon Prime damit und dann kann man hier rein subben. Das ist das Circle of Money. Das ist das Circle of Money. Das fällt mir jetzt erst ein. Ja, das ist ja insane. Flight Sim Equipment, sehr gut. Monitorarm wäre nice, ja, auch wichtig. Eine Szenerie kaufen. Ich weiß nicht, ob das bei Amazon geht, aber eine Powerbank kaufen, auch wichtig. Powerbank, fragt Lorenz mich jedes Mal, wenn er zu einem Festival fährt, ob er meine haben kann. Eine Flashlight kaufen. Guten Abend, Telefon, 5, Romeo, Charlie und Papa. Lufthansa 5, Romeo, Charlie, April, hallo, Gate Bravo, 1, 0, Taxi via November, 1, 1, Lima, hold short auf November, 8. Ja. Gate Bravo, 1, 0, via November, 1, 1, Lima, hold short auf November, 8, Lufthansa 5, Romeo, Charlie. April, hello, Austrian 217, on Lima. Austrian 217, April, good evening, Gate Alpha 4, 0, hold short auf November, 8. Alpha 4, 0, hold short November, 8, Austrian 217. Räuchte ein neues Ladekabel, hört sich wichtig an. SIM-Equipment, hört sich auch wichtig an. Aufbewahren und beim nächsten Einkauf Geld sparen, sehr, sehr weiß. Wise, sehr, sehr weiß auch, sehr, sehr deutsch auch. Gleich ILS, sehr nice, gut. Victor Shame, ja, richtig. Neue Maus kaufen, auch wichtig. Einkaufen gehen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, wir machen hier gerade noch ein bisschen Lotzi-Lotzi und dann machen wir weiter. Oder auf einen Sale warten und irgendein Game holen, auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. Der Studenten-Engel ist das einfach. Einfach der Student. So, hier stehen überall... Stehen sie hier rum? Uhu, komm da, komm. Na, komm. Komm, 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 komm. Kommt nicht. Ähm, in City Sky 1.2 investieren. Ja, da bist du mit Amazon Gift Cards, glaube ich, gut dabei. Austrian 217, contact 1-2-1, decimal 8, 5, 0. 1-2-1, 8, 5, 0, 10, 2, 1, 7, 5, 0. Unser 5, 7, 3, radiocheck. Video 5. Immer der radiocheck. Ich hab's vermisst den Abend über. 5, 4, 8, 1, good evening. Lufthansa 5, 7, 3, information. Juliet on board. Request an IFR to Johannesburg as file. Unser 5, 7, 3, at all. Startup approved. Cleared start. Anikki to Lima departure. Leitplein droht. Climb by a sit 4,000 feet. Squawk 2061. Cleared start. RFR to Johannesburg as file. Cleared Anikki to Lima departure. Climb 4000. Squawk 2061. Lufthansa 573. Lufthansa... Wir haben ja Whisky at November 10. First, Lufthansa 573. Riedberg ist korrekt. For pushback, April 1 to 1, 8. Correction, 1 to 1, 9, 5, Ciro. 1 to 1, 9, 5, 0. For pushback, Lufthansa 573. Lufthansa 3, Romeo Whisky. Good evening. Taxi via November. At November 1, 1. Your number 2, Björn Company. We are unable to taxi because I think it's Cessna. At front of us. Say again, what is the reason why you can taxi? There is an airplane on the same taxiway. It is a Cessna, I think. There is no aircraft. Ah, okay. Taxi November 2, November 1, 1. For the Triromeo Whisky. The Triromeo Whisky is just straight ahead, 1 November. Straight ahead to November 1, 3 November. 6, Victor, Kido. 1 to 1, 8, 5, 0. 1 to 1, 8, 5, 0. Thank you, bye. 6, Victor. Oh, Henrik ist da. So, jetzt nochmal letzte Chance hier. Victor, shame in den Chat. Victor, minus shame in den Chat für die Teilnahme am 25-Euro-Giveaway Amazon-Karte. Lufthansa 5, Romeo Charlie, contact 1 to 1, 8, 5, 0. 1 to 1, 8, 5, 0. Lufthansa 5, Romeo Charlie, ciao. So, es sind 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 1 to 1, 2, 4, 0, 6, holding sure November 10. 1 to 1, 2, 4, 0, 6, guten Abend nochmal. Continue via November. 2, 4, 0, 6. Sehr schön. Guck mal, jetzt ist hier nochmal richtiger Rush. Guck mal, das ist aber wirklich, as we will as it gets, oder? Der abendliche November Rush zu 1, 8. Alle Flieger wollen nochmal raus und die kommen jetzt alle zu uns nochmal. Mach jetzt, ey, bleib ruhig, beruhig dich. Wir haben hier jetzt gleich noch ordentlich Call-Ins. Wir arbeiten die noch kurz ab, dann bin ich bei euch. Lufthansa 3, Uniform Yankee, taxing November, November 1, 0. Lufthansa 3, Uniform Yankee, April Addo, continue via November. Continue via November, Lufthansa 3, Uniform Yankee. Los. So, okay, sind alle dabei? Alle nochmal rein? Hier scroll mal durch, wer dabei ist. Jetzt kommen noch zwei von Hannover, stimmt, die kommen auch noch. Das wird im LuaLive nichts, die noch rauszuhauen. Ähm, naja, wird eine knappe Kiste. Also da muss man ein bisschen zaubern jetzt. Die müssen alle ein bisschen Gas geben. Wir müssen die auch ein bisschen anfeuern hier, die lassen sich ja auch Zeit. Hier, Condor, Tufor, äh, Tufor-Sirusex, gib Gas, gib Gas! Du kennst doch den Witz mit der Schlange und dem, äh, und dem Stau. Oh, Gott, Mensch, die kommen alle nicht mehr raus, wegen dir. Auf unser Trieromio Whisky, one-to-one decimal, question, one-to-four decimal, eight-five-zero. One-to-four, eight-five-zero, auf unser Trieromio Whisky, tschüss. Soll Lufthansa mal Lichtruppe machen? Ja, wirklich. Ja, weil Condor, der weiß, der kommt noch raus. Was nach ihm passiert, nach ihm die Sinnflut, ne? Kannst du Condor nicht so was sagen, wie Expo der Taxi oder so, also schnell... Ja, ist ja egal. Qatari, six uniform, and oh, behind Lufthansa, continue my November. 10 November, behind Lufthansa, Qatari, six uniform. Victor Shane, Victor Shane, jetzt müssen aber langsam echt alle drin sein, oder? Also jetzt sind 72 drin, äh, 72. Henrik ist auch drin, wichtig, wichtig. Ähm, ja, so. Frankfurt, Elfren, good evening, Lufthansa, Tu-Bravo-Whisky, holding short of November 10. Unser Tu-Bravo-Whisky, guten Abend, continue my November. Bubi, du lebst. Condor 2406, jetzt aber schnell, Contact Tower, 124.850. Warum so eilig? 124.850, 2406. In fünf Minuten ist Betriebsschluss. Ah, ja, ich will auf keinen Fall wieder zurück zum Stand, ich beeil mich. Deswegen, unser Tri-Uniform-Yankee, hurry up, Contact 124.850. Frankfurt is closing in five minutes. Hurry up, and 124.850. Great night and a great weekend to you, Lufthansa 3, Uniform-Yankee. Good night, mate, bye-bye. Frankfurt, April, Lufthansa 363, und Papa, to November 11. Unser 363, April, guten Abend. Gate is Bravo-4-5, taxi via November 11, Lima, hold short of November 8. Repeat, the last number. Hold short November 8. Hold short November 8, Lufthansa 363. Oh, das wird hier, also, ich glaube, die drei könnten es noch schaffen, vor dem Betriebsschluss. Very good evening, KL9SXJ, taxi via Papa, to November 11, KL9SX3. LM9SX3, April, good evening, sir. Stand Victor 106, taxi via November 11, Lima, hold short of November 8. Say it slowly, please, for KL9SX3. LM9SX3, Victor 106, taxi via November 11, Lima, hold short of November 8. Taxi via Stand Victor 106 via November 11, taxi via Lima, November 8, hold short, KL9SX3. Ja, ich glaube, das zählt, oder? November 8, hold short, das passt, glaube ich. Habe ich gewonnen? Geil, ja, wir machen gleich. Wir schicken hier noch alle 2 1 8, und dann, Lufthansa 2, Bravo, Whisky, Contact Tower, 124.850. Tower 124.850. So, vielen Dank, Lufthansa 2, Bravo, Whisky, Ciao. Katari 60, Uniform, Contact Tower, 124.850. So, wir gucken uns das jetzt hier an. 124.850, 6.0. Wer es hier schafft. Ah, hier, ja, Dankeschön. Portfolio, Papa, 129, Radiocheck. Videofall. SOS, ich lieb nur dich. So, Katari ist auch weg. Okay, Chat, seid ihr bereit? Victor, Schäben, alle in den Chat geschrieben? Wir würden jetzt auslosen. Wir losen jetzt aus. Achtung, 5, 4. Und ich will, dass ihr ausrastet, wer auch immer gewinnt. 3, 2, 1. Aber jetzt hier nochmal last second oder was? Das ist das allerletzte. So, und wir machen Schluss und der Gewinner oder die Gewinnerin ist... Frankfurt A drin, Gude, Lufthansa 3, Golf, Golf. Bungie Exception. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Stunks. Last station, second. Lufthansa 3, Golf, Golf, at November, 1, 4. Lufthansa 3, Golf, Golf. Hallo. You were supposed to taxi on to Lima, sir. Taxi next right on to November. Then another right on a 1, 1. Right on to November. November 1, 1, 1, 2, Lima, Lufthansa 3, Golf, Golf. Unser 3, 6, 3, contact 1, 2, 1, 8, 5, 0. 1, 2, 1, 8, 5, 0, 3, 6, 3. So, herzlichen Glückwunsch, Bungie Exception. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ich schicke dir den... Du musst jetzt mal was in den Chat schreiben. Das muss jetzt bitte passieren. Du musst das hier mal oben haben. 25 Euro gehen an dich. Und hast du schon geschrieben, was du damit machst? Bungie Exception, da ist er. Papa, Victor Papa, 129. Ist eine Bill 407. Er bittet die... Stammt 8. Pardon. Ach, bitte die Freigabe, um die Kontrollzone zu verlassen. Ähm, Dampel sagen, wiederholen Sie bitte. Was? Wer will hier was verlassen? Delta 7, 2, 1, holding short of November 10 on November. Delta 7, 2, 1, apron, good evening, sir. Taxi via November. At November 1, 1, give way to opposite direction, Lufthansa. I'm taxi at November, at November 11, give way to Lufthansa, Delta 7, 2, 1. 1, Condor hat Takeoff. Condor kann alles egal sein. Die anderen gehen wieder zurück ans Gate. Das ist over. Tut mir leid. Back to the gate. Auf unserer Trigolf Golf, left on Lima, hold short of November 8, expect gate Alpha 1. Left on to Lima, November 8, expect gate Alpha 1, Lufthansa, Trigolf Golf. Okay, da haben Sie 6, 9er, correction, 9er, 63, at November, your number 2, band, Delta. Ja, das geht nicht aus, ne? Wir wollen Ihnen nochmal sagen. Können wir nochmal rüber gucken mit einem großen Auge. Ja, easy. Hier sind die Flieger, hat es, warte mal, ich ziehe nochmal größer. Da krachtet jetzt nicht. Helmo Apron, Gude, New Zealand 5, 6, Bravo. Und Papa, 4, November 1, 1. New Zealand 5, 6, Bravo. Guten Abend. Stand Victor 112, Taxi via November 1, 1. Lima, hold short of November 8. New Zealand 5, 6, Bravo. Unser Trigolf Golf, contact 121, 8, 5, 0. 121, 8, 5, 0. Lufthansa, Trigolf Golf. Delta 721, contact Apron, Christian Tower now, 124, 8, 5, 0. Tower 124, 8, 5, 0. Belt 7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, so. Ja, wir schieben ja auch noch gut Traffic durch. Ähm, ja. Also die Brays wären jetzt zurückgegangen. Ähm, so, Bungie Exception, hast du mir geschrieben. Lufthansa 2, Charlie, escape Delta 5, Wolf, Information, Juliet. We call the F-A-Clearance to split. Sorry, say your call, son. Lufthansa 2, Charlie. Lufthansa 2, Charlie, make sure your flight plan is filed. We tried to fight it. Lufthansa 3, contact 121, 8, 5, 0. Uh, 121, 8, 5, 0. Hat der nicht schon wieder geschummelt? Och, guck mal, das finde ich wirklich lame. Der hat hier wieder geschummelt, der Apron. Gate war Alpha 1, er hat Alpha 15 draus gemacht. Warum hat er das gemacht? Weil er sich Alpha 1 zugebaut hat. Schummler, schummler. Walker 3604, contact Apron, 121, 8, 5, 0. 121, 8, 5, 0. Walker, 2604, bye bye. He crazy, he crazy, he crazy, he crazy, he crazy, he crazy. Frankfurt, Apron, don't show a good name. Lufthansa 8, Mike, on November 1, 4. The 8, Mike, Mike, Apron and all. Sir, you were supposed to taxi via Lima and hold short of November 1, 4, not enter November 1, 4. That's with my side. Ah, alles gut, fürs nächste Mal dann. Lufthansa 8, Mike, Mike, hold short of November, I call you with further. Roger. Lufthansa 8, good evening again, Lufthansa 7, 1, 6, November, holding short of November 1, 0. Lufthansa 7, 1, 6, good evening, sir, continue by November. Continue by November, Lufthansa 7, 1, 6. Walker 3604, contact Apron, 121, 8, 5, 0. Unigar wie laut ich schrei, sie hört mich nicht. Walker 3604, Apron, 121, 8, 5, 0. Habe ich den schon weggeschickt? Das hast du ihm eben schon gegeben. Achso, ja, guck mal. All Nippon, Kürchen, New Zealand, 5, 6, bravo, contact 1, 2, 1, 8, 5, 0. Den brauch ich nur noch. 1, 2, 1, 8, 5, 0, 5, 6, bravo, tschüss, holen, stream. Lufthansa 8, Mike, Mike, give way to Lufthansa, Airbus 8, 3, 40. From right to left, thereafter, taxi, right, on to November. Lufthansa 8, Mike, give way to Lufthansa, Airbus 8, 5, 0. Boah, Elmo, Sänger, Alter. Junge, Elmo, einfach der Sänger. Junge, Crow is Crow's Law, wirklich. Bei Crow, da sterbe ich den Fangirl tot, jedes Mal. Auch, ich finde, so ein gelungener Clubabend. Dazu Charly, Startup geproft wird Split, Cindy, 5, Sierra, Flight, Plant, Root, Climb, Wire, Silt, 4,000 feet, Squawk, 1,000. So ein gelungener Clubabend, finde ich, muss immer einmal Crow haben. Imagine Crow und Dream, oh mein Gott, ich würde sterben. Startup geproft, Climb, 5,000 feet, Squawk, 1,000. Um, um, S-A-G, Cindy, 5, Sierra. Initial Climb ist 4,000 feet. Lufthansa 2, Charlie, Initial Climb ist 4,000 feet. Initial Climb 4,000 feet, Lufthansa 2, Charlie. 2, Charlie, Readback korrekt, Startup approved, hold position for pushback. Contact Apron, on 1 to 1, decimal 8, nee, 1 to 1, decimal 9, 5, 0. Aber langsam, das ist mit der Konzentration auch nach bei mir. Contact contact, 1 to 1, decimal 9, 5, 0. Lufthansa 2, Charlie. Lufthansa 3, sorry. Lufthansa 0, 4, 9, November 1, 4. Lufthansa 0, 9, April, not O, Stand, Victor, 1, 7, 2. Taxi left on, November 1, 1, and hold short of November. Lufthansa 0, 9, November 1, holding short, November, Stand, Victor, 1, 7, 2. Middle for West. Lufthansa 8, Mike, Mike, November 14, kommt in November 1. Lufthansa 5, 9, Yankee, short, November 1, 4. Lufthansa 5, 9, Yankee, apron, goodle, get alpha, 3, 4. Taxi, via Lima, hold short, November, 8. Taxi, via Lima, hold short, November, 8. Lufthansa 5, 9, Yankee. Lufthansa 0, 4, 9, sorry. Ich war schon mal November 1, 4, vorbei. Ich musste eine weiter. Jo, genau, deswegen, war ja November 1, 1, schau doch November bitte. Oh, nee. Bro, no, nicht hier rein. Wo willst du denn hier hin? Ja, hat sich jetzt erledigt, der parkt heute beim Kargo. Oh, nee, ich lasse ihn da jetzt mal stehen. Wir gucken uns das mal an, einfach. Gucken uns das einfach jetzt mal an. Frankfurt, apron, schön bunten. Lufthansa 6, Papa, Delta, on proper. Vor heute, November 1, 1. 6, Papa, Delta, apron, guten Abend. Stand, Victor, 1, 7, 5. Taxi, via November 1, 1, 1, end November. Habe ich den schon weitergeschickt? Ich glaube nicht. Stand, Victor, 1, 7, 5. 10, taxi, via November 1, 1, end November, das ist der 6, Papa, Delta, Fenex. Stand, 7, 1, 6, contact tower, 1, 2, 4, decimal 8, 5, 0. Ah, guck mal, er hat's gehört. Stand, tower, 1, 2, 4, decimal 8, 5, 0. Stand, 7, 6, good evening. Fox, trot shame. Ja, das wäre Fox, trot shame geworden dann. Ja, super. Lufthansa 5, 9, Yankee, contact apron, 1, 2, 1, decimal 8, 5, 0. Tschüss, schönen Abend. Lufthansa, 0, 4, 9, give way to company A320 from the left-hand side, thereafter, Victor, 1, 7, 2. Bye November, tschüss, schönen Abend. Give way to company A320 from the left-hand side, thereafter, November, Victor, 1, 7, 2. Bye bye, schönen Abend. Lufthansa 8, Mark, Mike, weiter geht's, we are November, hold short of November 8. Ähm, we are November, hold short of November, confirm, please, sorry. Vithansa 8, Mark, Mike, taxi we are November, hold short of November 8. Roger, November, 9, November. Confirm, hold short of November 8, please. November 8, okay, danke, das habe ich nicht verstanden. Davor sollst du aber anhalten, Hase. Das habe ich verstanden. Na, dann ist gut, dann verstehen wir uns ja. Okay, sehr gut, wir verstehen uns, sehr gut. Seht ihr, wir haben uns verstanden. Uns jetzt ausgesprochen und uns verstanden. Und wir bauen uns hier so eine Dreiermühle bauen wir uns jetzt hier, ne? Ähm, ich weiß, in echt sprechen sie von einer Mühle, wenn sie Flugzeuge aus allen vier Seiten aufeinander stehen haben. Dann baut man sich eine Mühle. Oder, ähm, an T-Kreuzungen, wie es das, äh, wie es hier im November 4 möglich ist, ähm, baut man sich auch eine Mühle, wenn man hier halt die von allen drei Seiten stehen hat. Ähm, so, wir bauen uns jetzt hier eine kleine Mühle. Der hier soll durchrollen, ne? Der rollt durch, dann rollt der danach. Und wir haben dem hier gesagt, dass er Number 2 ist hinter dem Opposite Direction. Ja, ja, alles gut, ich will nur nicht zu schnell hier rumrollen. Das ist auch gut, die blitzen da oft, pass auf. Ja, ich weiß, ich hab das schon gesehen. Nufthansa 8, November Mike, April, 1 zu 1, 8, 5, 0, tschüssi. Auf unser 8 November, Correction, 8 Mike Mike, Contact 1 zu 1, 8, 5, 0. Ja, jetzt sprechen wir eine Sprache, 1 zu 1, 8, 5, 0, tschüssi. So, wir machen gleich Schluss, Freunde. Es ist gleich vorbei. Also, es hört hier gleich alles auf. Na, ich geh da mal ins Bett, mach's gut, vielen Dank an Elmo. Du machst wirklich die Unterhaltsabendungs-Streams für mich, danke dafür. Sehr schön, dass es euch gefällt, Freunde. Wir hören uns. Hab bald meine Science, meine Basic Lesson, bin schon echt gespannt. Du, der Rappor, der Mod hier, der hat das auch bald, der ist auch bald dran. Ähm, ja. Der ist bald in der Ecke Düsseldorf und hat da seine Lesson. Und dann geht er auch unter die Lozis, wird er auch ein Lozi. Ähm, Wenke, bin auch bald das 1. Ja, du bist mit dem, glaub ich, sogar in einer Lesson, oder, Paul? Mit Rappor, mit David. Morgen wieder Stream? Oh, mal gucken. Aber was ihr machen könnt, um keinen Stream zu verpassen, ist, ihr könnt auf den Discord kommen von El Morada. Und ihr könnt, ähm, auf TikTok folgen. Da sag ich ja auch immer nochmal Bescheid eigentlich. Auf Maastricht gerade gefragt, welchen Direktor die Kiste haben will. Mimuk oder Saarstedt und dann Order Coordinating with him. Ui, nice. Nächste Woche S3. Fingers crossed, Christian, fingers crossed. Aber mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Mache ich mir gar keine Sorgen. Nicht hier, wie die Hater sagen. Ne, hier. Auch, auch zwei oder was weiß ich. Schmarrn. Alles Schmarrn. Einfach Piloten fragen, welchen der Direktor will. Du, das kann man ja machen. Ist ja auch nicht schlecht. Würde auch gerne mit dem Lotsen anfangen. Habe auch ein Sprechfunkzeugnis in echt. Aber die Wartezeiten am Watzium sind utopisch. Das geht mittlerweile tatsächlich, weil du kannst einfach schon vorher anfangen, an den kleinen AirPods zu lotsen. Du fängst dann nicht gleich in Frankfurt an. Aber ich glaube, man muss einen Ventilator ausmachen. Ich glaube, wenn mich das hier die ganze Zeit abläst, ich glaube, da wird man wirklich krank von, oder? Ähm. Was wollte ich sagen? Man fängt an den kleinen AirPods anzulotsen und das geht relativ zügig. Dann meldest du dich an und dann lotst du innerhalb des nächsten Monats teilweise schon noch den kleinen AirPods. Es ist aber kein Geheimnis, dass das da jetzt nicht so trafficreich ist und alles, ne? Also, ja. Ich bin auch Ege Düsseldorf. Nice, Ivan. Ja, Mensch, dann seid ihr ja eine Truppe. Dann ist ja hier so. Nice, ja, nice. Spaced. Nächste Woche Fortnite Champion. Ja, nice, Marius. Das ist auch wichtig. So, hier mal kurz der Zwischenstand, wie es aussieht auf dem Vorfeld. Das große Rumstehen von 2023 ist ausgerufen. Äh, das große Rumlümmeln. Ich weiß auch noch nicht, was hier los ist. Wie falsch Geld? Wie falsch Geld? Los rein, hier alle nach Hause. Die Vorfeldleute wollen doch auch ins Betty. Naja. Klimaflugzeuge, die kleben da. Ich glaube, Frank von Meinen nutzt ihr eins, oder? Nee. Marvin, kann ich erst rein? Gäste? Achso. Das von Düsseldorf aus ist ein bisschen kompliziert. ATC in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München machen. Wo lotst du denn gerade? Wenn der mich nicht reinlässt? Wie, der Lotse lässt sich nicht rein? Ja, na, dann kannst du nichts führen. Nee. 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 I don't know. Oh. Ein 2-5-Center, äh, Abroller, Abroller. Marvin, war ein Fortnite-Stream? Na, na, Bro, na. Hm, Fortnite ist es nicht. Fortnite ist es wirklich nicht. Ich hab da keine V-Bugs. Ich hab keine 6-Haber-Data-on-so. Ich hab das nicht netbekommen. Mach ich noch ein schönes Team. Ciao. Mach's gut, ciao. Wie, fordert ist es nicht. Nee, wir dachten lieber eine Runde, Bailo. Gude, Konda 1591, Sekretor 25, stand up. Konda 1591, apron, Gude. Victor 163, taxi via November 10 in November. Tschüss. Ah, 3-2. Konda 1591, stand Victor 163 via November 10 in November. November 10 in November, stand Victor 163, Konda 1591, danke schön, tschüss. Ja, nur was jetzt aus so einem Inbound-Verkehr kommt, den würd ich noch nehmen, ansonsten will ich aber auch gleich gehen. Ja, es sind doch nur die beiden jetzt, die da landen, oder nicht? Die Lufthansa und die Box. Ja, perfekt. Ja, die nimm mir noch. Ja, keine Ahnung, ist er mehr schlecht. Stand by, please. Mitte für West. Konda 1591, hold short of November. Na, den müssen wir nochmal anhalten. Hold short of November, 1591. Und hier kommt jetzt die, kommt jetzt ein A320 noch reingeschallert von Konda. Okay, last station, with the request of traffic patterns, say again your request and your call sign. Request traffic pattern from Frankfurt back to Frankfurt, Aegean 5702. Aegean 5702, file your flight plan, please. Ah, der Agent, ich I remember. Oh, hier kracht es ja gerade richtig. Oh, hier kracht es ja gerade richtig. Oh, dieser Radiocheck, Leute. Macht das bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Das ist so nervig und unnötig. Wenn euer Mikrofon gestern funktioniert hat, dann funktioniert es auch heute. Wenn ihr gestern mit eurem Auto gefahren seid, dann sind die Reifen auch heute noch dran. Meistens. Da geht ihr auch nicht einmal ums Auto rum und guckt. Das funktioniert. Er hat einen Flight Planner, das hat er nicht angezeigt. Ich weiß nicht mal, wo der Bro steht. Aegean, what is it, where are you at? What position are you at? Position Alpha 40. Ach Gott, da. Aneki. Ja, meinetwegen geht es über Aneki. Agent 5702. Startup approved. Clared Frankfurt. Aneki for Lima departure. Bleibt klein droht. Climb via Sid. 4.000 feet. Scope 1.000. Hä, und wie kriege ich jetzt hier den in irgendeine Liste rein? Das ist ja übel bescheuert. Ja, geht einfach nicht, oder was? Das ist ja bescheuert. Super question. What runway is the 181 Lima out of? Runway 18. Korrekt. Mitte für West, immer noch. Condor 1591 im November 10. Möchte Victor 163. Würde ich hinter der anderen Condor gerne reinschicken. Hältst du die anderen an? Perfekt. Condor 1591. Wenn Clio of the company traffic 8320 Neo, you can join Victor 163 im November. Clio of company Airbus A320 Neo. Clio of the company. Clio of the company. Ja, ja, ich komm gleich. Löwe137, vielen Dank für den Resub im dritten Monat, Bruder. Dankeschön. Vielen Dank. Agent 5702, press push and start. Agent 5702, for pushback, contact 121.850. Roger, body start is improved. Agent 5702, contact, agent 5702, 121.850. Der Condor is aber noch nicht auf meiner Frequenz, der da steht. Okay, that's the first thing I can do. Ja, wir warten jetzt hier auf den Condor, damit der Condor hier an den Weg der 163 kommt. Also Condor blockt hier quasi gerade. Wow, Condor 9, Alpha 3, on November, Holschwein November, Manzierung. Condor 9, Alpha 3, ja, du, continue November. Continue November, Condor 9, Alpha 3. Ja, I know, genau, also, äh, ja, alles gut. Phil, du machst das gut, du stehst da gut. So, hier, warte mal, hier, Ringelsocke geht vorbei. Warte, äh, so. Ringelsocke geht vorbei. Und dann läuft das. Swiss Niner Zero Cushion, Swiss Zero Zero Niner, hello, start-up approved, cleared Hannover, Maroon 7 Mike, Flightpline droht, climb via sit-level 7, zero, squawk 1000. Swiss Zero Zero Niner, ähm, can you repeat it, please, thank you. I will call you back. Okay, print Lufthansa 573, holding November. Lufthansa 573 allows, äh, give way to the Condor F1, joining a stand, and thereafter continue by November. Give way to Condor, uh, after continue by November, Lufthansa 573. So, das sieht jetzt eigentlich ganz geil aus hier, ähm, ja. Emorador, wie findest du die neue Library von Condor? Den Strohhalm, die Ringelsocke, muss süß. Lufthansa 5 Mark Alpha. 5 Mark Alpha, apron, guten Abend, Reitern on Lima, Gate Alpha 5, Zero. Reitern on Lima, Gate Alpha 5, Zero, Lufthansa 5 Mark Alpha. So, das ist Aneki, Tullima, upsie. Ah, nee, wir sind beim Zulus, bei Zulus sind wir bei Forcierat, ne, und bei Aneki sind wir bei Tullima, ja. Gut, Phil ist drauf auf der Position, halleluja. Condor, 9er Alpha 3, Monitor, Unicom. Condor, 9er Alpha 3, Contact, Unicom. No, takeoff is on Unicom. Lufthansa 5 Mark Alpha, hold short of November 8. Holding short of November 8, Lufthansa 5 Mark Alpha. So, guck mal, hier rollt die Königin lang. Auch sehr hübsch. Wann aus Tower Radarview, gerade wild? Äh, ich hab, nee, keine Ahnung. Also, ich hab's auch nicht da. Tracker apron, Lufthansa 23X-Ray, with you on November, holding November 10. Unser 23X-Ray, low, continue by November. We'll continue by November, Lufthansa 23X-Ray. German Cargo, 451, so sorry, Sir. Taxi Position, Foxtrot, 238, via Papa 1, goodnight. Der ist received, der hat schon geschrieben gehabt. Unser 5 Mark Alpha, Contact, apron, 121.850. 121.850, Lufthansa 5 Mark Alpha. Hast du gehört, der Berlin-Comeback? Ich hab was gelesen, dass der das Ding mir gekauft hat. Kann man mir sagen, wie man am besten die Sprache lernt? Englisch? Im besten Fall in der Schule, äh, gell? Nein, das Fliegerenglisch hier, das lernst du halt beim, ähm, also das, also, erst mal sprechen wir ja hier nicht komplettes Englisch, sondern wir sprechen ja nur so ein Fliegerenglisch, also nur ein Teil von Englisch. Wir sagen ja hier nur Descend, Taxi und was weiß ich nicht alles. Also du brauchst kein, ähm, Muttersprachenniveau von Englisch. Das heißt, angenommen, jemand hatte in der Schule kein Englisch und kann das nicht, das lernt man hier ganz einfach. Und, ja, genau. Lufthansa 5 Mark Alpha, Contact 121, Decimal 850. Hab ich ihn gerade weggeschickt? Hab ich ihn gerade weggeschickt, ne? Lufthansa 5, 7, 3, Monitor Unicom. Bye-bye. Unicom, äh, Lufthansa 2A, äh, bye-bye, have a good evening. So, wieder da. Moin, Bernhard. Lieber 747 oder A380? Äh, beide eigentlich sehr nice, aber wenn ich mich entscheiden müsste, A380 sieht schon, ist schon sexy. Frankfurt ist vollster Flughafen auf Watzem. Ja, natürlich. Wir lotsen ja auch hier, ist ja klar. So, klar. Irgendwelche Tipps für Anfänger auf Watzem? Ähm, ruhig ein bisschen sich theoretisch Gedanken machen, aber auch nicht zu lange. Irgendwann nochmal losfliegen. Hallo, Lufthansa, Judith Whisky und November Schott von Rimmau. 748 Whisky, ja, du bist schon drüber, aber ist nicht schlimm. Continue November. Oh, sorry. Äh, continue November Schott von Rimmau, 748 Whisky. Seht ihr, der ist hier schon fett drüber über November 1.0. Hier ist November 1.0, das heißt, er hätte hier... Swiss 009er, waiting for repetition for IHR flight length. Swiss 009er, Maroon 7, Mike Departure, Level 7, 0, Squawk 1000. Maroon 7 Departure, Flight Level 7, 0, Squawk 1000. Swiss 009er. Swiss 009er, Maroon 7, Mike. Swiss 009er, Maroon 7, Mike Departure. Auf unser 23X-Ray, Monitor Unicom, tschüss. Unicom, Delta, sorry, Lufthansa, 23X-Ray, bye bye. Lufthansa 7, Juliet, Whisky, Monitor Unicom, tschüss. Delta Unicom, tschüss. Ein angenehmer Abend noch. Auch nett. So, Freunde, langsam machen wir Schluss. Zukunft der Hagenutzung ist unklar. Da geht es der Deutsche Ärdan. Ja, ich bin auch gespannt, was das wird mit der Berlin. Heute war richtig viel los, nochmal richtig Spaß gemacht. Ich fand auch, es hat viel Spaß gemacht, obwohl ich mit einem bisschen weinenden Auge der Mitte hier zugucke. Also ich hätte lieber Mitte gelotst, aber naja, gut. Also Westen ist auch noch ganz okay, aber Mitte ist halt einfach die Creme de la Creme beim Apron lotsen. Ja, Tim Chatting, ja man, Big Time Chatting. Tipps für das 1, Basic Lesson, ja, zuhören und sich vorher schon mal ein bisschen was durchlesen, würde ich sagen. Mitte war heute nicht flüssig, aber okay. Ja, ist halt auch noch ein Trainee, also, ja. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten, ja, so. Alles gut. Kein Meister von Müll gefallen, passt alles. Mitte nice, Mitte immer nice, ja. Auch mal zumachen da jetzt, ja, richtig, wir machen jetzt auch zu. So, wir haben jetzt hier alle Flieger jetzt weitergeschickt, der E-Gen hat uns hier niemals gerufen. Oh, wir machen jetzt hier zu. Gut, Rampe West, macht zu. Hallo, dear Gen 5702. Ingen 5702, ja, grüß dich. Du bist im November 10 rübergerollt, davor, dass du anhalten müssen, Monitor Unicom. Ich habe kurz der Prozess hier, Elvorada, Abrechnung. Abrechnung mit E-Gen. Monitor Unicom, okay. Swiss009, contact 121.850, verförder. Swiss009, apron 121.850. 1, 2, 8, 1, 2, 8, 5, 7, 7, 7, 8, 9. Elmo, ja, moin. Gute Nachts, jo, genau, wir machen gleich Schluss. Okay, so, kriegen wir uns dies closed. Ähm, wir logen uns hier aus. Und dann, was dies. Zack. Morgen wieder so viel los? Keine Ahnung, äh, wie viel da los ist. High Speed Region, ja, der gibt, der gibt Gras. Merkt ihr einen Spruch? Die Natur ist ein harter Schulmeister. Sie bestraft uns, bevor sie uns lehrt. Äh, mal als Gegenentwurf zu dem ganzen Verständnis, Ausgabe des heutigen Zeitgeistes. Das Wort zum Freitag, ja. Ähm, hoffen wir, äh, man hat richtig Spaß gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es auch mit der A-Preview richtig, richtig nice. Ähm, achso, jetzt ist das ja zu hier. No, warte mal. Anne, ich kann ja, kann ja jetzt auf den Server reingehen. Und dann können wir hier nochmal, äh, über den, über das Schofffeld, über den, so. Ups, na ja, das nicht. Äh, 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 da. So. Jetzt müssen wir hier wieder im Sim. De Fliegers. De Fliegers sehen, ja. Jetzt sehen wir hier wieder alles. Okay. So ist hier die Lage in Frankfurt. Hm, ist Schluss jetzt. Wie, da ist er von November gestartet? Nein, schnack nicht. Abrams, hallo, look, I'm the free uniform. What's leading is the agreement please? Achso, jetzt, ja, so. Wir haben, Abrams ist ja zu, so. Ähm. Schuhe frei, ist da noch jemand? Äh, I don't know. Sieht gut aus. Er ist aus November hoch? Sagenhaft. Also manche Leute wirklich insane. Also ich meine, selbst wenn das hier Unicom ist, starte ich doch nicht vom Taxiway. What the fuck? Weiß ich, ist sowas Wallop-worthy eigentlich? Kann ein anderer Pilot sagen, ja, der ist von November gestartet? Darf man das? November ist die neue Runway. Safe. Aber offline jetzt, ja. Ähm. Kannst du mal kurz erklären, wie man von Alpha 11, beziehungsweise den ganzen Gates am Ende richtig pusht? Glaub, da hab ich ja nicht vorhin missgebaut. Okay, wir gucken jetzt mal an. Also wir gehen mal hin zum Alpha 11. Alpha 11 erstmal. Hilfestellung. Alpha 11, 11 ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahl ist immer in November 5 drin. Das heißt, das Alpha-Gate mit einer ungeraden Zahl ist immer in November 5. Das heißt, wir wissen schon, immer wenn ihr das Gate genannt bekommt, wisst ihr, wo ihr hingucken müsst. Ähm. Und dann ist der 11 weiter hier so. Ähm. Der ist 15, 13, 11. So. Okay. Ähm. 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 Das Pushen hier ist ein bisschen komplizierter. Warum? Weil ja hier gleich das Terminal kommt. Oh, fuck. Ne, alles gut. Ich mach's noch ein bisschen langsamer hier. So. Ähm. Ähm. Man pusht hier nicht einfach nur. Also wenn ich jetzt das Flugzeug bin, man pusht hier nicht einfach nur zurück. Und dann hier Arsch nach hinten rein. So. Sondern man pusht hier auf die Areas. Push-and-Pull-Verfahren. Wenn du Alpha 1 Pushback bekommst, wird man dich auf die Area 1 pushen. Und die ist hier. Hier siehst du auf dem Boden die 1. Das heißt, du pusht eigentlich hier hin. Also Area 1 ist a Beam Alpha 15. Das heißt, man macht das mit dem Push-and-Pull-Verfahren. Wird zurückgestoßen und wird dann vorgezogen bis a Beam Alpha 15. Ähm. Ja. Das wär's, äh. Das wär's gewesen. Das erwarten wir aber nicht von Watz im Piloten, dass ihr das könnt. Also wir fragen nach. Are you able for Push-and-Pull? Are you able for Area 1? Und manche können das mit GSX. Manche können das nicht. Manchmal kann GSX das auch nicht. Und wenn man das kann, ist das gut. Und wenn man das nicht kann, dann ist das schlimm. Guten Abend. Jo. Moin. GSX kann kein Pull. Ähm. Ich weiß nicht. Wie macht GSX das denn? Ja, manchmal bietet einem GSX ja aber hier Area 1, 2, 3 an. Und dann kann man ja gucken, ob man... Ich weiß nicht genau, wie er das machen würde. Müsste ich mal selber testen. Würde mich mal... Würde mich mal interessieren. Dann kann ich das nicht theoretisch, äh, jetzt sogar machen. Im Geister der Wissenschaft. Dann braucht man das extra Profil für GSX. Ja, aber kann das dann das, äh, Visual-Frag-Profil, kann das das? GSX kann kein Pull. Bist du sicher, Tim? Okay. Okay, äh, wenn es nicht geht, dann halt nicht. Ja, genau. Wenn das mit dem Push-and-Pull nicht geht, dann pusht halt einfach nur normal da in das Terminal rein. Oder Richtung Terminal rein. Wenn es geht, auch nicht ins Terminal rein. Aber, ne. Schamotte hat's schon gemacht. Äh, nee. Noch hatten die Leute nicht das Geld dafür. Ähm. Ähm, doch, GSX kann das. Ich meine nämlich auch, wenn GSX die Areas dir anzeigt, dann zieht er dich da auch hin. Ich meine, das hat er bei mir in Kopenhagen auch gemacht. Da hat er mich da, äh, richtig positioniert. Oder irgendein anderes Push-Back-Programm? Doch, das geht. Ja, ich glaube nämlich auch. Der pusht dich dann rückwärts und dreht dich auf Position mit 180 Grad. Ja, das geht auch, ne. Also, wenn du da, also, du machst Push-Back mit GSX, aber du brauchst dieses Virtual-Fra-Profil von GSX. Und dann, äh, wählst du einfach, dann sagt er dir ja die Push-Back-Options. Und da steht dann drin, Area 1, Area 2. Da steht dann drin, was GSX für dich dort denkt, was suitable ist. Und das kannst du dann in dem April-Lotsen sagen. Dann sagst du dem, jo, ähm, Lufthansa 1255, hallo, Alpha 1-1, able for Area 1 and 2. Ne, weil das da bei dir drin steht. Und dann sagt er, ah, wunderbar, Lufthansa 1255, Mensch, grüß dich. Wie geht's der Frau? Wie geht's dem Hund? Ähm, Push-Back-App-Proofed, Area 1. So, und dann macht das GSX einfach, ja. Dann hab ich das ja gar nicht so falsch gemacht mit Push-Back-Helper. Danke, auf jeden Fall. Abrin hat aber nicht gesagt, nur Push-App-Proofed. Genau, wenn er nur Push-App-Proofed sagt, dann, ähm, dann pusht er einfach zurück, ne. Aber genau, wir sehen hier ansonsten, siehst du ja, wir sehen hier die Areas, können wir uns auch anzeigen lassen, auf dem Vorfeld, auf dem Layout hier. Und dann können wir euch, also, wir sagen euch dann manche mal, Push-App-Proofed, Area 1. Manche Piloten kriegen das halt hin mit dem Profil oder mit diesen Push-Back-Tools, manche nicht. Und diese Nummern, die sind nicht nur auf dem Vorfeld, ähm, ne Markierung, sondern die sind auch in den Charts, ne. Wenn ihr mal in die Charts guckt, dann, äh, werdet ihr die dort auch finden. So, mein PC lag jetzt übel, weil ich den Fly-Zimmer irgendwie schließe und dann, dann hängt das immer ein bisschen. Ähm, ja, findet ihr dort also auch. Mit Push-Back-Helper geht das alles? Ja, guck mal, Push-Back-Helper, da geht das auch. Braucht man nicht mehr in GSX-Film. Zeit für Cola? Zeit für Cola jetzt, richtig. Ähm, Elmorada-Mittlerwarte 2-0 für EG, was es mir angeht. Okay, gut, äh, ich hab schon gehört, wir müssen jetzt auch gleich rein, ne. Wir müssen jetzt auch gleich noch ein bisschen was machen. Gut, gut, Freunde. Ähm, hat mir super, super viel Spaß heute gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und, ähm, ja. Wir haben eine neue Moderatorin heute Abend bekommen. Super viele neue Follower. Ähm, und Followerinnen. Und eine Menge Support von Subs, mit Bits und allem. Tipapo. Einige Raids waren auch am Start. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns morgen sehen. Ich bin da immer sehr, sehr spontan. Ich lot's dann so, wenn ich Bock hab oder wie auch immer. Ähm, ja, keine Ahnung. Wup, ja, ne. Marie ist jetzt, äh, im Moderatornteam. Sehr nice. Gut. Leute, wir raiden noch irgendwen. Und dann, äh, gehen wir alle ins Bett, ja. So. Vorschläge für ein Raid. Oh shit. Fighty. Fighty hab ich schon hundertmal geradet diese Woche. Wirklich. Ich glaube, das nervt ihn schon. Lass mich mal auf Twitch gucken. So, mein Flight Sim, übrigens kurzer, äh, kurzer Status. Äh, er schließt sich immer noch. Er ist immer noch im Schließungsprozess. Ähm, ich weiß auch nicht. Das tat ihm irgendwie nicht so gut, dass er hier so lange offen war. Äh, okay. Mal hier Twitch aufmachen. Alter vier. Ja, ach, lass, lass das Ding zu rödeln hier. Ähm, aber ne, tatsächlich, der PC lag schon ganz schön gut dadurch. Ja, ich mach mal mit dem Task Manager zu. Den Kiki-Laps hier. So, tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Er haut nicht rein. Jo, danke, bis morgen. Jo, genau. Ähm, wir, wir, wir schauen mal. Wir schauen mal, was wird. Was wird. So, okay. Zack, ist zu. Jetzt sollte das hier doch alles schon mal ein bisschen besser laufen. Okay. Ähm, warte. Ja, Fighty ist live. 757-Style ist live. Oh. Tja. Ja. Was wird. Raid, äh, was sagst du denn da für Vorschläge, Tim? Olium Air, 757-Style, Riva, Riva ist nicht da, glaube ich. Elmo Raiders, ja, richtig. Jetzt ist noch mal ne Werbung. Oh Gott, ey. Also wirklich. Äh, Marie, das wär zum Beispiel was. Angenommen, wir sind hier kurz vorm Schluss machen. Ich glaub, dann könnt ihr Mods immer raufdrücken, dass Werbung nicht gemacht wird. Glaub ich jedenfalls. Ich bin mir nicht super sicher, aber ich glaube, ihr könnt das. Ist aber auf. So, warte mal hier, warte mal, aktualisieren nochmal. Okay. Äh. Äh. Wer ist das hier? Haben wir noch nie geradet. Es laggt immer noch. Hä, warum laggt es denn noch? Was hab ich denn noch auf? Geiles. Ich hab ja noch Giveaways offen. Giveaways sind das nicht. Ist das euch? Okay. Gut. Kein Follower-Only-Chat. Äh. Und ja, wir sagen ja immer, wir gucken uns, man muss sich auch neue Leute angucken. So. Gut. Also wir gehen jetzt noch zu ShadymanTV. Und, äh, gucken da mal rein, was da so abgeht. Ähm. Freunde, es hat mich gefreut, wie immer. Ähm. Kommt noch mit einer Raid-Nachricht rein und dann gucken wir mal bei dem jungen Mann, was der so, was der uns so bietet, ja? Gut. Ähm. So, jetzt machen wir noch ein schönes Lied an. Ähm. Okay. Sehr schön. Okay. Leute, das war's für heute. Achso, Werbung läuft noch. So, warte, Werbung ist jetzt nicht vorbei. Okay. Gut, Leute, das war's für heute. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Kommt noch gut durch den Abend. Und wir hören uns dann irgendwie die Tage wieder, ich weiß nicht, irgendwie, wie gesagt, morgen, keine Ahnung, mal gucken, die Stars Ananas. Danke, dass es es euch gibt und wir, äh, sagen jetzt Tschüss aus Ende. Tschüss.